Laufbart sei leise, sei leise, Laufbart red nicht mit mir, okay bitte, du bist nicht auf meinem Niveau, rede nicht mit mir, danke. Uiuiui, lass mich mal zu Ende führen. Das heißt, ich bin gefundenes Futter für jeden kranken Soziopathen auf dieser Welt. Wenn ich dann mit diesem Gedankengut aufwachse, ey, du musst das tun, ich muss das tun, und ich habe ja sowieso schon Hass, weil ich das Gefühl habe, dass diese Regierung meine Familie getötet hat. Wegen dieser Regierung bin ich alleine zu Hause. Es ist doch klar, dass ich dann losziehe und alles tue, um dieser Regierung zu schaden. Was aber dieser Mensch nicht bedenkt ist, wem schadet er tatsächlich? Aber das hat doch gar nichts mit der Regierung zu tun, deren Ziel ist, die Juden auszulöschen, plus Israel. Also was hat es mit der Regierung zu tun? Wenn du als Mensch dich dafür entscheidest, dass du da Mitglied bist und das Ziel ist, Juden auszulöschen, dann hast du ein Problem. Aber aus welchem Grund bin ich? Was ist die Ursache? Es ist mir egal, aus welchem Grund. An der Stelle das Entstehen neuer Terroristen zu relativieren, ist Terrorpropaganda. Genau. Dann müssten genau diese Hinterbliebenen der 1400 Leute und die Hinterbliebenen der 600 abgeschlachteten Soldaten im Gaza-Streifen aktuell jetzt auch terroristisch aktiv werden. Sehe ich das richtig? Das ist meiner Meinung nach ein Teufelskreis. Ich sagte nicht, müsste. Ich sagte nicht, müsste. Dann guck dir mal bitte die Videos der Hinterbliebenen an und dann merkst du den Unterschied, dass keiner von den vorterroristischen Anschlägen auszuüben, dass keiner den Palästinensern vor denen die Schuld gibt. Ja, aber du, derjenige... Ich mach's einfach. So, ich will jetzt nichts verharmlosen, weil die Hinterbliebenen der 1400 toten israelischen Soldaten oder Israelis, so wie die Hinterbliebenen der 600 israelischen Soldaten, ja, tun mir ja auch leid. Das war doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, sollen sie jetzt auch Terroristen werden? Sollen sie jetzt auch Terroristen werden? Nein, nein, ich sag dir, nee, damit du meine Worte verstehst, ja. Ich verstehe deine Worte, ich höre sie auch nicht zum ersten Mal. So, ich meine, wenn ich, wenn ich meine komplette Familie verliere, ich habe niemanden mehr. Weder Großmutter, Großvater, noch sonstige Onkel, Entfernte, Verwandte und so weiter und so fort, ja. So, das ist ein Unterschied zu jemandem, der vielleicht die Schwester, die Mutter oder der Vater verliert, weil... Achso, willst du mir dann sagen, haben die weniger Wert und denken dann, die müssen das machen? Nein, genau das wollte ich nämlich nicht sagen. Deswegen habe ich vorab gesagt, ich will das nicht kleinreden. Ich will das nicht kleinreden. Versuchst du gerade meine Meinung nach. Du versuchst nicht gerade rauszureden. Ich versuch mich nicht gerade rauszureden. Du versuchst mir die Worte im Mund zu treten. Du hast es klar und deutlich gesagt, da gibt es nicht was zu sagen und es ist egal, ob jetzt zwei Mitglieder gestorben sind oder drei Mitglieder. Es rechtfertigt keinen Menschen, auf die andere Seite zu gehen und zu sagen, ich bin für die Hamas oder für Terror. Nein. Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das hast du doch gesagt. Du hast gesagt, diese Leute, die in Gaza die Familie verlieren, haben doch gar nicht irgendwie eine andere Lösung, dass die dann zu gehen. Nein, ich habe nicht gesagt, die haben keine andere Lösung. Ich habe lediglich gesagt, die sind leichter zu radikalisieren. An der Stelle diesen leichter zu radikalisieren, weil seit ihrer Geburt an der Narrativ in sie eingeflößt wird, dass der Jude und Israel die Feinde sind. Und das ist der Punkt, an dem dieser Narrativ beginnt und nicht der Punkt, an dem ein Konflikt gewaltsam ausartet. Die Ausartung eines Konflikts ist die Zuspitzung eines weitaus längeren Konfliktes. Es ist nicht der Punkt, an dem das erste Mal irgendwelche Terroristen entstehen. Und es wird auch sicher nicht der letzte Punkt sein, an dem irgendwelche Terroristen entstehen, auch unabhängig von Israel. Ganz kurz. Halt mal bitte die Stellung. Ich bin mal 10, 15 Minuten weg. Ich muss telefonieren. Alles Gute. Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstehen können. Bitte. Ja, ich habe gesagt, dass dieser Narrativ, dass Israel ein dämonischer Staat ist, der Feind. Und die Juden, die Feinde sind, dieser Narrativ wird seit klein auf im Gazastreifen den Kindern eingeflößt. Das nennt man Indoktrination, so etwas. Und an der Stelle beginnt dieses Indoktrinieren, dieses hasserfüllte Narrativs nicht an der Stelle, wo Israel sich verteidigt, sondern es beginnt bei der Geburt eines Menschen im Gazastreifen. In der Schule wird das beigebracht. Dann in den Armeecamps, kennt ihr euch alles bei YouTube oder in irgendwelchen Dokus angucken. Kinder haben dort Camps. Dort werden sie an der Waffe ausgebildet. Und denen wird gezeigt, wie man Menschen tötet. Das ist alles real. Das ist alles existent. Ich denke mir das nicht aus. Das kann sich jeder anschauen. So, und dort fängt, das ist der Punkt, an dem Leute anfangen, radikal zu werden. Weil es ihnen von klein auf beigebracht wird. Und nicht, weil sie Familienmitglieder in einem selbst begonnenen Krieg verlieren. Das ist nicht der Grund. Und es ist auch nicht die Legitimation, terroristisch zu werden. Es ist eher, guck mal, lass mich bitte aussprechen. Ja, das hat aber, Elon Musk hat das aber auch gesagt. Elon Musk hat gesagt, wie viele neue Terroristen werden daraus geboren. Und jetzt frage ich dich. Und das ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Nein, nein. Sie müssen nicht ausreden. Ich möchte gerne aussprechen. Dankeschön. So, und jetzt frage ich dich an der Stelle. Es gab 50.000 Hamas-Terroristen. Wie viele wären im nächsten Jahr dazugekommen, wenn Israel nichts getan hätte? Denkst du, es wären mehr Hamas-Terroristen? Oder werden es mehr Hamas-Terroristen nach diesem Anschlag sein? Ich denke, es werden definitiv mehr Hamas-Terroristen nach diesem... Also du sagst, wenn ein Großteil der Hamas-Terroristen jetzt eliminiert wird, wird es danach mehr Hamas-Terroristen geben. Ja, das wäre für mich die logische Schlussfolgerung, ja. Ach so, das heißt, es ist komplett unnötig, dass Israel versucht, die Hamas zu eliminieren, weil das nur dazu führt, dass es noch mehr werden. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und hätte Israel nichts gemacht, dann hätte die Hamas sich bestimmt auch sicher nicht weiter verbreitet oder weiter organisiert mit der Anzahl der professionellen Organisation, an Level an Organisation, die jetzt existiert. Das ist nämlich moderner Terrorismus, der dort stattfindet, hoch organisiert, hoch finanziert, hoch strukturiert, weltweit. Das sind Spekulationen. Wie soll man das verstehen? Es ist nicht legitim, eine Terrororganisation auszulöschen, weil sie sich angeblich dann nur noch mehr verbreitet, aber sie in Ruhe zu lassen, geht natürlich auch nicht, weil sie verbreitet sich ja dann umso mehr. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist die eher die sinnvolle Lösung, die Hamas auszulöschen. Ja, der Grund, warum Hamas da existiert, muss auszulöscht werden. Den kannst du in der Charta lesen. Den kannst du in der Charta lesen. Warum? Das ist doch das Problem. Ja, aber warum? Warum gibt es diese Radikalisierung? Und warum kann Hamas da sein? Und warum nach diesem, wie es jetzt weitergeht mit dem Konflikt, wie Elon Musk diese Frage gestellt hat, kommen dadurch mehr Hamas-Leute dazu? Und die Frage ist doch nicht, Hamas ja oder nein, es geht darum, warum sind die da? Warum können die das machen? Erzähl mir mal, warum die da sind. Das möchte ich gerne von euch wissen. Ja, kann ich dir sagen. Weil Israel will sie auslöschen, dann müssen sie doch wissen, warum. Ich kann es dir doch sagen, die Hamas hat in ihrer Charta drin stehen, dass sie die Auslöschung Israels und aller Juden möchte und die anschließende Islamisierung der Welt. Die Hamas bezeichnet Israel als zionistisches Projekt und sieht Israel nicht als Staat an. Nach der Gründung, am ersten Tag nach der Gründung des Staates Israel, wurde Israel von sechs arabischen Ländern gleichzeitig angegriffen, die damit ebenfalls gegen die damalige UN-Resolution verstoßen, beziehungsweise dagegen gesprochen haben, einen Tag nachdem sie dafür gesprochen haben. Und ab dem Zeitpunkt kannst du davon sprechen, dass der Nahostkonflikt begonnen hat, in dem Israel als Staat ausgerufen wurde. Das ist der große Dorn im Auge, dass es einen jüdischen Staat gibt. Das ist in Augen der arabischen Welt und insbesondere der Hamas und aller Terrororganisationen, die islamistisch geprägt sind. radikal-islamistisch geprägt sind, der Hauptantrieb, die Zerstörung und Auslöschung Israels und aller Juden. Und das ist kein Geheimnis, das sagen sie in jeder ihrer Reden, das kannst du dir bei YouTube angucken, das kannst du dir auf deren offiziellen Internetseiten angucken. Dort wird nicht einmal von Israel gesprochen, sondern von Yahud, von Yahudis. Und Yahudis bedeutet Juden, Jude. Verstehst du? Wenn man nicht unterscheidet, wenn man selber nicht unterscheidet, wenn diese Organisation selbst nicht zwischen Juden und Israel unterscheidet, dann verstehe ich nicht, wie du hier stehen kannst und sagen kannst, nein, die meinen nur den Staat, die meinen nicht die Juden, obwohl sie es selbst nicht mal so darstellen wollen. Das habe ich nicht gesagt. Aber du bist eine fremde Person, die damit nichts zu tun hat und versuchst, eine Terrororganisation so darzustellen, Wieso weißt du, dass ich damit nichts zu tun habe? Nein, aber warum legt ihr eigentlich immer Worte in den Mund? Das verstehe ich nicht. Immer wenn ich eine andere Meinung habe, kann ich mal bitte kurz reden, kann ich doch mal bitte kurz reden. Ich mag es nicht, wenn mir immer Wörter in den Mund gelegt werden. Das ist nicht okay. Das ist eine Boundary, die hier jetzt laufend überschritten wird. Das ist nicht okay. Aber das hast du doch selber gesagt. Nein, das ist der typische Opfertäter-Rollentausch. Die Opfertäter-Rolle. Die wird gerade versucht, vernünftig etwas zu erklären und anstatt es anzunehmen und zu sagen, aha, ja, danke, dass du es mir erklärt hast, versuchst du dich als Opfer darzustellen. Ich bin kein Opfer. Bist du nicht, bist du nicht. Keiner hat dich versucht als Opfer darzustellen. Wenn du machst das, du sagst, du fühlst dich fehl, du fühlst dich fehl behandelt, weil ich dir irgendwelche Worte... Nein, lass uns über das Thema reden. Bitte, ich habe doch gerade über das Thema geredet. Ja, aber dann leg mir doch kein Wort in den Mund. Du hast mir aber gesagt... Warum redest denn du jetzt, Hörg? Ich rede, was ich möchte, das hast du gesagt. Ich rede doch aber mit Beats for You, nicht mit dir. Ja, aber du hast es gesagt, du streißt es ab, dass du es nicht... Ich möchte aber jetzt mit Beats for You reden, nicht mit dir. Rede dann. Ja, gerne. Aber ich möchte bitte nicht unterbrochen werden und ich möchte nicht, dass ein Wort in meinen Mund gelegt wird. Das möchte ich nicht. Nein, nein, also Lovebug, ich höre dir zu, solange du willst. Wunderbar, weil ich respektiere euch. Ihr seid junge Menschen, ihr habt Meinung, ihr habt Angst und das verstehe ich. Warum haben wir Angst? Und ihr steht da, naja, warum habt ihr Angst? Weil die ganze Welt im Moment auf dem Kopf steht und alle sagen, um Gottes Willen, was wird das noch mit Israel? Nein, ich habe keine Angst. Ich meine, guckt ihr das, guckt, naja, natürlich haben wir alle Angst. Nein, du kannst mir doch vor You hat es doch gerade gesagt, Hamas hat in Aschada zu stehen, dass Israel ausgelöst wird. Das ist doch Angst. Wenn jemand das sagt zu dir, wenn Leute das sagen, dass sie dich auslöschen als Land, bringt das Angst. Vielleicht bei dir, nicht bei mir. Angst, über die müssen wir ja reden. Und wir müssen darüber reden, was, ja nun lach mich doch nicht aus. Wir müssen jetzt darüber reden, dass ich Angst habe. Aber Lach, du kannst doch nicht wissen, ob du Angst hast oder nicht. Naja, aber dieses, wie sagt man denn, ich will jetzt auch nichts sagen, aber dieses Angreifen, es ist immer so ein Angreifen fühle ich. Es ist keine Diskussion. Es ist, sobald ich etwas sage, in irgendeiner Form, was eine andere Meinung ist, oder ich sage, hier, guckt doch mal dahin, dann seht ihr das als Angriff. Und da denke ich mir, und da denke ich immer, Mensch, jetzt habt ihr Angst, weil sonst würdet ihr doch nicht angreifen. Oder denken, dass ich nicht versuche, dass wir nicht versuchen, eine Lösung zu finden. Wir versuchen eine Lösung zu finden. Aber komm bitte nicht und sag, dass ich Angst habe oder irgendjemand hier Angst hat, weil du weißt gar nicht, wie deren Meinung ist. Bitte. Dann würdest du auch nicht angreifen. Nein, wir müssen auch keine Angst haben, wenn du Angst hast um Israel. Es wurde nicht aus Angst verteidigt, es wurde verteidigt, weil 1400 Menschen abgeschlachtet wurden. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern es ist ein grausamer Terrorakt gewesen, eine Kriegserklärung, die Durchbrechung von Grenzen. Und jeder souveräne Staat hat in so einer Situation das Recht, sich zu verteidigen. Ich sage abexplizit nicht Israel. Jeder souveräne Staat hat das Recht, nach einem solchen Angriff sich zu verteidigen. Ich will hier nichts relativieren, ich will auch nichts in Relation setzen. Aber in Vergleichen zu Zahlen Deutschlands würde am 7. Oktober in Deutschland relational gesehen 14.000 Menschen abgeschlachtet werden, weil da leben in Deutschland zehnmal mehr Menschen als in Israel. Prozentual gesehen wären es in Deutschland 14.000 Menschen innerhalb von sieben Stunden. Kannst du mir doch mal sagen, was Deutschland dann gemacht hätte? Es geht doch jetzt nicht um Deutschland, um das zu vergleichen. Nein, es geht um jedes souveräne Staat. Israel ist ein souveräner Staat, eine Demokratie mit westlichen Werten. Das ist ja richtig. Jedes westliche Land hat das Recht nach einem solchen Terroranschlag. Und das wird ja jetzt auch schon. In Deutschland wären es 14.000 Menschen, die abgeschlachtet worden wären. Was hätte Deutschland gemacht? Denn A, E, I, O, U, komm, lass uns zusammen einmal alle Vokale durchgehen, dann brauchst du das auch nicht mehr zu machen. Lass uns einmal zu sagen, A, I, I, O, U. Lustig zu machen. Aber du merkst, dass es, ich weiß nicht warum, was das bringt. Jetzt haben wir alle Vokale durch. Was bringt das jetzt, wenn du in diesem Thema versuchst, mir wieder irgendwas zu unterstellen oder über mich zu machen? Ja, aber ich stelle dir gar nicht an. Das Thema ist schlimm. Das Thema ist grauenvoll. Und du machst dich lustig. Gehört das zusammen? Das gehört das zusammen, Beats for You? Gehört das zusammen? Schau mal, Lovebug. Das darf nicht sein. Du darfst dich nicht über Menschen lustig machen, wenn du 1400 Leute im Mund hast. Das ist furchtbar. Doch, wenn du Schwachsinn erzählst. Nein, nicht doch. Wenn du Schwachsinn erzählst. Wo habe ich denn Schwachsinn erzählt? Und ich es lustig finde. Du unterstellst uns Sachen. Was habe ich denn unterstellt? Es gibt aber einen Unterschied zwischen lustig und respektlos. Und es war gerade respektlos. Und es ist keine Diskussion. Und es ist respektlos auch zu leugnen, dass Hamas eine Terrororganisation ist. Das ist respektlos gegenüber 1400 abgeschlachteten Menschen. Und jedem Menschen, der von Hamas in der Geschichte der Menschheit massagiert wurde, das ist respektlos. Ja, bloß die Frage ist doch jetzt auch, Israel wird, es wird ja jetzt schon so weit gegangen, dass sagen, dass Israel nicht das Recht hat, sich zu verteidigen. Sag mal, was ist bei dir schiefgelaufen? Das habe ich auch schon gelesen. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist bei dir schiefgelaufen? Wenn du normal denken kannst, dann brauchst du da nicht irgendwas zu lesen und zu verstehen, dass Israel recht hat, sich zu verteidigen. Nein, das hatte ich auch schon gelesen. Was für aus gesetzlichen Gründen? Aus gesetzlichen Gründen, weil es okkupiert. Weil das Land okkupiert und gegen die Vorschriften, vor die gegen die Vorschriften kommen, das habe ich doch auch nur gelesen. Ja, dann liest du mal drüber. Alles gut. Aber ich bin doch, aber das war... Und wenn du es geschüttelt, meine Schwester, dann wirst du es merken, dass Israel nicht der Okkupant ist. Israel hat es schon lange immer... Das habe ich doch nicht gesagt. Ich habe das gelesen. Ich habe gelesen... Ja, aber du hast doch diese Information weiterverbreitet, oder nicht? Das sage ich jetzt, weil ich sage, du hast laufen gesagt, sie haben das Recht, sich zu verteidigen. Und Scholz hat das ja auch gesagt. Und das sagen ja auch viele Länder. Jetzt fangen sie aber an und sagen, hat Israel wirklich das Recht? Aus gesetzlichen Gründen, weil es in Okkupation ist und gegen Sachen verschlossen hat. Erstens, sie reden nicht darüber, ob Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, sondern sie reden über die Art und Weise der Verteidigung nach. Ja, zweitens... Ja, genau, also das wollte ich sagen. Sie reden nicht über die Erlaubnis, ob Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, weil das ist außer Frage. Jedes Land hat das Recht, sich nach einem Terroranschlag zu verteidigen gegen eine Terrororganisation, die seit Jahrzehnten und davor schon andere Terrororganisationen seit Jahrzehnten versuchen, Israel und deren Bevölkerung auszulöschen. Das ist komplett legitim, dass die Hamas jetzt ein für alle Mal ausgelöscht werden soll. Ich sage dir das von ganzem Herzen, das ist legitim und ich unterstütze das, bis jeder einzelne Hamas-Terrorist ausgelöscht ist. Ich auch, weil bevor ein israelischer Zivilist stirbt, sollen die Hamas-Terroristen sterben. Das verstehe ich doch auch, aber das Problem ist, was auch Elon Musk gesagt hat, dass das gar nicht passieren kann. Er kann sagen bis morgen, er kann doch eben... Kein Mensch, der Ahnung davon hat. Aber was ist mir doch scheißegal, was der sagt. Ist Elon Musk Politiker? Nein. Der ist Wirtschaftler. Er hat eine politische Aussage gemacht, sondern hat eine These in den Raum gestellt. Er hat gesagt, dass man sich fragen sollte, wie viele Hamas-Terroristen entstehen, neue Hamas-Terroristen entstehen, nachdem man alte abschlachtet, so quasi, so in anderen Worten. Und ja, dieses Argument ist ja legitim. Dieses Argument ist aber legitim, ja, ich verstehe das. Aber ich frage mich dann, an der Stelle hat Elon Musk nicht darüber nachgedacht, wie sich die Hamas entwickeln würde mit den aktuellen 50.000 Mitgliedern und wenn Israel nichts getan hätte. Die würden sich weiter bunt und munter vermehren, würden ihre Pläne weiter ausarbeiten, ihre Strukturen ausarbeiten und genauso weitermachen, wie sie es jetzt tun. Ja, Pläne schmieden, wie man sie nutzen auslöschen kann. Und dann sollte man lieber eine Struktur vom Grunde erschüttern, als dass man sie weiterlaufen lässt, ohne wie ein laufendes Uhrwerk. Ja, natürlich ist es sinnvoller Ereignis. Ja, jetzt haben sie reingekackt, die Hamas, ja. Und jetzt wollen sie überhaupt zum Schildstand wieder Ruhe, damit... Nein, nein, die Hamas gewinnt so oder so. Warte schon ganz kurz, ich bin auf deiner Seite, bitte. Das Problem ist, jetzt haben sie reingekackt und wollen es jetzt wieder ganz normal weg, normal, nichts mehr tun, alles wieder okay, damit sie sich wieder alles sammeln können und wieder einen Angriff starten. Das ist ganz einfach. Das ist ihre Taktik. Sie haben jetzt reingeschissen und sie wollen es jetzt gerechtfertigen und sagen, ja, jetzt muss man aufhören, Waffenstillstand, damit man sie wieder regenerieren kann. Ja, das ist ihre Ziele. Doch, doch, das ist ganz klar, Bruder. Darf ich dir widersprechen, Alessio? Und dann geht es weiter wie eh und je. Bietz, bitte, 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 Bietz, Bietz. Bitte, danke. Alessio, ich widerspreche dir, weil das war genau das Ziel der Hamas, dass Aufmerksamkeit geht. Hamas weiß ja, dass sie militärisch Israel gar nicht besiegen können. Und deshalb ist genau das ihr Ziel gewesen, dass es in die Medien kommt und dass darüber auf der Welt geredet wird, weil militärisch können sie nicht gewinnen, aber politisch und ideologisch sind sie für Israel viel gefährlicher als militärisch. Ich muss sagen, meiner Meinung nach Hamas hat gedacht, da werden sich jetzt viele einmischen und die werden Rücken bekommen. Aber die sind ja selber sauer, dass die ganzen Länder da nicht mithelfen, die Arabischen. Sind die auch sauer, die haben ja auch dazu was gesagt, aber die machen trotzdem weiter. Ja, natürlich, die lesen die Surah 5 Vers 21, ja richtig, dass der heiligste Land gehört Israel, ganz einfach. So, das haben wir schon wieder zurück. Das haben wir schon hundertmal gesagt und sie haben es hundertmal wieder erlebt, dass sie nichts tun würden, um Israel zu schaden. Ja, das ist meine objektive Meinung. Hamas steht jetzt ganz alleine vor sich und hat keine Unterstützung. Ja, die Türkei, die redet nur, die anderen Staaten reden nur, sie würden sich nicht einmischen, weil sie die Surah 5 Vers 21 richtig gut lesen können. Das gereinigte Land gehört den Israeliten fertig aus. Und wenn man dann schichtlich vorkommt, dann wissen wir, dass Israel schon damals gab, bevor es die Palästinien gab, ja? Ja, ich bin wieder da, Leute, sorry, ich war kurz weg. Erstmal vielen Dank für alle, die hier beim Live-Ziel unterstützen gerade. Leute, bitte liken, liken, liken und macht nur Thema weiter. Ich stecke dann einfach gerade wieder mit ein, weil ich war kurz weg. Also Leute, ich habe eigentlich heute diesen Stream eröffnet, ja, wie ihr ja seht, da steht ja knallhart, Free Palästin drauf. Ich wollte gerne darauf eingehen, ja, auf Free Palästin, weil ihr habt ja, ihr habt das ja jetzt alle mitbekommen, ja, die Zahlen auf der, auf der palästinensischen Seite, ja, von den Zivilisten, die steigen ja. Wir sind ja schon bei über 13K und wir müssen, wir müssen auf jeden Fall auch mal darüber reden, ja. Ist das denn in Ordnung, was Israel macht? Sind wir schon bei einem Völker, Punkt, Punkt, Punkt angekommen? Ja, welche Kriterien müssen da erfüllt werden? Also, ähm, wir wollen, wir sind zwar hart, aber wir sind fair, ja, lasst uns mal jetzt darüber reden. Bringt man jetzt hier ein paar Fakten auf den Tisch, damit wir mal jetzt auch Klartext darüber reden können. Nutzt das aus, dass Panischer heute auf eure Seite ist. Okay, danke schön. Komm mal runter. Also, erster würde ich mich dafür entschuldigen, wenn ich vorhin manchmal ein bisschen emotional wurde, ja, oder ein bisschen laut wurde. Ich bin jetzt auch ein bisschen gereizt inzwischen durch die ganzen Streams die letzten Tage. Dafür will ich mich erst mal entschuldigen, wenn ich, wenn jemand das aus seiner Ansicht getan hat. Und, ja, zu dem Thema. Ich finde es gut, Panischer, dass du dich jetzt auf die richtige Seite stellst. Ähm, oder beziehungsweise auch mal die andere, beziehungsweise, lass mich es anders formulieren, auch mal aus Sicht der anderen Seite, ähm, versucht das Ganze zu verstehen. Bruder, ich bin ganz ehrlich zu dir, äh, ich mach das heute, weil Mossad hat heute mein Geld nicht überwiesen, ja. Normalerweise, normalerweise hätte das spätestens um 14 Uhr heute bei mir sein sollen. Mein Geld ist nicht gekommen, ja, Hamas hat mich angerufen, hat mir sofort Überweisung, hat mir sofort Überweisung gemacht, ja. Mein Geld ist von Hamas da, deswegen jetzt ein Monat auf jeden Fall auf Hamas ihre Seite. Es sei denn natürlich der Mossad, ja, bezahlt bis morgen, ich hab denen bis morgen 14 Uhr Zeit gegeben, das Vierfache, dann ist okay auch. Ja, also, bei mir, bei mir funktioniert das ganz einfach, wer besser zahlt, ja, zu dem halte ich, ganz einfache Geschichte, Leute. Habibi! Ein Mann von Werten, ein Mann von Werten. So, dann, Panischer, dann komm, du bist jetzt heute auf der anderen Seite, komm, erzähl mal was. So, erzähl mal was. Ja, da ist jetzt Schiff, Panischer, bitte. Panischer, komm, erzähl mal bitte, wir reden jetzt. Ja, ich hab doch, ich hab doch ganz klar meine Punkte gerade gemacht, ja. Wir können nicht einfach die Augen verschließen, ja, wir können nicht einfach den dritten Affen machen, Augen zu und sagen, dass diese 13K-Menschen nicht existieren, ja, dass da nicht passiert ist, ja, da müssen wir halt einfach drüber reden. Was ist das denn, was jetzt Israel da gemacht hat? Also, wir können das doch nicht einfach beschönigen, ja. Und was sollen wir deiner Meinung nach machen? Was soll jetzt passieren? Ja, also, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Israel jetzt langsam mal einen Punkt machen sollte, ja. Weil, äh, okay, das dem 7. Oktober ist natürlich nicht aus und vor zu lassen, das müssen wir auch noch in Betracht ziehen. Äh, dass Israel sich da wehrt und, äh, ein Zeichen setzen möchte, ist ja auch in Ordnung, ja. Aber, äh, aber es wäre doch wesentlich, es wäre doch wesentlich sinnvoller. Jetzt komme ich natürlich mit der typischen Taktik. Ähm, keine, keine Luftangriffe, ja, lieber ein, ein Bodeneinsatz, äh, und auch darauf achten, dass, äh, keine Zivilisten dann, äh, zu Schaden kommen. Ja, wir verstehen, dass zwar der ein oder andere Zivilist zu Schaden kommt, aber wir sind jetzt bei 13k, ja. Und das ist, äh, das ist nicht mehr, äh, zu rechtfertigen. Das ist eine klare Meinung von mir. Also, du sagst, ähm, man sollte mit Bodentruppen da reingehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, aber das, in, in, in Vergangenheit ist es ja schon mal passiert und das hat nicht geklappt. Was, was machen wir jetzt? Ja, dann müssen wir das halt nochmal machen, ja. Wir dürfen doch nicht einfach aufgeben. Oder machen wir IDF, äh, sterben? Ja, aber guck mal, ganz, ganz kurz, kannst du bitte den Ibrahim aus dem Chat, also unten im Chat, der, ich glaube, das ist auf Arabisch, ähm, der schreibt da die ganze Zeit Kommentare auf Arabisch. Ich verstehe nicht, was das soll, weil, das kann doch hier keiner verstehen, oder? Er schreibt, äh, doch, also ich verstehe es. Was willst du denn, was willst du denn von den Wätzen? Ibrahim, du sprichst mit Arabisch? Hallo, Arabisch. Äh, das ist alles. Was du sprichst mit Arabisch, Englisch? Hurricane, bist du rausgeflogen, oder? Das ist Arabisch. Nein, ich bin rausgeworfen. Macht Spaß, alles gut hat der nicht, ich bin rausgeflogen. Nein, der Ben hat, der Ben hat, der Ben hat keine Rechte. Ganz kurz, äh, das war auch nur Spaß, ach so, ich dachte, ich hätte recht. Es gibt hier keine Rechte. Es gibt hier keine Rechte. Ich habe gesagt, hier sind Juden drin, ich habe gesagt, hier sind Juden drin, die mögen dich nicht, du musst runtergehen. Ja, hey, Ben, was hast du gerade gesagt? Ben? Hat gesagt, die Juden sind drin. Nein, ich rechne von dir. Ben, was hast du gesagt? Check mir Modi-Rechte ab, sonst gehe ich raus. Keine Modi-Rechte. Aber der war vorhin Mod? Das war, das war aus Versehen. Ach so, okay, schade. Was hast du, warte, warte, was hast du denn vor mit dem Modi, was willst du schon wieder machen? So funktioniert das hier nicht. Warte, ganz kurz. Ich will einmal die Hope kick, hä? Ich will einmal die Hope raus kick. Ich weiß nicht, warum, aber... Wenn das hier passiert... Weil die redet hundertmal dazwischen, wolla, ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nur Bahnhof, nur Bahnhof. Ich habe gesagt, bei dir verstehe ich gar nichts, ich brauche Untertitel bei dir, du redest immer dazwischen. Ja, das ist so, leider. Wenn man lügt, dann muss man da angreifen. Das ist so bei mir automatisch. Jemand lügt, zack, ich muss rein. Ganz kurz, ich will mal ganz kurz da unten auf die Kommentare und so eingehen. Also eher gesagt, auf die Community. Alle, die hier drin sind, Leute, wie gesagt, hier werden Leute gesturmt, ja, sobald sie beleidigen. Nur, nur damit ihr das realisiert, egal, ob ihr, ob ihr pro Israel, pro Palästina, pro Afghanistan, pro Deutschland oder sonst was seid, das juckt mich nicht. Ob ihr Christen oder Muslime seid, interessiert mich auch nicht. Wer beleidigt, stimmt, ja. Eure Meinung könnt ihr zwar frei äußern, kein Problem, aber keine persönlichen Beleidigungen an irgendjemanden, der hier oben ist oder auch an irgendjemanden, der im Chat ist, ja. Und statt so viele Kommentare zu schreiben, liked mal lieber den Stream hoch. Macht euch mal ein bisschen auch nützlich. So, jetzt könnt ihr weitermachen. Ja, wo wollen wir weitermachen? Hoop, was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir denn für Israel? Dass die Hamas weg ist. Ein Apartment. Mal sehen, was so im Juni passiert, wenn ich da bin. Mal gucken. Nee, es ist Leitzeitpark. Mal gucken, was da passiert. Du möchtest, also, habe ich jetzt nicht verstanden, du möchtest wo leben? Habe ich nicht verstanden, sorry. Ich lebe hier in Deutschland. Ich bin dort regelmäßig zu Besuch, weil ich aus Israel komme. Und ja, ich will, dass die Hamas dort weg ist, das will ich. Dass es keine Raketen mehr gibt. Ja, das verstehe ich. Keine Terroristen. Das bisschen kann man sich ja nicht vorstellen, wie das ist, mit Terroristen zu leben, wenn man hier in Deutschland so ein schönes Leben hat. Das ist ein bisschen schwer. Ja. Immer in die Bunker gehen, versteckt und in Sicherheit bringen. Ja, ich denke mal, bei diesem Punkt sind uns ja alle irgendwo einig, ja, dass wir das nicht dulden, ja, egal von welcher Seite, wenn es in den Bereich Terror geht, dass wir alle nicht dafür sind, ja. Und da muss halt einfach wirklich was passieren. Wir jetzt durch unsere Gespräche werden sowieso nichts bewirken können, ja. Das Einzige, was wir vielleicht machen könnten, ist wirklich selber unsere Sachen packen, darüber gehen und das Problem auch in die Hand nehmen. Was hält ihr davon? Ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass wir eine Ideologie auslöschen können? Ja, Brenny, was willst du denn die ganze Zeit hier versuchen zu sagen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich versuche damit zu sagen, dass es ein aussichtsloser Kampf ist. Ja, aber nee, man versucht doch gerade etwas zu machen. Man versucht, man tut es. Aber meine Frage war ja gar nicht an dich und wieder fällst du ins Wort. Ja, weil du die, das fragst du jeden Tag tausendmal. Ich frage mich jetzt wirklich nicht. Ich habe die Kanne schon noch gar nicht gefragt. Du hast es tausendmal schon hier gefragt. Ich habe die Kanne schon noch gar nicht drüber geredet. Wieso du auf so eine Idee kommst, das überhaupt jedes Mal zu fragen, frage ich mich wirklich. Also, willst du, dass die nicht gegen die... Weil du sagst, die Hamas soll verschwinden und ich sage, die Hamas wird nicht verschwinden und kann nicht verschwinden. Ja, aber wer bist du, warte mal, wer bist du gerade, dass du sagst, dass du in die Zukunft gucken kannst, ja? Nein, nein, ich bin ein gebildeter Mann und weiß, dass eine Ideologie... Guck mal, ich kann sagen, eine Ideologie stirbt einfach nicht aus. Eine Ideologie ist etwas, wofür die Menschen ihr Leben geben, weißt du? So, das weiß ich einfach aus Fakten, aus Lesen, aus Büchern. Kannst du auch Hörbücher mal hören, das ist nicht so. Also man muss nicht immer irgendwelche Bücher lesen. Hörbücher gibt es auch sehr viele. Und wenn du das da mit dich ein bisschen beschäftigst und einen gewissen Bildungsgrad hast, dann kannst du auch viel Information aus verschiedenen Quellen sehr schnell dir aneignen. Und dann kannst du lesen, dass... Aber wir reden hier von einer Stadt Gaza, wir reden hier nicht von einem Land oder so. Leute, kommt mal ein bisschen runter, das ist fucking Gaza. Genau, dann glaube ich, dass nur noch eine Stadt übrig ist, oder? Ja, das ist eine... Nein, wir reden jetzt nicht, was traurig oder nicht traurig ist. Es ist eine fucking Stadt. Kommt mal ein bisschen runter. Es tut so, als wir über ein Land reden. Ein Riesenland, wo man sagen kann, überall ist der Hamas und das ist eine Operation, die zu bekämpfen. Es wird gerade versucht, auch wenn du sagst, auch wenn du der Meinung bist, dass es nicht klappen wird und dass es noch schlimmer wird. Oder weiß doch ich was. Es wird gerade versucht, etwas zu machen, weil es geht den Palästinenser auch mit der Hamas nicht gut. Es ging denen nicht besser. Es ging ihnen garantiert besser wie mit dem Bombenhagel. Natürlich sind die Bomben nicht gut, aber es wird doch gerade versucht, die Hamas... Was denkst du danach, wenn die Hamas weg ist oder wenn ein Teil weg ist, wird weiter bombardiert? Du tust so, als ob es jetzt für immer weiter bombardiert wird. Leute, was ich mich auch frage die ganze Zeit... Du kannst ja einfach reinkommen und reinplatzen, das ist asozial. Ich war die ganze Zeit schon drin, Bro. Nein, du warst gerade draußen. Ja, weil ich versehentlich rausgegangen bin. Okay, aber dann bist du jetzt reingekommen und bist einfach reingestürmt. Reingestürmt? Ja, ja. So fühle ich mich. Ich fühle mich überstürmt. Überschwemt. Ja. Bitte, 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 Leute. Ganz kurz. Lass mal ganz kurz. Hope, eine Ideologie ist einfach etwas, was einfach wie so eine Religion sehen. Was ich meine? Ich habe schon verstanden, was du meinst. Ich glaube nicht. Ich habe schon verstanden, aber man versucht etwas dagegen, man versucht gegen das Böse zu gehen. Man nimmt in Kauf, Israel nimmt in Kauf, dass Leute von der IDF sterben. Du tust dort auf den Verein gehen und einfach nicht sterben und nichts verlieren. Es gibt gerade so viele Familien, die in Israel sitzen und nicht wissen, ob die Kinder zurückkommen. Also bitte erzähl mir nicht hier. Was mit den Familien in Palästina? Guck mal, das ist ja das Ding. Sobald ich kurz auf Israel gehe, bist du direkt, ja? Und glaub mir, diese Familien, die in Israel sitzen und zu Hause sitzen und nicht wissen, ob die Kinder zurückkommen, das sind mehr Familien, als gerade was in Gaza passiert ist. Ja, weil du hast ja gesehen, wie viele Armeeleute da gerade rein sind. Du weißt ganz genau, wie viele Armeeleute da gerade nicht zu Hause sitzen, sondern in Stuttgart sind. Auf, auf, reg dich nicht auf. Das ist die typische Opferrolle. Ja, das ist immer dieses... Also sind Palästinenser nicht die Opfer? Wollt ihr das sagen, dass Palästinenser nicht die Opfer sind? Wenn Tagesschau postet, dass eine neue Synagoge eröffnet wurde, dann fragen die Palästinenser, was ist mit den zivilen Bevölkerungen von Palästina, was ist mit Moscheen. Wenn irgendwo Krieg gemacht wird, wenn Ukraine beschützt wird in den westlichen Medien, wenn Ukraine beschützt wird in den westlichen Medien, fragen Leute wie Sami, was ist mit Palästina. Wollt ihr ja nicht ausreden lassen. Bitte, ihr Lieber, bitte. Das ist die typische Opferrolle, Sami, mein Lieber. Aber das ist die typische Opferrolle, mein Lieber, von anderem Leid abzusehen, von anderem Leid abzusehen und bei allen Problemen ständig die Palästinenser auch ins Wort zu stellen. Nein, wenn ich Soldat wäre, würde ich sagen, nein, man, so eine Scheiße machen sie nicht. Du bist aber kein Soldat. Sami, du bist kein Soldat. Du setzt dich mit dem Thema Opfer-Täter-Tausch auseinander und eventuell wirst du dich und deinesgleichen in diesen Theorien wiedererkennen, mein Lieber. Okay. Du hast gar keine Ahnung, was das ist, um zu leben, Benni. Du hast keine Ahnung. Hopp, ist das Ding, sind nicht die Palästinenser in diesem Fall die Opfer? Die Opfer sind meines Erachtens nach die 1400 abgeschlachteten Menschen, die bei dem Terroranschlag am 7. Oktober eingeleitet wurden. Das sind die wahren Opfer. Schalom erstmal, Gottes Segen euch allen. So, Benni hat es jetzt nicht gefallen, dass wir gesagt haben, dass auch Israel... Keine Sorge, an der Stelle, ich werde das an jeder Stelle. Ich werde an jeder Stelle gegen Benni reden. Hört doch mal auf, euch gegenseitig auseinander, ihr redet ja übereinander. Meine Güte. Benni gibt so viele Scheiße von... Ist er jetzt gegangen oder habt ihr ihn gekickt? Nein, er ist gegangen. Benni, an der Stelle, ich verspreche dir, dass du... Er ist gegangen. Er ist gegangen, okay. Wenn du Scheiße labern wirst, ich dazwischenreden werde und Klarheit klarstellen werde. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo reinkomme, fängst du meine Begrüßung mit den Sätzen an. Ey, Beats for You ist bereit, Sachen einzusehen. Von dir habe ich noch nie etwas erfahren, wo ich etwas einsehen konnte. Du bist der Letzte, der mir irgendeine Information gegeben hat, die mich zur Einsicht... Beats for You, es reicht, es reicht. Nein, es reicht nicht. Backlow, warum können wir denn... Okay, ich stelle doch mal Bennis Frage, sind die Palästiner auch Opfer, ja oder nein? Weil das konnte ich eben gerade nicht beantworten. Auch die palästinensische Zivilbevölkerung, die nicht für die Hamas ist und sie nicht aktiv unterstützt hat und nichts mit der Aufzuspitzung dieses Konflikts zu tun hatte, sind definitiv zivile Opfer. Genau. Dann beantwortet eben doch, aber bitte die Frage nicht mit, nein, die 1400 Leute auf dem Festival sind die Opfer, sondern beantwortet ihm die Fragen mit, ja, das sind auch Opfer. Genauso wie die Leute in Israel, beide Seiten sind Opfer. Sind keine Opfer, sondern Täter. Er hat gefragt, sind die Palästinenser Opfer. Ich habe gesagt, es ist die Bevölkerung. Er hat auch einfach seine Fragen mit, ja, beantworten. Ja, natürlich sind das Opfer, was sollten die sonst denn sein, wenn die keine Opfer sind. Nicht alle beide zur gleichen Zeit, ihr Lieben. Hurricane, was sollen die denn sonst sein, wenn die keine Opfer sind? Jetzt mal, wenn man logisch denkt. Einfach seine Frage und sag nicht was anderes. Nein, aber er tut so, er sieht, ihr müsst mal verstehen, diese Leute, die sehen das gar nicht, dass Israel diese 1400 Leute Opfer sind. Die sehen das gar nicht ein. Das weißt du doch gar nicht, was er denkt. Der ist doch jetzt gar nicht da. Ich habe mit dir gar nicht geredet. Nee, aber ich meine, du redest jetzt nicht über einen Menschen. Schau mal, wenn man ständig, wenn man ständig, so, wenn man ständig von den Palästinensern redet und diese als Opfer darstellt, aber nicht einmal, nicht einmal in sechs Wochen über die 1400 abgeschlachteten Menschen strickt, dann ist es definitiv eine Opferdarstellung. Dann ist es richtig. Marandil, ich küsse deinen Augenbrauen, danke. Was war das jetzt? Wer will noch Augenbrauen geküsst haben, kommt noch zwei, dann haben wir erste voll. Haben wir noch drei Stück vor uns. Es wird nie über die andere Seite geredet, nur im Negativen. Über die Opfer, das ist scheißegal, über die IDF ist scheißegal, die sehen das noch nicht mehr. Dann lass uns drüber reden. Dann lass uns jetzt drüber reden. Nein, nein, wir reden darüber, wenn hier ein Palästinenser, Pro-Palästinenser reinkommt und sagt, ey, die wahren Opfer dieser Geschichte, dieser Aktionen sind doch wirklich die 1400 abmassakrierten Menschen und die Soldaten, die jugendlichen Soldaten, die von einer Terrororganisation gezwungen werden, nach Gaza einzumarschieren und dort ihr Leben zu lassen in einem Kampf gegen Terrorismus. So, das sind die wahren Opfer dieses Konfliktes. Das und das sind die wahren Opfer dieses Konfliktes. Die Menschen, die gezwungen werden, ihr Leben zu lassen, um gegen Terrorismus anzukämpfen. Das sind die Opfer, die Opfer des Terrorismus. Und genau das interessiert aber keinen. Doch, es interessiert uns. Wir hören zu, Hope. Ich höre euch beiden zu, obwohl ihr euch lustig macht oder was. Ich bin da. Das ist doch nicht lustig. Naja, oder was hat da irgendwas gesabbert. Wir reden doch gar nicht von dir. Wir reden von den Leuten, mit denen wir schon sehr oft geredet haben. Der Sammy, der ist nicht das erste Mal hier. Wir kennen den schon. Und es ist immer, wir kommen immer zu diesem Punkt, ja, die Palästinenser sind die Opfer. Und die Armee von Israel, die können ruhig sterben. Und die zivile Bevölkerung in Israel, ja, die sind gestorben. Es tut uns leid, aber dann wieder so zurück. Ja, aber die Opfer sind... Aber dann wieder wird die Frage, ist es okay, dass die Palästinenser sterben? Natürlich ist es nicht okay, wenn zivile Bevölkerung ein Stück. Aber genauso erwarte ich, dass man chronologisch zeitlich vorgeht. Und die Täter nach ihrer Reihenfolge, die Opfer nach ihrer Reihenfolge benimmt. Und angefangen hat es am 7. Oktober mit 1400 von der Hamas Terroristen abgeschlachteten Menschen. Und daraufhin noch... Ach ja, ich weiß nicht... Genau Bits4U, aber es hat auch schon ein bisschen vorher angefangen. Wir müssen sagen, vorher war ja... Ja, es hat einen Tag nach der Staatsgründung Israels angefangen. Die Palästinenser, die hatten ja vorher eine andere Regierung. Lass ihn doch erst mal ausreden, Danielo, bitte. Bits4U war gerade daran. Die haben gerade gesagt, dass sie darüber reden müssen oder möchten. Und dann werden die beiden immer unterbrochen. Und das Wichtigste, glaube ich, für alle hier... Ja, ist nicht reinzureden und das machst du ständig. Sorry. Ich bin bereit, an der Stelle ab dem Zeitpunkt 48 mit dir zu reden. Let's go. Bitte, Danielo. Ah, schon okay. Nein, nein, bitte, Danielo, bitte. Ab 48, worüber du willst. Reden wir. Lass es egal, hast es stecken, lass es stecken. Ist schon egal. Ah ja. Ist mir ein bisschen zu kindisch. Wir können auch vor 48 anfangen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, über diese Zeiten zu reden. Ich glaube, dass... Ja, er wollte es, ich habe es ihm angeboten. Ja, das Wichtige ist doch, dass... Was ich jetzt so sehe oder mitbekomme, es ist so ein Gegeneinander, ja. Man kann sich nicht zuhören, weil man hat Angst, der will das nicht oder der sagt das oder das. Und das ist kein Zuhören, es ist kein Aufeinander zugehen, ist nicht da. Und das müssen wir irgendwie schaffen. Und das heißt, dass wir Hope dir zuhören müssen und Beats for You zuhören müssen und wir müssen auch den Palästinensern zuhören. Das ist wichtig, dass beide Seiten, beide Seiten sterben, beide Seiten sterben. Das verstehe ich ja auch. Wir hören denen ja auch zu. Und beide, und beide Seiten müssen angehört werden und beide müssen auch am Tisch sitzen, weil das muss ja irgendwo, es muss ja irgendwo eine Zukunft haben. Weil Palästinender wird es immer geben, Israelis wird es immer geben und wir müssen jetzt versuchen, eine Brücke zu schaffen in diesem ganzen Schlimmen, was jetzt passiert ist und was jetzt auch noch weiter passiert, müssen wir Lösungen finden. Und die können wir nur finden, indem wir miteinander reden und uns austauschen und uns näher kommen, Hope und Beats for You. Ich möchte euch kennenlernen, ich möchte eure Storys hören. Hope, du hast auch schon viel erlebt, ich habe auch gehört, du warst bei der IDF. Und das ist, ihr habt Storys und die wollen wir auch hören. Wir müssen aber auch die Palästinenser hören und deren Leid jetzt. Und das ist jetzt der Grat, diese Gratwanderung, die wir jetzt alle zusammen machen müssen. Weißt du? Lohf, du bist das erste, glaube ich, hier. Nein, nein, Lohf hat recht, Lohf hat recht. An der Stelle, Lohf, ich frage dich mal direkt, weißt du denn unter welchen Menschenrechtsbedingungen die Zivilbevölkerung in Gaza aufgrund der Hamas lebt? Also beispielsweise, kann ich dir mal so einen kleinen Einblick geben. Wir haben beispielsweise keine Meinungsfreiheit, wie wir hier in Deutschland oder in Israel. Wir haben keine freie Presse, wie wir hier in Deutschland oder in Israel. Wir dürfen ihre Sexualität auch überhaupt nicht frei ausleben auf der Straße, so wie wir hier in Deutschland. Ja, ich höre es. Bist du noch da? Ach so, tut mir leid. Du warst kurz weg. Tut mir leid, Gleichberechtigung von Mann und Frau kannst du dort vergessen. Also ein Leben, so wie du es in Deutschland leben könntest oder in Israel, kannst du im Gaza-Streifen komplett vergessen. Aufgrund der nicht herrschenden Menschenrechte dort. Oder Gleichberechtigung. So, und jetzt frage ich dich aber an der Stelle, warum redet kein einziger Araber, kein einziger Moslem oder kein einziger Palästinenser darüber, dass die Menschen im Gaza-Streifen durch das eigene politische Regime von allerlei Menschenrechten beraubt werden. Und das schon seit über 50, 60 Jahren. Warum? In anderen Ländern hätten schon längst Bürgerkriege stattgefunden oder sonst irgendwelche Geschichten. Also in Syrien, in Afghanistan, in Zimbabwe beispielsweise, überall dort, wo das politische Regime radikal oder religiös wurde, fanden nach einer Zeit Bürgerkriege statt, die versucht haben, mit ihrem eigenen Leben, unter anderem, ihr Land von diesem Regime zu befreien. Aber die Palästinenser tun das nicht. Die Palästinenser verlassen sich darauf, dass Israel das für sie erledigt und verhöhnen Israel dabei auch noch. Ja, dass Israel sie von diesem politischen Regime befreit. Aber B2U, wenn ich jetzt... Huch, was ist denn jetzt los? Panischer, was ist denn mit dir los? Kosinus, ich küsse deine Leber, Bruder. Danke. Was? Ich küsse deine Leber. Was ist denn jetzt los? Hast du nicht gesehen? Der hat eine Geldpistole geschickt. Ach so, du küsst seine Leber? Ja. Okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Tja, warte, warte, kommt noch mehr. Mach dir keine Sorgen. Ich habe deswegen meinen Worten gemacht. Jetzt ist es aber gut, B2U, ich habe dich gehört. Das Wichtige ist aber, dass du nicht über Palästina redest, sondern über dein eigenes Land redest. Über die Israelis redest, weißt du? Können wir gerne machen. Nee, das Wichtige ist, nur mal kurz, nur mal kurz, Palästina muss über, die Palästinenser müssen über ihr Land reden. Und die müssen, die müssen über ihre, die müssen über ihre Sachen reden und ihre Meinung darüber haben. Richtig. Und ihre eigene, wie du auch gesagt hast, dass sie ihr eigenes finden. Und das ist eben auch so, wenn Länder etwas... Sie für ihre eigenen Rechte kämpfen, richtig? Genau, dass sie das können, dass sie das dürfen. Weißt du? So, und wichtig ist jetzt bei diesen Diskussionen, die wir haben, dass jeder muss reden über sein Land. Und was kann das Land besser machen? Was können wir besser machen in dem Land? Ich für Deutschland, weil ich lebe in Deutschland. Ich bin nicht in Israel, ich bin nicht in Palästina. Ich lebe auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das ist. So, und es ist wichtig, dass wir vor unsere eigenen Haustür kehren. Was muss in Deutschland besser werden? Was muss in Deutschland besser laufen? So, und dann müssen wir gucken, was, 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 wo müssen die Palästinenser ihre eigene Autonomität haben? Oder ihre eigene Entwicklung haben? Ja? Und wo muss Israel seine eigene Entwicklung haben? Und wo muss sich da das hin entwickeln? Und so müssen wir diskutieren. Nicht immer, derjenige redet über das Land, was aber nicht sein Land ist. Weißt du? Das ist, das bringt nichts. Also jetzt gerade in diesem Thema, meine ich. Da können wir nicht aufeinander zugehen. Ja, 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 guck mal, schau mal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ich wollte auf gar keinen Fall den Gaza-Streifen in seiner politischen Struktur kritisieren. Also lassen wir das mal beiseite. Aber ich rede einfach nur von den vorherrschenden Menschenrechten. Die Menschen haben dort so gut wie keine Rechte. Und das liegt nicht an Israel, sondern an dem politischen Regime und den religiösen Ideologien, die versucht werden, dort politisch durchgeführt zu werden. Beispielsweise Scharia oder sonst ähnliche Geschichten, ja. Und genau diese Geschichten sind die Menschenrechte rauben, ja. Und an der Stelle sollte jeder pro-palästinensische Aktivist erst mal... Aber du machst es schon wieder. Du bist schon wieder. Du bist schon wieder. Innenpolitisch ansetzlich. Ja, das ist richtig. Wenn er sich um das Wohlbefinden der Palästinenser kümmert, soll er auch innenpolitisch anfangen und nicht außenpolitisch. Weil wenn man ein Land verstehen will, sollte man sich zuerst die Innenpolitik anschauen, bevor man sich anschaut, in welchen Konflikten mit welchen Ländern die sind und wem man dort die Schuld zuschieben kann. Gut. Aber wichtig ist wieder, dass wir erst mal wieder... Du redest schon wieder über Palästina. Ja? Du redest schon wieder, was die Palästinenser machen sollen oder nicht machen sollen. Wichtig ist, was muss denn in Israel passieren? Was muss da regierungsmäßig passieren? Israel ist ein fluktuierendes Land. Also regierungsmäßig passiert da sehr viel. Also in Israel stellen sich die Bürger von Netanyahu's Haus beispielsweise. Ja, was du im Gazastreifen im Leben nicht sehen wirst, dass sich da irgendein Palästinenser vor die Hamas-Gebäude stellt und mit Schildern protestiert für irgendwas. Netanyahu wird ein Gericht gemacht nach diesem Konflikt. Nicht wegen des Konfliktes, unter anderem wegen ganz anderen Sachen, aber ihm wird ein Gericht gemacht. Denkst du, irgendeinem Hamas-Kopf wird jemals in seinem Leben ein Gericht gemacht? Denkst du das? Jetzt bist du schon wieder bei Palästina. Nein, ich rede von beiden. Ja, ich werde... Also du wirst von mir auch keine Israel-Kritik hören. Wirst du nicht hören. Die möchte ich auch nicht hören. Aber wir müssen darüber... Das ist richtig. Ich will auch nicht, dass du irgendwas kritisierst. Ich will nur, dass wir in dem Land, in dem du bist, oder in dem du... Dass du wertschätzt und dass du verteidigst jetzt in den Diskussionen, dass du da bleibst. Und nicht immer... Also soll ich raus... Was sollst du... Was sollst du? Also ich verstehe es nicht. Wir diskutieren hier und ich wollte mit dir doch über diese Thematik reden. Da geht es selbstverständlich nicht, dass man nur eine Seite bespricht. Es ist ja ein Wechselspiel zwischen zweierlei Parteien. Richtig. Aber wichtig ist mir auch, dass ein Palästinenser dann in dem Gespräch über sein Land redet oder über seine Autonomie redet. Und wenn du dann immer sagst, was sie machen sollen, können die ja gar nicht atmen. Sie können ja gar nicht... Du lässt die Leute ja zum Teil gar nicht denken. Aber was sage ich denn? Du bist immer bereit, jetzt geht es in den Kampf. Also wir machen jetzt 48 oder vor 48 und let's go. Ich bin bereit zu diskutieren. Richtig, let's go. Ich bin bereit für jede Diskussion. Aber bringt das was? Bringt das was, wie du das machst? Bringt das was? Und was bringt es? Also da ich das schon etwas länger mache und auch sehr viel positive Rezensionen bekommen habe, bin ich mir sicher, dass es etwas bringt. Alleine schon, dass ich mit dir auch vernünftig rede. Hier seit einer Stunde und versuche mit dir einen gemeinsamen Konsens zu finden. Sollte dir eigentlich die Intention, meine ehrlichen Intentionen zeigen. Weil ich rede respektvoll mit dir. Ich rede ruhig und sinnhaft. Am Anfang war es nicht so, aber jetzt ist es so. Am Anfang waren deine Argumente auch anders. Am Anfang waren deine Argumente auch dementsprechend anders. Meine Argumente? Und ich habe dir direkt gesagt, ich lache nicht über dich, sondern ich lache über dieses Argument, das du gebracht hast. Ja, es ist immer die Art und Weise. Also alles gut. Ich denke bloß, weißt du, ich bin selber Jude. Ah, sehr schön. Ich finde es... Hat Mettabaret Belbrich? Nein, ich spreche kein Hebräisch. Aber das Problem ist, dass wir... Was mir Angst macht, was mir speziell Angst macht, ist, dass wir etwas... Ja, wie soll man das aussprechen? Dass sich etwas so eskaliert in der Welt, was wir nicht wieder gut machen können. Verstehst du? Beats for you. Ja, ich verstehe dich, aber ich kann dir die Angst nehmen. Ich kann dir die Angst nehmen. Scheiß darauf, was irgendjemand von uns als Juden hält, weil das braucht dich nicht zu interessieren. Das Wichtigste, was du dir hinter deine Ohren schreiben solltest, nie wieder macht sowas jemand mit uns. Nie wieder. Und Israel ist bereit, jedem, der das in Frage versucht zu stellen, zu zeigen, dass mit uns nie wieder jemand so etwas macht. Und darauf bin ich stolz, dass dahinter stehe ich und dazu stehe ich auch, dass mit uns nie wieder jemand sowas macht, wie nach dem Holocaust oder wie mit dem Anschlag am 7. Oktober. Und in diesem Anschlag, es gab seit dem Holocaust keinen einzigen Tag, an dem so viele Juden gestorben sind, wie an dem 7. Oktober. Wie jetzt in diesem Jahr an dem 7. Oktober. Aber so viele Juden sind schon lange nicht mehr gestorben an einem Tag. Und ich sage, nie wieder macht jemand das mit uns. Und koste es, was es wolle. Israel hat das Recht, dafür zu sorgen, dass so etwas eine Organisation wie die Hamas nie wieder mit uns tut. Das ist unser gutes Recht. Und darum geht es hier. Und jeder, der versucht jetzt die Thematik auf die zivile Bevölkerung von Palästina zu führen, der ist ein Terrorpropagandist. Der versucht Terror zu propagieren. Der steht hinter dem Terror, den die Hamas erstellt. Ja, aber das macht uns auch blind. Das Propaganda macht blind, hundertprozentig. Nein, nein, wenn wir sagen, nie wieder und in der Form, wie wir es machen. Da ist eine Blindheit da. Also ich frage dich, da ist ein Starr, da ist ein Land, das seit 75 Jahren versucht, das andere Land auszulöschen und die Bevölkerung auszuradieren. Seit 75 Jahren. Und diese Ideologien charakterisieren sich, kristallisieren sich in den Jahren heraus durch Terroranschläge, durch Messerattacken, durch explodierende Straßen und Busse. Nicht nur in Israel, weltweit gegen Juden. Beispielsweise wurde das Olympia-Team damals, ich glaube... Ups, jetzt ist sie wieder weg. Kodinos, ich küsse die Pinzette deiner Augenbrauen. Danke. Und in den 75 Jahren seit Staatsgründung charakterisiert sich Israels Geschichte durch zahlreiche Terroranschläge, durch Messerattacken, durch explodierende Busse und sonst auch anderen Geschichten, die ich hier bei weitem nicht alle erwähnen kann. Und ich frage dich, irgendwann muss doch Schluss sein. Irgendwann an dem Tag, wo so viele Juden abgeschlachtet werden, wie seit dem Holocaust nicht mehr, an dem Tag spätestens, dann muss doch irgendwann Schluss sein nach 75 Jahren des Terrors. Israel hat nicht einmal von alleine irgendjemanden angeritten, weil Israel auch nicht daran interessiert ist, Krieg zu führen. Dieses Land Israel ist so groß wie Hessen, wie Hessen bei uns in Deutschland. Wie kann so ein kleines Land die gesamte Aufmerksamkeit der arabisch-muslimischen Welt auf sich ziehen und das seit Staatsgründung? Und das seit Staatsgründung? Das ist einfach nur perfide lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Und es ist lächerlich, wenn man versucht, in einer solchen Situation, wo Israel eindeutig angegriffen wurde, wo ein großer Teil der Bevölkerung ausgelöscht wurde innerhalb sieben Stunden. Innerhalb sieben Stunden. Wie schafft man es dann noch, das Ganze so zu drehen, dass man als Opfer da steht? Ich meine jetzt nicht dich per se, ich meine jetzt die ganzen pro-palästinensischen Aktivisten. Und wie schaffen sie das? Indem sie das Gesicht von Kindern und Frauen und schwangeren Frauen instrumentalisieren und diesem Krieg ein Gesicht geben, ein kindisches, ein Gesicht von Kindern, von leidenden Kindern. Und mit emotionalen Argumenten schafft man es, die Masse zu bewegen. Und das ist der Grund, warum der Propagandakrieg aktuell von Israel nicht mal geführt wird, aber verloren wird. Weil die Hamas gewinnt diesen Propagandakrieg durch emotionale Argumente, wie es sterben Kinder, wie die zivile Bevölkerung, wie Genozid, wie Israel ist ein Besatzungsland, wie Israel unterdrückt die Menschen. Israel unterdrückt niemanden. Das ist ein demokratisches Land wie Deutschland. Die machen so etwas nicht, die sind an so etwas nicht interessiert. Die möchten einfach leben, lieben, lachen. Das ist es, was Juden wollen, was Israel will. Das ist es, was alle anderen Menschen wollen, in Frieden zu leben. Aber wenn du seit der Staatsgründung ständig versuchst, degradiert zu werden, dämonisiert zu werden, propagandistisch oder auch mit Terroranschlägen angegriffen wirst, schau dir mal, es gibt einen Live-Ticker für die Raketen, die tagtäglich nach Israel fliegen. Dann kannst du dir mal anschauen, alleine die Zahlen an Raketen, die nach Israel geschickt werden. Gut, sie werden zu 90 Prozent vom Iron Dome abgefangen, ja. Aber sie werden doch verschickt, Tag für Tag. Und das hört doch nicht auf, Tag für Tag. Und die Hamas hat doch bis jetzt die Geisel nicht. Die reden von Frieden, von Verhandlungen, von Waffenruhe. Aber jetzt frage ich dich, haben die 240 Gefangenen dann auch Waffenruhe in den Kellern oder Bunkern oder wo sie gerade gefangen werden? Kriegen die dann auch Waffenruhe? Kriegen die dann Ausgang für fünf Tage, bis es dann weitergeht? Wie soll das funktionieren? Die Hamas soll unsere Leute rausgeben. Und von mir aus kann der Krieg dann aufhören. Aber solange sie sich nicht dazu bereit erklären, abgesehen von den 1400 abgeschlachteten Menschen, zu denen sie sich bekennen und wie sie per GoPro-Videoaufnahme aufgenommen haben, deren Massaker und das ins Internet gestellt haben. Und wenn sie an der Stelle nicht mal sagen können, okay, wir haben es übertrieben, wir geben die Geiseln zurück. Danach können wir doch hoffentlich über Frieden verhandeln. Wobei ich auch sagen muss, wer hat Bock mit Terroristen, sich an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln. Obwohl Israel das ebenfalls seit 75 Jahren tut. Und irgendwann ist Schluss. Ja, irgendwann ist Schluss. Du hast recht, das ist eine sehr radikale Sicht. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Und ich möchte nicht mehr, dass Israel tagtäglich, Woche für Woche, Monat für Monat, Zivilisten durch Terroranschläge verliert. Du sagst, Israel ist eine Militärmacht. Aber wie kam es denn dazu? Wie kam es zu einer solchen Aufrüstung? Wie kam es dazu, dass Israel Forschung und Entwicklung betreiben musste, um ein Iron Dome, um ein Raketenabwehrsystem zu konstruieren, zu errichten? Das war die Not. Die Not. Man war gezwungen, das alles zu machen. Sonst, wenn Israel ein Attackierer wäre, würde dieses Land doch sein Geld in Waffensysteme stecken und nicht in Abwehrsysteme, die die zivile Bevölkerung verteidigen sollen. Bits, ganz kurz. Bits, ganz kurz. Sorry, dass ich dich unterbreche. Anni, lo ma minna, maschi amra. Anni, ma marsch lo ma minna, bese. Ah, was? Wen denn? Was Laufberg gesagt hat? Du hast mich richtig verstanden. Aber das spielt keine Rolle. Ich kann das jetzt nicht sagen, aber okay, wir reden später. Okay, was war das denn? Ich höre Sprache gerne. Ich bin schwer, das zu formulieren. Ja, manche Wörter hat man einfach nicht. Ja, das versteht man dann. Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Was ging ab? Die haben dich vermisst. Ich höre ich auch. War Aki Schwitzkasten ohne Quelle da? Nein, der war nicht da. Nein, nein, der war nicht da. Schade, ich habe gedacht, der wäre wieder hier ohne Quelle gewesen. Nein, nein, der Aki Schwitzkasten, der ist ein Wochenende. Ach, ja. Sonst triggern wir ihn an seinem Wochenende. Aber der kann gerne hochkommen, ja? Jetzt ist der Sheikh-Panisher ja da. Ich kann mit ihm ja debattieren. Kein Problem. Ja. Was ist mit Panisher? Du bist jetzt der neue Sheikh. Sheikh-Panisher? Sheikh-Panisher, ja. Leute, ich glaube, wir machen mal zwei Stunden Pause. Was sagt ihr? Das ist eine gute Idee. Ja, ihr könnt euch alle mal einen Tee machen. Euer Blutdruck wieder runterfahren, alle. Ich bin schon am Glück. Ach, der ist nicht oben. Der ist nicht oben. Alles gut. Ja, wieder alle ein bisschen runterkommen. Und in zwei Stunden sehen wir uns dann wieder in aller Frische. Kein Problem. Und dann mache ich ein anderes Bild rein. Dann schreibe ich Free Germany statt Free Palestine. Ich tue jetzt einfach jedes Mal, wenn ich live komme, nehme ich einfach ein anderes Land. Was hältst du davon? Ja. Emily, Emily, die hat einfach ein Tag für auf dich gemacht. Krass. Nein, nein, sie versteht mich doch. Ich weiß, ich sag ja, du hast ein Tag für auf sie gemacht. Darf sie einfach so? Geh spielen. Bist du fest, dass sie gar kein Land haben? Ja. Martin, ja. Nee, Martin, ja. Alles gut, alles gut. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich glaube, wir machen mal jetzt eine kurze Pause. Ich will auch was essen. Ich bin eher am Autofahren. Ich brauche eine Stunde bis nach Hause. Und dann auch ein bisschen was essen und sowas. Ach, du ist ganz gut. Genau. Und dann treffen wir uns einfach in zwei Stunden wieder an der Grenze Gaza-Israel. Na, Gaza-Israel-Grenze. Alles gut. Und dann, ich gehe auf Seite von Gaza wieder und ihr könnt auf Seite von Israel gehen. Nein, nein, ich gehe auch von Seite auf Gaza. Gar kein Problem. Ja, kein Problem. Aber Leute, wenn ich später zurückkomme, ich werde richtig böse gegen Israel schießen. Bereitet euch vor. Panischer, wir können auch eins gegen eins machen. Können wir gerne machen. Wohlschau mal deine Freunde, ich komme auch alleine. Ich brauche keine Freunde. Du hast es gar nicht verstanden. Hey, 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 dann. Gottes Segen. Und dann bis später. Bis später, Leute. Gottes Segen. Ja, danke. Und Aki, komm eine Quelle. Wenn du kommst, wenn du hörst, hier kommt eine Quelle bitte. Aber nicht Quelle-Katalhaut. Aki kann immer gerne hochkommen. Welch Aki? Aki Schilzkasten. Der hat jetzt erst mal viel zu tun. Der hat jetzt erst mal viel zu tun. Dann sucht er mir ein Hadith. Und dann kommt er. Und ich habe auch sehr viel zu tun, wie ich ihn gesagt habe. Ich werde gucken, ob dieser Hadith daif ist. Und dann reden wir darüber. Aber erst mal bringt er mir diese Hadith. Und dann können wir gerne über den anderen reden. Und bis dahin bleibt der andere Sahih. So schaut es aus. So schaut es aus, Bruder, ja. Das ist vollkommen recht. Leute, wenn die in Zukunft mit euch debattieren wollen, ja, und ihr seid apostolisch, also ihr seid katholisch oder orthodox oder so, und die kommen mit Eberfelder oder die kommen mit Schlachter, dann müsst ihr sagen, nein, 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 das ist nicht Sahih, das ist für uns Daif, wir nehmen nicht an. Die müssen mit richtigen Übersetzungen kommen, dann. Ich habe das doch mit einem Muslim da gemacht, als er debattieren wollte, der ist verrückt geworden, der wusste nicht mehr, wo er gucken soll. Ich habe so die Schnauze voll gehabt, von diesem, ich nehme das nicht an, ich nehme das nicht an. Es liegt doch nicht an dir, was du annimmst. Das steht in deiner Schrift und du musst es annehmen. Also ich will mich ja gerne mit diesen Leuten einfach respektvoll unterhalten und einfach mal austauschen und die Punkte bringen, ja, weil die fragen ja ganz klar, was ich daran zu kritisieren habe, dann bringe ich diese Punkte und zwar mit einer respektvollen Art und Weise, aber wenn er mich dann für dumm verkaufen will und sagt, ja, nee, das nehme ich nicht an, ja, wenn du das nicht annimmst, dann brauchst du doch nicht an diese Religion zu glauben. Weißt du? Ja, genau so sieht es aus. Ja, ist einfach so. Deswegen, ich mache das in Zukunft auch nur noch so. Ich würde, ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, egal wie oft der jetzt reinkommt, ich würde ihn direkt immer drauf anhauen auf diese Quelle, ich warte da drauf, ich bin gespannt, wann er die bringt und wenn er die nicht bringt, dann braucht man auch gar nicht weiter mit ihm reden, weil dann kommt er wieder mit irgendwelchen Argumenten ohne Quelle und dann häuft sich das irgendwann mal, dass wir so viele Quellen von ihm brauchen, dass er wahrscheinlich sein eigenes Hadithbuch schreiben kann. Bruder, du hast doch gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, Panischer, so viele Hadithquellen, wie du mir gegeben hast, ich komme nicht mehr hinterher. Ja, ja, natürlich nicht, aber wir haben ja noch nicht mal angefangen, ihm viele Quellen, wir reden ja gerade mal über drei oder vier Themen, die schon zig verschiedene Haditha haben. Lass uns mal alle Themen aufmachen. Ja, dann soll mal die Schuhe 4, Vers 16 und 17 mal lesen, ja. Ja. Okay, meine Lieben, also, wir machen jetzt kurz Werbung, ja, für zwei Stunden, guckt euch in der Zeit einfach, guckt euch mein Profil an, da sind genug Videos, auch mein Hauptprofil, da sind genug Videos für euch, ja, ein paar paranormale Videos, das ist eure Werbung und wenn ihr dann wiederkommt, ja, wird das den einen oder anderen vielleicht auch geistig ein bisschen treffen und dann wird das schon passen, so mit der Unterhaltung. Der Heil der Gott ist jemand, alle. Warte, hier will noch kurz jemand hoch. Okay. Gucken wir mal, wie wir ihm helfen können. Na? Ich bin eine Frau. Was ist euer Problem? Ah, einfach. Mardin, Mardin, Lie. Äh, was ist euer Problem? Wie meinst du das? Was für Sprachen sprecht ihr, der Opfer? Was ist dein Problem? Du, halt, da, was ist dein Problem? Darf ich, darf ich ganz kurz mit dir reden? Darf ich ganz kurz mit dir reden? Kacke auf dich und auf Israel und auf deine Ehre, du Schlampe, Scharmotasch. Iiiiih, du alter Schwere. Haupt. Was ist los? Was will dieser Fan? Das ist über mich. Das ist über mich zu sagen. Warte, du sagst, von mir. Nochmal, also, äh, nochmal, ja, in meinem Stream wird definitiv keiner beleidigt und eine Frau, ja, die solche Worte wählt in der Öffentlichkeit, die sollte sich echt was schämen, denn da mangelt es wirklich an Erziehung, ja, also, äh, ich weiß nicht, ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin einfach ohne Worte, dass eine Frau hier hochkommt. Vielleicht hat sie einen vollen Darm und deswegen muss sie auf Israel kommen. Ja, aber, weißt du, nein, jemanden so zu beleidigen, jemanden so zu beleidigen, ja, gehört sich nicht, ich kann dazu nur eine Sache sagen, wir handhaben das eigentlich so, die liebe Hope, äh, ich und der ich bin und, äh, der Alessio und ich denke mal, der Beat und alle anderen, wir tun das mit, ähm, Beleidigungen, tun wir das so handhaben. Wir sehen das als Geschenk, ja, und ein Geschenk, was wir nicht annehmen, bleibt bei dem Schenker, ja, also, das, was du gerade zu der Hope gesagt hast, sie nimmt das leider nicht an, also bleibt es bei dir. Was du damit anfängst, ist deine Sache. Ja, so sieht es aus. Sie müssen immer, wie immer, die ganze Zeit immer nur beleidigen. Sie können aber nicht reinkommen und sachlich debattieren. Ja, sie müssen erst immer erst mal beleidigen. Ja, wie du es gesagt hast, wir nehmen das Geschenk nicht an, sie soll es selber für dich. Ja, ganz kurz, Israels Ausschlappen auf ihren Kopf, fertig. So, Mädchen, was willst du noch? Hast du noch was zu sagen? Nee, scharf dein Nacken. Hat jemand mit dir geredet? Mädchen, hast du noch was zu sagen? Oder kannst du auch was anderes außer beleidigen? Wie alt war deine Rebekka? War die nicht vier oder drei? Mädchen, wie alt bist du Rebekka? Jetzt kommt sie mit Rebekka. Oh, Mama mia. Lass sie bitte drinnen, Parcher. Bitte lassen sie drinnen. Ihr wollt doch ein paar Nützchen schreiten. Geht mal alle auf Stumm. Wir gehen nicht auf Stumm. Wenn jemand hier auf Stumm geht, dann gehst du auf Stumm oder rum. Guck mal, du kleine Jüde. Du kleine Züge. Oh, geht mal alle auf Stumm. Du unterstützt Leute, die morden. Hallo, hallo, wie geht's euch? Ja, ich bin nicht, weil ich unterstütze mich mal mit dir. Okay, alles, das ist doch alles gut, ist doch alles okay, ist doch alles super. Ich will euch nur was fragen. Mädchen, bitte. Jungs, hallo, guten Abend erst mal. Guten Abend, hallo. Guten Abend, wie geht's euch? Okay, alles super. Ich wollte euch mal so fragen. So, ganz kurz, so. Ihr könnt ja nicht noch mal. Was ist jetzt mit Rebekka? Was ist mit dir? Ja, ja, was ist mit dir? Was ist mit Rebekka? Was kommst du mit Rebekka? Leute als Juden? Dann sagt sie, ihr könnt nicht noch mal reden. Junge. Ich frag dich, was ist jetzt mit Rebekka? Wie alt war sie? Wie alt war sie? Wer ist Rebekka? Wer ist Rebekka? Ihr wisst gar nichts. Erzähg mal was. Wer ist denn Mohammed? Ich war in der Palästina und sie kommt mit Rebekka. Wer ist Mohammed? Das ist mein Prophet. Seine Schuhe. Und was hat er noch gemacht? Seine Schuhe auf deinen Kopf. Nein! Sag es auf meinen Propheten. Sag es auf seinen Kopf. Hey, rede mal Deutsch. Ich verstehe dich nicht. Was redest du da? Sag jetzt auf seinen Kopf. Ich verstehe dich nicht. Rede mal bitte Deutsch, ja? Martin? Ich bin in Deutschland geboren, leider. Das ist schwierig. Nein, du bist in Deutschland geboren. Das ist kein Problem. Erzähl mal was über Mohammed. Leute, ganz kurz. Leute, ganz kurz. Es ist mir gar keine Ehre, hier in Deutschland geboren zu sein. Ganz kurz, ganz kurz. Martin, 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 Martin. Martin, 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 Martin. Guck mal, wir alle auf einen Personen. Guck mal, ihr seid so wie die Zürcher. Martin, kann ich dir eine Frage stellen? Du kommst doch hier hoch und greifst uns an. Ich rede doch ganz normal mit dir. Kann ich dir eine Frage stellen, Martin? Ja, ganz so. Okay, guck mal. Du sagst, leider bist du hier in Deutschland geboren. Hörst du mir zu oder hörst du mir nicht zu? Ja, bitte. Okay, guck mal. Du hast ja gerade gesagt, du bist leider hier in Deutschland geboren. ganz kurz habt ihr nicht gelernt du bist genauso gerade sehr unverschämt gewesen also belehr bitte die leute hier nicht guck mal noch mal meine frage also du sagst du bist leider hier in deutschland geboren guck mal du sagst du bist leider hier in deutschland weißt du was das ja okay dann bist du leider hier in deutschland okay also du findest es ja leider guck mal du sagst gerade du findest es unverschämt dass die leute reinreden aber ich will dir eine antwort geben ich will ja auch eine frage stellen und du unterbrichst mich auch ständig also guck mal also was du anderen leuten vorwirst das halte erst mal selber ein bisschen ein guck mal ich bin noch gar nicht mal unnötigerweise komme ich einfach nicht zu stellen ich zeig dir mal ich zeig dir mal was du jetzt schluckst pass mal auf du hast du gut auf die kacke von guck mal passt du gut auf ich zeig dir was du jetzt so das schluckst du jetzt guck mal ganz ehrlich du kannst von unten zuhören du kommst hier hoch du beleidigst alles und geht dann gehst du so weit dass du jeden unterbrichst aber wenn man dich mal in ein gespräch reinholen will und ganz normal unterbrichst mich auch also guck mal deine medizin also schmeckt dir selber überhaupt gar nicht jetzt bleibst du da unten und jetzt hörst du einmal ganz kurz zu du hast gesagt leider bist du hier in deutschland geboren das war deine erste aussage die du jetzt wieder revidiert hast du hast gesagt du bist im libanon geboren ok also wir nehmen mal die aussage die erste aussage dass die stimmt weil du bist ja hier in deutschland auch und für deinen leider gibt es eine lösung die kannst du dir per flugticket kaufen und in deine heimat zurückgehen ja da bist du gut aufgehoben du hast hier nichts verloren menschen wie du die sagen dass sie leider hier in deutschland sind haben hier nichts verloren du hast ein ausreiserecht verstehst du dass ein recht was du nutzen kannst wenn du das geld für ein ticket nicht hast schreibt mich privat an ich zahl dir ein ticket auf meinen nacken versprochen ehrenmann ich habe wieder auf deinem thema ich meine das ernst sie soll mich anschreiben ich zahle ihr ticket wenn ich ausreisen will zahlst du mir auch mein ticket ich beteilige mich ich beteilige mich ich bin also nur bei ja nein sagst du mir mein ticket ich bin leider gerade in deutschland sagst du mir mein ticket er ist guter und sie kommt mit dem weg zu erneut und dann kommt sie mit rebecca und rebecca ist nicht 3 10 10 7 die märkte wie sind noch muss man ihn nur noch beweisen ja ja sie meint die dreijährige ja ganz kurz sie meint die dreijährige die eigenhändig kamele getränkt hat mit glittern eimann mit schweren einmal zeigt mir was so eine dreijährige und in der bibel das mensch steht nicht ein wort über das alter von rebecca die machen mathematische raketen wissenschaftsrechnungen um auf dieses alter zu kommen weil ein verrückter rabbiner ein einziger irgendwann mal so eine these aufgestellt hat okay aber der rest der gelehrten das alte testament gibt das noch nicht her ich kann das kurz aufklären im talmud gibt es eine stelle die besagt dass eine frau am ersten tag des dritten lebensjahres bereit ist das ehebett zu begehen also sich zu verheiraten und sex zu haben aber was viele vor allem ich habe die ich habe diese dieses zitat bei sehr vielen salafisten hier auf tik tok gesehen sie nehmen sich dieses zitat aus und versuchen zu erklären dass im youtube geschlechtsverkehr mit dreijährigen kindern erlaubt ist so im talmud und auch in talmud wird ganz klar und deutlich erklärt dass das leben dass die leben das leben einer frau damals in drei verschiedene abschnitte geteilt wurde abschnitt 1 2 und 3 erster abschnitt baby 2 abschnitt kind dritter abschnitt erwachsener und nun steht im talmud ab dem dritten lebensjahr den ersten tag das dritten lebensjahres das heißt am ersten tag des dritten lebensabschnitt aus einer frau dankeschön vielmals und jedes mal jemand erklären möchte dass im judentum oder im christentum kinder ab drei jahren erlaubt ist dann dann sage sagt ihnen was sagt ihr für pädophile dass die vorstellung hat dass man sex mit einer dreijährigen haben kann das geht rein physisch geht das einfach nicht aber warum redet ihr dann über warum wir arbeiten hier ich bezahle euch gerade die steuern weißt du oder mit hörst du mich jeder von euch seid mal männer ich rede ich rede hörst du mich die anderen sind alle sturm hörst du mich ihr hunde ich frage dich jetzt was wer hat hier bevor du hoch gekommen bist über reiche oder über muhammad oder über sonst wen geredet in dem beantwortet weil er und wie hast du beantwortet wer eine hat unten das reingeschrieben ich habe ihn gesagt wie andere wie hast du wie hast du ihn gerade genannt wie hast du ihn genannt ist das ist das dein bruder sind wir deine geschwitze dass du so mit uns redest nein sind wir mit dir verwandt dass du uns so nennst solltest du nach unten sein werden gehören wir mit dir haben wir mit dir aber auf der einen schritt der sind wir zu beantworten ihr mögen das gibt es doch nicht ich rede ich rede mit ihr normal ja ich sage sie ganz normal aus frankfurt irgendjemand ihren propheten oder sonstwas das war hier gar nicht das thema das ist nicht das thema ja und auch danach hat keiner den beleidigt und soll ihn auch keiner beleidigen ja und dann habt ihr gesehen was für was für ein was für was für ding was für erziehung ja die hat er das ist doch nicht normal die hat in drei minuten 5 war beleidigt neuer rekord ja sein monstern schon die frauen damit an aber das schon jetzt sich auf das niveau begeben und reinkommen und auf diese art und weise beleidigen ganz ehrlich sorry tut mir leid die lara marginally keine ahnung wie du dich nennen es war schon eingesagt jemand in die vhs da kannst du kurse buchen da wird dir benehmen bei gebraten deine eltern das schon nicht geschafft haben dann schafft das vielleicht eine deutsche institution ich küsse dein herz für diese feuerwerke bruder danke nein guck mal ich sage euch ganz ehrlich gern ich habe sehr viele freunde ja die martin hier sind das sind das sind aber weißt du libanese aber und wenn die sehen wie die sich benimmt und wie die redet ja die würden ihr höchstpersönlich den arsch aufreißen denn das geht nicht verstehst du was ich meine die hat die hat absolut keinen anstand wie kannst du als frau in die öffentlichkeit gehen ja und solche beleidigungen wie die gerade um sich geschmissen hat ja wie kannst du sowas machen haben deine eltern dich etwa nicht erzogen ja das gibt es doch nicht ehrlich dass ich verstehe das manchmal nicht okay leute kommt wir machen jetzt ein bisschen pause wir haben jetzt schon wieder 15 minuten überzogen ja ist ja jetzt egal was mit der ist ja die die hat ihre eigene medizin gerade bekommen und das auch noch auf ihrer eigenen sprache ja ich hoffe es schmeckt ihr mehr kann ich dazu nicht sagen und dann gottes segen meine lieben wir sehen uns in zwei stunden wieder ja schont eure finger damit ihr später leicht wenn wir später nicht innerhalb von einer stunde 100k likes haben ich mache den stream aus und ganz also gottes segen an mann und an diese die darauf und gerade die hier so um war noch mal israels hausschlappen die getragenen hausschlappen auf dein kopf ich soll mal die die frau lesen 5 1 3 4 3 4 und dann sollte er herkommen dass mohammed wirklich eine sechstjährige geheiratet hat und sing sing mit neun getan hat ja gottes segen euch alle heiter gottes segen will noch jemand ein abschlusswort sagen oder ich mache jetzt aufs tschüss bis später tschüss gabi gottes segen gespielt ja israel begeht kein völkermord richtig an die idf ich küsse deren herze checkt alle meine beats aus leute leiten meine beats leiten warte mal beats beats machst du wirklich ich brauche einen beat ja für ein sehr besonderes lied ist kein witz ja lass dir mal mein telegramm geben lass uns mal da was machen ich brauche echt ein beat für ein sehr sehr besonderes lied sich aus malen das wäre mohammed und dann ist es überhaupt nicht ich sprich von moslems da meinst du den islam oder nicht oder reden wir jetzt aneinander vorbei die muslime die reinkommen regen sie bei den zweiten auf was im endeffekt gar nix mit dem islam zu tun hat aber die machen das daraus so und das ist was komisch ja ich muss dazu was sagen jetzt ja das stimmt bitte ganz kurz jetzt wollen viele was sagen wartet ganz kurz so löwenherz lassen wir noch mal die f so will nur ganz kurz was sagen glaube ich dann hast du das lustig was ich mache gerade löwenherz das ist das ist der roll natürlich kannst du das machen warum sollte ja wenn ich dann noch andere bilder zufüge zum beispiel hätte deine frau und ich hätte neben deiner frau das andere ist getan würde dir das gefallen das ist doch was du vergleichst du vergleichst du vergleichst bieren mit äpfel das war vollkommen anders der prophet ist für uns ganz ganz oben wichtiger als unsere eltern die kinder und alles andere das das müsst ihr ja wissen du kennst dich ja bei dem islam aus war doch gar nicht der prophet das bild war nicht das hast du in deinem stream gesagt habe ich nie gesagt lüge hast du gesagt ich habe ein video davon ja schick mir das video wird lüge stimmt genau genau du sagst wenn ich jetzt sagen würde rotze auf das gesicht deiner frau findest du das okay das ist ja dann auf die persönliche ebene finde ich nicht okay aber das machen leute in deinem stream ich wurde runtergeschmissen von dir weil ich als hund bezeichnet habe aber er hat gesagt alle islamisten ich rotze euch an eure kinder und du hast einfach mitgeguckt du hast mit gelacht ich habe dein lachen gehört ich wurde runtergeschmissen findest du das fair warum darf der roll bei dir aussprechen ich kann mich an diese situation tatsächlich nicht erinnern ich hab alles auch wieder alles gut wenn ich jetzt so darüber guck mal wenn alle durcheinander schreien bei mir in meinem stream schreien oft alle durcheinander wenn ich jetzt so darüber nachdenke über das was du gerade gesagt hast wenn das wirklich so gewesen sein soll das war ja schon es war ja vorgestern schon so also wenn das so gewesen sein soll dass er es persönlich zu dir gesagt hat dann hätte ich das hat er zu uns allen da unten gesagt falls die leute ist nicht mal wenn die leute man das schönst besucht ich weiß du weißt du wie oft roi bei mir runterfliegt weil er zu laut ist selbstverständlich da mache ich doch keinen unterschied nee hast du nicht der war halbe stunde oben hat uns beleidigt du hast nichts gemacht ein lager aber löwenherz sobald sie anfangs zu beleidigen händige zwei kreisen über auf bin ich gleich wieder runter bevor dass hier voll wird löwenherz warum wurde ich dann runtergeschmissen. Ich wurde sofort runtergeschmissen, weil ich gesagt habe, Reu, du bist ein Hund. Okay, das war jetzt. Du machst ja die ganze Zeit, du willst es auf die Schiene machen, dann mache ich jetzt ein anderes Bild rein, wenn du jetzt nicht runternimmst. Das ist in Ordnung. Nein, nein, nein. Du kannst machen, was du willst, Junge. Das Bild nehme ich nicht runter. Ey, guck mal, ist so. Das Bild bleibt jetzt da. Ich habe ja auch dein Bild, Löwenherz. Ist ja kein Problem. Dann ist es morgen in den Zeitungen. Ich habe ja kein Problem damit. Ich habe ja keine Angst vor dir. Leute, Leute, es geht doch darum, dass man endlich mit dem verdammten Hass aufhört. Nein, ich würde mal... Aber was für ein Hass? Er redet doch hier die ganze Zeit über die Muslimen, über Schwimmbäder. Wer ist denn Josef Fritz, Löwenherz? Er hat seine Kinder, äh, seine Tochter eingesperrt und sieben Kinder von ihm gemacht. Er ist Österreicher. Wer ist Wolfgang hier, Pricklopi? Er ist Deutscher, hat eine Frau acht Jahre lang vergewaltigt im Keller. So soll ich dir jetzt noch hundert Beispiele nennen, über Deutsche. Guck mal, der hat sein Foto jetzt hingetan. Hast du das jetzt als, äh, hast du das als Foto genommen jetzt, oder hast du das, Löwenherz? Ja, das ist so hieb der Grund wie bei Ihnen. Sie macht das so dreckig, dann mache ich das auch, ganz einfach. Ich mache das nicht dreckig, ich mache das auf deine Art. Moment, ich mache das auf deine Art. Aber die wird verblühen, sie postet Bilder von irgendwelchen Leuten. Erstmal, Gottes Segen, Anna Löw. Moment mal, Löwenherz. Ja, okay, ich mache es wieder weg. Gottes Segen, Anna Löw. Ja, der hat mich dann in den Kommentaren gestummt. Darf ich mal was sagen? Zwischenrein mal was sagen? Und zwar folgendes. Ich finde es, ich finde es echt unglaublich, ja? Er stellt sich da hin, dieser Löwenherz, ja? Und zündelt, ja? Er zündelt praktisch, er spielt mit Gefühle von Menschen, ja? Und legt Feuer, ja? Und macht sich dann vom Acker, ja? Und lässt das Feuer einfach brennen und sagt, ich habe nichts damit zu tun. Also provozieren, ja? Ist was anderes. Provokation kann auch auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Aber das, ja? Ja, so zum Beispiel so Bilder reinzusetzen, sagen, ich habe damit nichts zu tun. Wenn jemand so etwas in meinem Chat sagt, damit habe ich nichts zu tun. Ja? Zeig mir deine Freunde und ich zeige dir, wer du bist. Und ich nenne dich, Löwenherz, du bist ein Brandstifter und machst dich dann aus dem Acker, ja? Wenn es nicht gefährlich wird. Du bist ein Lübner. Du bist ein Lübner. Stummig mal bitte. Du bist ein Brandstifter, ganz einfach. Du bist ein Lübner. Du bist ein Lübner. Erstmal muss man das ertragen. In unserer deutschen Gesellschaft muss man das ertragen. Du bist ein Lübner. Und ich bin nicht abgeholt, ich wurde runtergeschmissen. Ich wurde runtergeschmissen. Du bist ein Lübner. Weißt du, was ein Brandstifter ist? Ein Brandstifter ist der, der wo Feuer legt, ja? Und sich dann vom Acker macht und sagt, der hat nichts damit zu tun. Du hast es wieder wahr. Ich habe mich nicht vom Acker gemacht, du Lübner. Ich habe mich nicht vom Acker gemacht. Ich wurde runtergeschmissen. Das ist doch nicht so alt. Löwenherz, Löwenherz. Ich habe es jetzt auch nicht runtergeschmissen. Nein, ich meine nicht jetzt. Du schätzen es. Die ist auf die persönliche Ebene gegangen. Deswegen habe ich sie persönlich dann angegriffen. Hör auf. Du bist ein Brandstifter. Und du weißt, dass du ein Brandstifter bist. Du selber hast gesagt, du provozierst. Aber ich provoziere das so richtig. Ja, du provozierst. Aber du solltest mal aufpassen, weil derjenige, der provoziert, der muss auch damit rechnen, dass was zurückkommt. Willst du mir jetzt drohen oder was? Nein, will ich mir nicht drohen. Aber ich liebe keine Brandstifter. Du gehst hierher mit deiner komischen Kappe und sagst, nein, ich provoziere nicht. Nein, nein. Das machen alles die Leute in meinem Chat. Du tust dich mit. Du tust dich mit den Leuten zusammen. Also Löwenherz, ich habe bisher noch nie was über deutschen Christen oder irgendwas gesagt. Ich habe das erste Mal mich nur so verhalten wie du. Und das hat dir überhaupt nicht gefallen. In zehn Sekunden bist du ausgerastet. Ich wollte nur sehen, wie du darauf reagierst. Ich bin nicht ausgerastet. Ich habe drei Wochen gar nicht drauf rechnen. Ich bin nicht ausgerastet. Ich habe gesagt, ich kann das genauso wie du. Und genau so ist es. Genau, aber wir haben das nicht gemacht. Und diese Bilder kommen nur, wenn man persönlich ist. Und dann waren wir ganz lieb. Wir waren ganz lieb. Der Cello hat das nicht gemacht. So keiner von uns hat das gemacht. Und jetzt ist wirklich der Knackpunkt. Ich habe mich genauso verhalten wie du. Gefällt dir das? Eine andere Frage. Löwenherz, bist du gläubig oder eher nicht? Ach, ob ich glaube, ich bin aber nicht. Ich finde es einfach. Warte mal hart aber herzlich. Ich frage den Löwenherz gerade. Mann, hart aber herzlich, Mann. Geh raus, geh warm duschen. Hör auf, Mann. Nein, nein. Ey, Junge. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist du? Sag mal leise, was muss ich rausschmeißen, bitte. Bleib mal leise erst mal. Bist du gläubig, Löwenherz? Also bist du Christ oder was? Nicht so wirklich. Also ich bin ja römisch-katholisch getauft, aber ja, ich bin Christ. Also du würdest dich zum Beispiel nicht angerufen fühlen, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Jesus nehme oder sonst was. Irgendeine Persönlichkeit im Christentum und dann den irgendwann irgendwie mit einem Schwein vergleiche oder irgendwie sowas. Ich würde das gar nicht treffen. Du kannst Jesus nehmen, du kannst Jesus auf ein Schwein setzen, du kannst, du kannst Jesus Hasenohrn auf. Du kannst Jesus lächerlich machen, weil wer bin ich, dass ich dann dir Morddrohungen oder sowas schicke? Was ich bekomme. Das ist ein völliger Blödsinn. Das muss man ertragen. Das Problem ist, warte mal, das Problem ist aber, da du ja nicht wirklich gläubig bist, trifft dich das auch nicht. Kein Bezug zum Bekommen. Wenn du jemanden hast, der wirklich vom Islam so überzeugt ist und einfach auch wirkt, also es gibt Menschen, wo die Religion diesen Menschen einfach gerettet haben, also wo der vielleicht, also manche Menschen, die verzweifelt sind. Einige greifen zum Alkohol, Löwenherz, einige greifen zu Drogen, andere widmen sich dem Islam. Einige gibt es, die sich radikalisieren, einige, die richtig den Islam ausheben, die sind vernünftig und die kommen auf einen guten Weg und sind dankbar. Die beten zu Allah, zu Gott, damit der auch weiterhin auf dem richtigen Weg ist. Okay, doch, da ist Cello, 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 ich will dich doch nochmal ganz, ich will dich nicht unterbrechen, das ist dein Stream. Guck mal, hier hat jemand geschrieben, Löwenherz heißt Erik und müsste mit Stürzenberger auf einer Kundgebung in Berlin bald sein. Genau diese Leute meine ich. Mein Name wurde zwar schon genannt, aber mein persönlicher Name ist ja kein Problem, kann jeder wissen. Warte, mein Name hier rein und als indirekte Drohung, ich müsste bald in Berlin sein, als auf einer Kundgebung. So was unterspitzt ihr? Ja, das ist einer von 240 Leuten. Einer von 300 Leuten. Stummt den, habt ihr keine Moderatoren? So was duldet ihr? Ich wusste jetzt, ich hab's nicht gesehen. Aber Löwenherz, du stummst doch auch keinen. Leute, Leute, wir sind gerade etwas anders. Wenn sie einen falschen Satz sagen. Leute, wir sind noch etwas anders, Leute, wir sind noch etwas anders, ja. Und ich muss, ich muss was sagen, ich muss noch was sagen, weil hier noch einer was geschrieben. Löwenherz hat, Löwenherz hat, Löwenherz hat Angst, aber im Internet große Fresse. Jetzt sag ich was dazu. Ich habe um mich keine Angst. Jeder, der mich kennt, wir haben schon ein paar Mal gemacht, auch ein paar Leute, die mich kennen, auch persönlich, auch bei Kundgebung war ich ganz oft. Ich hab Sammy gesagt, ich persönlich hab gar keine Angst. Aber ich habe eine Familie und ich weiß, dass das Internet dreckig ist, dass es hier Menschen gibt, die nicht mich persönlich angreifen, sondern direkt meine Familie angreifen. Und deswegen zeige ich mich nicht, weil ich meine Familie schützen will, nicht mich. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich mein Gesicht sofort zeigen. Habe ich auch tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. So, und, äh, Leute, ich verstehe nicht, warum ihr so... Und, 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 das, und, das ist nämlich, genau das ist es für mich, was die Leute, das, was die Leute nicht verstehen. Ich bin auf vielen Kundgebungen. Ich wurde so oft bedroht, Leute zu meinem Auto hinterher und was auch immer, habe ich schon tausend Mal erzählt. Ihr provoziert. Und dann haben die Leute das gemerkt, die Leute haben da nichts mehr gemacht, weil sie waren zu 50, ich war alleine. Fünf Muslime, so, du hast uns irgendwie gehetzt, ich so, was wollt ihr? Wenn ihr jetzt Bock habt, hat der Bock, dann wollt ich mit den Kämpfen, sind die abgehauen. So, ich bin keiner im Internet, und die wissen das noch ganz genau, darum geht's aber nicht. Wir sind ganz starker. Nein, ich bin kein ganz starker, nein, 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 stopp, nein, stopp, ich habe in meinem Leben schon oft verloren. Und das sage ich auch, Gante, jeder, es gibt immer einen der Stärkeren, immer. Aber es geht hier nicht um mich, es geht um die Leute, meine Familie, die mit dem ganzen Scheiß, was ich hier mache, nichts zu tun hat. Und die Leute werden aber mit reingezogen, dadurch, wenn Leute sich angegriffen fühlen, greifen die meine Familie an. Und damit habe ich ein Problem. Warum setzt du dich denn nicht für Muslime ein? Für die, die sich hier gut, also die hier gut leben, also beziehungsweise sich integriert haben und so weiter. Mach ich doch, mach ich doch. Ich rede doch gegen Radikale und Extremisten, genau so wünsche ich, guck mal, ich sage in jedem Stream, sage ich, ich bin gegen Rechtsextremisten, gegen Neonazis, gegen Linksextremisten. Ich bin gegen irgendwelche Pastoren, die Kinder misshandeln, bin ich dagegen, bin ich der erste ekelhafte Menschen, haben in unserer Gesellschaft nichts verloren. Genauso bin ich nicht null. Ich habe null Probleme mit Muslimen, die spirituell ihre Religion leben, friedliche Leben und super integriert sind. Wer bin ich, dass ich mit denen Probleme habe ich nicht. Null. Ich habe mit Leuten ein Problem, die Parallelgesellschaften bilden, wo Deutsche fremd im eigenen Land werden. Damit habe ich ein Problem. Weißt du, warum das nicht machst? Weißt du, weil du weißt, dass die ganzen Leute, die dir folgen, dich entfolgen werden. Du weißt, dass die Leute dann nicht mehr zu dir kommen im Stream, wenn du das machst. Mach das einmal, dann will ich sehen, ob du 200 Leute hast. Mach das. Schütz mal die Muslime. Sag mir, was soll ich machen? Dann sag mir, was soll ich machen? Ich mach das. Sag es mir. Was soll ich machen? Die anderen 5 Millionen Muslime hier ein, die sich hier ganz normal integriert haben. Anwalt, Ärzte, Dolmetscher, hast du nicht gesehen? Die ganzen Menschen, die tief sind. Nehmt das auf, mein Wort, in meinem nächsten Stream. Ich setze mich für alle friedlebenden Muslime hier in Deutschland ein. Versprechen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann kommen werden. Darf ich ganz ganz was dazu sagen? Ist mir egal. Und selbst wenn nur noch 50 Leute in meinem Stream sind, ihr Leute versteht das nicht. Die Zahlen sind mir egal. Guck mal, ich habe seit Monaten, also seit, ich poste jetzt zum Beispiel Videos auf meinem Account, alle drei Tage mal eins. Ich habe früher sechs, sieben, habe richtig Geld, ich verdiene damit richtig Geld, wenn ich jeden Tag eins poste. Aber ich scheiße auf das Geld, ich muss nicht jeden Tag ein Video posten. Ist mir egal. So, mich duckt das nicht. Mir ist das wirklich egal. Ich poste Videos, wenn mich persönlich das irgendwie, sag ich mal, triggert oder wenn mir das wichtig ist. Aber sonst meint es nicht. Und ich werde das sagen, das was du gesagt hast. Ich werde mich für die friedlebenden Muslime in unserem Land einsetzen, wenn alle im Stream sind, wenn Reue im Stream sind, wenn alle da sind. Könnt ihr aufnehmen, verspreche ich euch. Auf jeden Fall gebe ich euch mein Wort. Ich rede nur immer gegen Extremisten. Aber was ist denn für dich Extremist? Das verstehe ich nicht. Was ist für dich Extremist? Extremistisch ist für mich, wenn man erst die Grundwerte in unserer Gesellschaft, wenn man unser Grundsystem ablehnt und sich nach den Gesetzen des Islam hält. Wenn man das Grundgesetz missachtet und die Gesetze des Islams über das Grundgesetz stellt. Kann man machen, aber dann darf man nicht in Deutschland leben. Okay, darf ich dir was sagen dazu? Ich antworte gerade und dann sage ich gar nichts mehr. Der zweite Punkt ist... Ich muss zum Löwenherz was sagen. Löwenherz. Okay, bitte. Du hast doch gerade eben gesagt, dass dir die Zahlen nicht wichtig sind. Habe ich das richtig gehört? Weil ich gesagt habe, wenn ich... Ja oder nein, du musst mir jetzt nicht ein Wort daraus schreiben. Wenn ich mich für Muslime einsetze und das sage, dann meine ich das so. Wenn ich mich für friedliebende Muslime einsetze. Mir geht es nicht darum jetzt. Nach dieser Aussage, wenn nach dieser Aussage die Zahlen runtergehen, dann können die Leute nicht mal. Weil natürlich setze ich mich für friedliebende Muslime ein. Wenn nach dieser Aussage meine Zahlen runtergehen, sind mir die Zuschauer, dann sollen die sich verpisten. Ganz einfach. Löwenherz, ich verstehe nicht, dass es geht. Warte mal kurz, ich finde das super. Warte mal ganz kurz, F-Solder. Ich finde das super, dass du endlich mal was Vernünftiges gesagt hast. Und da bin ich mal gespannt wirklich, ob du das auch durchziehst. Und mal sehen, ob du auch wirklich dabei auf dieser Schiene bleibst. Das finde ich ja super. Das ist mal eine Änderung dann, finde ich. Wenn du dich dafür einsetzt. Aber da werden, glaube ich, sehr viele abwandern, weil ja da schon einige Radikale dabei sind, die dir folgen. Ja, dann sollen sie abwandern, ganz einfach. Aber das sind ja keine radikalen Islamisten. Das ist das, was du nicht verstehst. Ah, das mache ich nicht. Ja, ja, jetzt guck mal, ich sag euch, was passiert. Jetzt ist eine gekommen, die auch AfD-Wählerin ist, die bei mir im Stream ist, die zu mir sagt, Feigling. Ey, weißt du was, dann sag ich zu dir, scheiß auf dich. Nicht Feigling. Ja, Lübenherz. Ich habe immer gesagt, warte, lass mich jetzt antworten. Ich spreche gerade für euch. Merkt ihr das eigentlich? Ich spreche doch gerade für euch. Hier ist eine reingekommen, die geschrieben hat, ich bin ein Feigling. Die AfD-Wählerin ist, die in meinem Stream war, auch Moderatorin bei mir war, ich habe sie vor ein paar Tagen rausgenommen, die jetzt zu mir sagt, ich bin ein Feigling, weil ich sage, alle friedliebende Muslime in Deutschland sind herzlich willkommen. Dann, ganz ehrlich, scheiß auf dich. Scheiß auf dich, Mausi, ich sage das hier im Stream, die auch mit Reu befreundet ist, scheiß auf dich, weil alle Muslime in Deutschland, die friedlich hier leben, dürfen hier leben und sind integriert. Sie dürfen sich integrieren, sind hier und die sind akzeptiert. Ich rede nur gegen Extremisten. Und das sage ich immer wieder. Und scheiß auf meine Leute, dann habe ich halt keine Zuschauer mehr. Genau das habe ich auch immer gesagt. Aber du sagst Moslem. Löwen hierbleiben. Das finde ich gut. Du sagst Moslem. Sello, darf ich einmal aussprechen? Du sagst Moslem. Die ganze Zeit. Wenn ich mit dir rede. 15 Minuten. Semi, ich komme sehr selten hoch. Sello, wach mal bitte nicht eine Minute, dass wir da mal eine Minute reden können. Warte, Leute, ihr wollt alle reden. Ich möchte einmal reden. Ich gehe jetzt runter, bevor meine Leute hier reinkommen. Löwenherz. Warte, ganz kurz. Guck mal. Löwenherz, wenn ich ein Problem mit dir habe, dann ist es, sage ich, der Löwenherz. Wenn ich ein Problem mit Hope habe, ich sage Hope, ich sage nicht die Jüden oder die Christen. Bei dir ist das so, die Moslems, das kommt aus deinem Mund. Wir fühlen uns angesprochen. So, weißt du, wenn du jetzt sagen würdest, Mausi oder wenn du sagen würdest, Sello, ist das was anderes. Warum sagen wir nicht der Christ oder der Jude? Warum sagen wir das nicht? Ich sage Löwenherz. Ich sage Roy. Ich sage nicht der Christ. Ich sage nicht der Deutsche, der Atheiste. Das sage ich nicht. Aber du sagst sofort Moslem. Was ist für dich ein Extremist als Islam? Kennst du den Leben des Propheten? Denn das Einzige, was du über den Propheten weißt, neun Jahre alte Frau hatte er gehabt. So, bei meinen Propheten war es so, wenn du die Geschichte kennen würdest, dann haben die die Frauen von meinen Propheten und die Kinder, haben die die Beine stramm gezogen vor seinen Augen. Und weißt du, was er mit diesen Leuten gemacht hat? Er hat ihnen Essen und Trinken gegeben, wenn du das Leben meines Propheten kennen würdest. Aber du kennst dir nur eins. Er hat eine Frau geheiratet, die neun Jahre alt ist. Und darauf beziehst du dich. Ey, guck mal, der ist jetzt abgehauen. So, warum bist du jetzt abgehauen? Wer kommt wieder? Wer kommt wieder? Ja, ich bin jetzt. Komm, komm hoch, komm hoch auf jeden Fall. Komm mal kurz hoch. Leute, ich versteh euch nicht. Der hat doch was Gutes gesagt gerade. Der sagt immer wieder bei dir was Gutes und dann geht er und macht das wieder. Der hat doch gesagt, der wird extra Stream machen. Der wird sehen, ob er sein Wort hält oder nicht. Darf ich ganz kurz was sagen, Leute? Ganz kurz? Gib dir doch erstmal die Chance erstmal, dass du das machst. Punisher, mein Bruder. Habe ich irgendetwas Verwerfliches gesagt, wo du mir was ankreiden kannst? Bitte, ich möchte das von dir hören, weil du kennst mich ja. Nein, Bruder. Nein, hast du nicht? Also ich habe bis jetzt nichts gehört, wo ich dich jetzt damit anfangen kann und es spielt auch keine Rolle zu welcher Religion du gehörst. Nein, definitiv nicht. Lass dich von den Leuten hier auf TikTok auch nicht irgendwie triggern oder so, egal zu welcher Seite sie gehören. Guck mal, ich erlebe das doch auch tagtäglich in meinen Streams, dass, sage ich mal, Leute reinkommen, wenn ich mit einem Andersgläubigen oder sonst was, ob es ein Moslem ist oder was anderes, sobald ich mit ihm irgendwie auf eine schöne Art und Weise... Warte mal ganz kurz. Du hast einfach geredet hier. Der Adems hat sich erst dran, der wart schon die ganze Zeit. Er hat ganz zu reden. Ich muss wirklich raus. Also wie gesagt, ich muss doch aus. Lass mich doch in der letzten Satz sagen, weil ich muss wirklich raus. Also Leute, damit ihr das versteht, ich werde in meinem Stream weiter Islam-kritisch über gefährliche Bestandteile reden, werde ich machen, aber ich werde nur radikale und fundamentale Islamisten ins Kreuz, also ins Kreuzfeuer nehmen. Niemals friedliebende Menschen und friedliebende Moslems. Das ist meine Meinung und genau das werde ich auch so sagen. So, auf Wiedersehen. Okay, okay. Ja, aber hat der nicht gerade gesagt, dass er mal auch ein Stream macht für uns Moslems? Hä? Löwen, du bist jetzt zwar abgehauen, aber das hast du jetzt leider nicht beantwortet. Ja, also du hast gerade gesagt, dass du ein Stream machen willst extra für uns friedvollen Moslems, die hier leben. Also, äh, dann hast du, dann hast du wieder geblufft, oder verstehst du jetzt falsch? Wieder, aber. Also, ich dachte, du wolltest jetzt, du kritisierst, okay, aber ich dachte, du willst uns Moslems, die hier leben, die friedvoll leben, du dachtest, ich wolltest auch jetzt schützen? Also, ich, äh, ich sehe das voll in der Maßen. Wollte eigentlich abhauen, jetzt muss ich schon wieder was sagen, das ist ja wieder falsch. Mann, ich habe gesagt, dass ich in einem Stream, ich muss schon wieder, guck mal, ich will die ganze Zeit abhauen, ich muss schon wieder hoch. Wenn ich in einem Stream bin, also meinen Stream mache, so wie ich ihn immer mache, mit zum Beispiel Israel-Palästina-Konflikt und gegen radikale Moslems, gegen Hamas und blablabla rede, dann werde ich sagen in meinem Stream, dass ich kein Problem mit friedliebenden Moslems in Deutschland habe, dass die Leute, die gut integriert sind, nicht in irgendeiner Art und Weise angefeindet oder angegriffen werden dürfen. Das habe ich gesagt, ich kann doch jetzt keinen Stream machen, was soll ich denn da erzählen? Wenn ich jetzt, was soll ich jetzt erzählen über einen Stream, wo, äh, über friedliebende Moslems, gibt doch gar nichts darüber zu erzählen, weil die sind doch friedlieblich. Ganz kurz, ganz kurz, kannst du uns garantieren, dass wenn wir bei dir oben sind, dass wir nicht runtergeblockt werden, wenn wir einen falschen Satz sagen, was euch nicht so gefällt? Von mir, von mir, von mir auf jeden Fall persönlich nicht. Und wenn ihr runtergeblockt werdet, weißt du, wie viele Leute ich, die meine Moderatoren gesperrt haben, die ich wieder entsperrt habe, ihr könnt hochkommen und dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ich werde gleich live gehen, aber ich werde ein Thema tatsächlich heute mal was anderes machen. Erstmal, vielleicht mal später nochmal, äh, das, was ich immer mache, aber erstmal werde ich ein Thema über Mobbing. Also generell Mobbing von Kindern in der Schule und so, halt mal ein anderes Thema, so ein gesellschaftliches Thema halt. Ich wollte über Mobbing reden. Aber Löwenherz, Löwenherz, ich habe nur eine, ich möchte nur fragen, Löwenherz, wer denkst du, wer du bist, dass du sagen kannst, wer ist guter und wer ist schlechter Moslem? Wer bist du denn? Sie hatten mir nichts zugehört, alles klar. Ey, Löwenherz, Subhanallah, wirklich, es ist so schlimm. Moment mal, Moment mal, ich habe es nur verstanden. Also, ich habe, ich darf mal sagen, ich habe es wunderbar verstanden. Ähm, die Strukturen haben den... Ich wünsche euch Gottes Segen, weil ich dachte, erst redet Adam, dann kann ich kurz mal eine Minute reden, aber passt ja nicht. Also bis später, wir hören uns. Warte, warte, du kannst reden noch, komm. Warte. Ja, Mann ey, das ist immer so das Beste hier. Löwenherz, auf... ...schaltet die Hamas aus, und dazu hat sie auch alles recht nach dem, was passiert ist, dass die Hamas die Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild benutzt, das ist natürlich von der Hamas, als menschlichen Schutzschild, das ist, was die Medien, das ist, was die Medien, das ist, was die Medien relativieren, die relativieren das. Lass mich raten, das steht auf Twitter. Du weißt das eigene. Das steht genauso auf Twitter. Ja, natürlich, wo auch sonst. Weil Twitter hat zwei Seiten. Twitter hat nicht eine Meinung, Twitter hat mehrere Meinungen. Naja. Und du musst dir dann deine aussuchen, natürlich. Mann, auf Twitter steht auch, dass die Erde flach ist, hör auf, Mann. Ja, Jungs, okay, woher kriegst du denn deine Quellen? Sag mir mal, wo du deine Quellen bekommst, von CDF und ARD? Oder gehst du dann auch nach Palästina, Gaza und fragst du eine die Bevölkerung, die da lebt? Oder woher du deine Quellen? Nein, nur Bild-Zeitung, ich glaub, nur der Bild-Zeitung. Natürlich glaubst du nur der Bild-Zeitung, die jahrelang nur Scheiße produziert und veröffentlicht's. Deswegen bist du auch so geendet. Deswegen bist du auch ein Clown. Du bist ein Clown. Du bist ein Clown. Auf zu reden. Clown, Clown. Ist das geil. Alles Clownsverein. Das würdet ihr mir niemals ins Gesicht sagen, weil ihr seid so Internethelden seid ihr. So Tasten-Idioten, wie nennt man das? Warum, was würdest du dann tun, wenn dir das einer ins Gesicht sagt? Würdest du den dann physisch schlagen? Ist es das? Dein Friedrich wieder? Oh, jetzt ist er ruhig. Komisch. Mal nachdenken. Ihr könnt das nur im Internet verbreiten. Das würdet ihr keiner ins Gesicht sagen. Ich hab dir doch gerade eine Frage gestellt. Was wäre denn, wenn du das einer ins Gesicht sagen? Nein, keiner würde dir irgendwas ins Gesicht sagen. Du bist ein ganz gefährlicher, wissen wir doch alle. Sag ich schon gar nicht. Guck dir mein Profilbild halt. Ist das gefährlich? Fühlst du dich beeindruckt? Wie nennt man das? Warum reden wir überhaupt darüber? Es geht hier um Artikulation und nicht irgendwelche Muskelkraft. Was verstehst du daran nicht? Ja, ich sag, ihr könnt ja hier... Achso, okay. Überleg dir, was du sagen willst, überleg dir, was du sagen willst und dann sagst du es. Ja, es war gerade ein kleiner Leck da. Ich dachte, ich wurde gerade gekickt. Ja, im Leck im Kopf. Da war ein Leck. Das ist richtig. Ja, ihr seid alles Clowns. Ihr seid ja so viel Schlauern. Das wäre auch. Deswegen setzt ihr euch schon ins Internet hin. Ja, auf TikTok und vorbereitet dann Hassreden. Was für Hassreden? Ohne Informationen. Was haben wir denn bisher für Hass gesprochen? Ja, Leute, erstmal guten Abend und danke, dass ihr mich hochgeholt habt. Teilsweise gebe ich auch den Gästen mir recht. Ich höre mir das an und manchmal kriege ich die Adern. Diese Argumente, die Zivilisten gehen drauf und Hamas und hier und da und dort. Es geht um Kinder auf gezielt und in Schulen ist es nicht bewiesen worden. Auch in die Krankenhäuser wurde nicht festgestellt, allerdings gibt es überhaupt gar nicht. Es ist überhaupt eine Behauptung, damit die angreifen können. Nach 43 Tagen kommen die auf solche Sachen. Die transportieren da, obwohl es keinen Strom gibt. Warte mal. Obwohl es keinen Strom gibt, Babydings, verstehst du, wo die Frühlinge, Frühgeburten reingehen und dann ist der Karton auch noch dahinter, wo die da ein paar Waffen da präsentieren und etc., wo gar keine Zeugen mehr gibt und so. Und das ist eigentlich ein Propaganda und man kann es geschickter machen, verstehst du? Die gehen da ran und zerbomben nur Kinder, gezielt auf Kinder und Baby. Und das ist in Ordnung, das ist Krieg von Israel, wo sind die aber stark. Boah, das sind aber Soldaten, kluge Soldaten, wow. Dass die Kinder umbringen und das sind Soldaten auf euren Augen. Fakten, Fakten. Die haben selber zugegeben, die haben ihre eigenen Leute zerbombt. Hamas hat die Geiseln genommen. Die haben ihre eigene Leute gebombt. Ja, und da steht überall in Nachrichten, das ist schon überall. Boah, Gott sei Dank, ey. Moritz. Bitte? Schöne Frau, sie wurden gemütet, falls sie noch weiterreden. Ohne Scheid. Denkt ihr wirklich, die Israel macht das aus Spaß? Ja, die machen das aus Hass, genau. Die machen das wahrscheinlich auch aus Spaß und auch aus Hass. Deine Frage beantwortet. Schau mal, Israel hat die Zivilbevölkerung Richtung Süden geleitet. Israel hat gesagt, wenn die Hamas die Waffen niederlegt und die Geiseln freilässt, kann die Zivilbevölkerung nach außen weiterlaufen. Die müssen aber jetzt gucken, dass da kein Terrorist über die Grenze geht. Das heißt, Israel muss jetzt schauen, wie die mit der Hamas umgeht und Israel versucht doch, die zivilen Opfer zu vermeiden. Ansonsten hätten die Gase in der Zeit von 30 Minuten zu einem Parkplatz gemacht und wären dann nicht mit dem Boden... Haben sie doch, haben sie doch. Wo haben die denn versucht, da Zivilisten nicht umzubringen oder zu vermeiden, dass sie zivilisten umbringen. Für jeden Hamas-Kämpfer, den sie da töten, kreien die fünf neue. Ja, so funktioniert die Welt. Warte mal, wenn dein eigenes Kind, der stirbt. Meinst du, die 1 zu 100 Raten oder was? Ich meine, für jeden Hamas-Kämpfer, den du umbringst, kreierst du fünf neue, weil die Leute sich das nicht auf sich sitzen lassen. Ja, wenn mein Kind, wenn mein Vater, wenn meine Mutter da stirbt... Das sind Kinder von Palästina, was Hamas genannt wird. Terroristen genannt wird. Das sind Kinder, die ihre Eltern gestorben sind. In den Schulbüchern da unten steht drin, tötet den Juden. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist Propaganda von Israel. Damit die, verstehst du, jetzt da gut dastehen. Damit die Recht haben, irgendwie Kinder zu bomben. Guten Abend, darf ich da mal reinreden? Und das, was da drin steht, es gibt Propagandashows für Kinder, wo die sehen, wie ihre Mutter sich ein Bombengürtel umschnallt, zu Israelis geht, die provoziert und sich dann da hochjagt. Was sucht Israel in Gaza? Warum bleiben die nicht in ihrer Ecke? Die haben sich schon halbes Tag mehrwiegend gekrallt. Patrick, du darfst darauf antworten. Müssen die Leute da unterdrückt leben in ihrem eigenen Land? Hä? Patricks Antworten hier. Was für uns mit ihrem Land wäre, wenn ihr das wärt? Welcher Patrick? Der oben oder ihr? Der oben, der Patrick. Aber du darfst auch natürlich. Moritz, warte mal kurz. Ja, ich würde gerne da antworten auf diese Anschuldigung. Schau mal, hier gehen wir wieder in den Zweiten Weltkrieg zurück, zu den Alliierten, die verschiedene deutsche Städte bombardiert haben, zum Beispiel Dresden. Die Alliierten haben deutsche Städte bombardiert und nicht alle Deutschen waren Nazis. Warum haben die Alliierten das gemacht? Weil sie die Herrschaft von Hitler zerstören wollten und es ging nicht anders. Brother, schalte ich mal so eine Stunde, das raufspitzt. Die Alliierten haben nicht mit Kultflättern irgendwelche Warnungen gemacht, wir kommen jetzt ein Flächebombandament machen. Schau mal, ihr Palästina-Schreier, ich habe keine Ahnung, was ihr schreit. Ja, vor allem du nicht. Schau mal, im Zweiten Weltkrieg wurde Dresden den Erdboden gleichgemacht, auch andere deutsche Städte. Und nicht alle Deutschen waren Nazis. Also habe ich dir jetzt ganz klar die Wahrheit gesagt. Und jetzt kannst du darüber nachdenken. Achso, und das wurde dann zurecht getan, oder was? Achso, und deswegen leidet die ganze Volk immer noch, und das wollt ihr nochmal wiederholen, indem ihr damals, verstehst du, mit dem Juden gemacht habt, verbündet ihr euch und macht das einem anderen Volk, die herzlich die Juden damals aufgenommen hat. Moritz, du darfst darauf antworten. Ihr dürft alle darauf antworten, wer wir möchtet. Weil wer war damals bei dem Österreicher mit dabei, um die Juden auszulöschen? Das war der Großmufti von Palästina, Armin al-Husseini. Er selber hat viele jüdische Kinder ins Gas geschickt und wollte diesen Lager auch da unten haben, weil der ganz klar gegen Juden war. Mein Freund, hörst du, wie irgendjemanden, der versucht, das zu relativieren, was dieser Großmufti da gemacht hat? Siehst du mich hier stehen und sagen, ja, der Großmufti hat das gut gemacht? Nein, aber der Geist lebt die Hamas weiter. Das ist der Geist der Hamas. Nein, die Hamas lebt weiter, weil die ganze Zeit von Israel weggebombt werden. Deswegen lebt Hamas weiter, wie ich dir schon gesagt habe. Für jeden Hamas-Kämpfer, den wir töten, kreieren wir fünf neue. Das hat schon viel früher angefangen. Allein schon die Existenz eines israelischen Staates da unten ist eine Aggression. Alleine die Existenz, egal ob was die da gemacht hätten. Wer erzählt euch sowas denn, Herr Hammer? Warum guckt ihr euch nur eine Seite? Habt ihr keine Augen im Kopf endlich? Wer uns das erzählt, was waren dann? Ich sag mal, wo sind die Staten drin? Da steht zweitens in den Hadith-Zentrum. Die Hamas selber hat in Artikel 7 den Hadith stehen. Aber was steht denn im Judenbuch? Man soll die Kinder umbringen, man soll die Viecher umbringen, man soll die Tierungen bringen von Moslems. Warum redet ihr immer von einer Seite? Redet mal über jüdische Buch, was man mit Moslemen gemacht werden soll. Wie die sich die Länder krallen wollen. Guckt euch mal die Seite doch an. Warum redet ihr immer von moslemisch und von islamischem Seite? Guckt mal, was in deren Ehrungbuch steht. Was die mit der Welt machen wollen, mit der Menschheit machen wollen. Was verstehst du daran nicht? Wenn die Hamas die Waffen niederlegen würde, hätten die morgen eine... Warum sollen die das niederlegen, wenn die unterdrückt werden? Jeden Tag von denen dutzende sterben. Die dürfen sich nicht wehren. Die sollen sich einfach abknallen lassen. Die ganzen Familie sich wegjagen lassen. Die Häuser einfach kaputt machen. Vielleicht sollten wir danach die Millionen Hilfsgelder halt in Infrastruktur stecken und nicht in Waffenpensern. Was hältst du davon? Wie bitte noch mal? Halt mal das Maul bitte, ja? Du noch dein Maul. Ich bin vollidiot. Patrick, du laberst scheiße, Patrick. Halt doch dein Maul einfach. Halt du doch dein Maul. Ich hoffe, dass diese Menschen irgendwann mal Vater und Mutter werden, die so reden und deren Kinder von Gott irgendwelche Krankheiten bekommen, damit die merken, was das heißt überhaupt. Dass man so ganz leicht redet. Auch das passiert... Ey, kannst du mal deine Emotionen ein bisschen rausnehmen? Das ist schon krass. Man kann so nicht richtig über die Thematik sprechen. Krass wie ihr überhaupt... Ja, ich weiß, dass das schlimm ist. Aber ich frag dich jetzt mal was. Wie viele bewaffnete Konflikte gibt es auf diesem Planeten aktuell? Die sind alle gemeint. Wie viele? Wie viele? Du weißt es nicht. Warum fängst du an zu schreien? Beruck dich mal. Ja, weil sie keine Antwort für mich hat. Und das ist der Punkt. Und sie kommt jetzt einfach mit Emotionen und versucht damit alles auf die richtige Seite zu drücken. Aber das ist nicht richtig, weil es sterben in 27 bewaffneten Konflikten. Sterben Kinder jeden Tag. Es verhungern jeden Tag Kinder. Und ihr streitet euch über irgendeinen Scheiß. Weswegen? 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 Wird das von Europäischen, verstehst du, diese nazistische Adern von diesen Politikern gemacht? Ja, aber merkst du nicht, wir könnten uns auch eine Oktave tiefer unterhalten. Dann wäre das Ganze auch besser für die Zuhörer. Geht das vielleicht? Ja, du bist dran. Ich rede weiter. Nein, nein, du warst ja dran, aber du schreist halt echt und ich verstehe deine Emotionen und so, aber das bringt doch nichts, das heizt doch nur so. Leute, ihr verfeindet die Leute mit euren Argumenten, mit eurem Kanal hier. Das höre ich mir seit Wochen schon an. Jedes Mal sag ich komplett ruhig, geh nicht hoch, lass es, weil das hat keinen Zweck mit euch. Also, was war denn jetzt so eine Argumentation? Ihr seht, ihr guckt den Menschen herab-runter. Das merkt man. Tue ich nicht. Das ist eine Unterstellung. Ey, das ist einfach eine Unterstellung. Ich bin auch immer ein bisschen emotional und menschlich wert. Ja, genau. Wäre das nicht schlecht. Ja, bin ich ab und zu und dann schreie ich halt auch mal. Detentierst du dich von der Hamad? Weißt du was? Auf jeden Fall nicht. Ich würde mich genauso wehren. Ja, eben. Also, bist du auch für Terror, und bist du auch für ein Terrorist? Israel ist der Terrorist. Israel macht den Terror. Wer macht denn den Terror? Habt ihr keine Augen im Kopf, was die da machen? Das ist keine Selbstverteidigung mehr. Gar nichts ist das mehr. Naja, ich meine, man muss schon sagen, es gibt ja mittlerweile auch einen Teil der israelischen Bevölkerung. Die sind bis auf Nochen blamiert mit deren lügnerischen Propaganda und Videos. Ich wollte halt eigentlich darauf... Überall auf der Welt, überall in Nachrichten wird das darüber berichtet, wie die Lügen, wie die da aus dieser Schlamassel nicht darauf kommen. von den vergewaltigten Frauen am 7. Oktober. Was sagst du zu den vergewaltigten Frauen durch die Hamas am 7. Oktober? Haben die Bilder, haben die Zeugen, wir haben gar nichts in der Hand, die israelischen. Wir haben Videos von der Hamas. Wir haben Videos von der Hamas. Wir haben Videos von der Hamas persönlich. Wo ist das denn? Wo sind vergewaltigte Frauen? Wo sind die Kinder, die geschlachtet wurden? Na, meinst du das ernst? Die Hamas hat sogar nekrophilie begangen. Willst du mich verarschen? Ey, wollt ihr mich verarschen? Hör mal ganz ehrlich mal. Pans, kann ich dich mal kurz stören? Kann ich mal kurz eine Schrei-Oktave stören? Darf ich mal ganz kurz? Pans, darf ich mal kurz? Weißt du was, ganz Leute? Ich hab gar keinen Bock mehr. Andauernd, dass... Pans, warte mal, bleibt mir noch bitte ganz kurz oben. Bleibt mir noch mal ganz kurz oben. Wenn die Informationen nicht richtig hinguckt, Pans, bleib doch bitte noch mal ganz kurz oben. Hör mal bitte zu. Und ihr habt nur Fragen mehr, was ich auch hier merke, die Polizei, Fragen, Fragen, aber ihr beamtet keine Fragen. Ihr lenkt immer von der Teele ab. Frau von und zu. Hallöchen. Warum sollten wir dich da ernst nehmen? Wenn du vor den Schrei-Oktave stürst, dann klappt das nur mit Schreien. Weil es nicht mit euch anders klappt. Siehst du, wenigstens konnte ich mehr, als wie die anderen Leute das erreichen. Die versuchen die ganze Zeit nicht zu lieben mit euch, aber nein, ihr seid immer herabguckend. Roy, die Frau ist ruhig. Das klingt nix, sie ist komplett durch. Ich bin gerade neu reingekommen. Ja, ihr seid ruhig, einer rufbar was sagen. Mich würde mal interessieren, was erwartest du denn von uns? Ich rede gerade mit dir. Und ich hab mich noch nicht einmal mit dir unterhalten. Was würdest du denn von... Erwart die Menschlichkeit von... Warte mal, warte mal, warte mal. ...warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. ... friedlich reden. Und nicht die Menschen hier demütigen. Demütigen, ihr habt recht... Leute, jeder, der ein Dino schickt, wird unter mir Moderator. Pence, hörst du bitte mal ganz kurz zu jetzt. Du hast ja vorhin etwas gesagt, dass es eine leere Behauptung ist. Du hast gesagt, dass es in Palästina, im Gaza-Streifen, den Kindern nicht beigebracht wird oder auch nicht auf den Schulbüchern steht, tötet den Juden. Nein, steht nicht, auf jeden Fall, das haben die selber... Warte, Pence, ich möchte mich darüber mit dir unterhalten. Pence, ich hab das gesehen, ich hab diese Videos gesehen, aber diese Bücher sind nicht... Pence, ich bitte dich. Ich bitte dich. Hör doch mal kurz zu. Pass auf, Pence, folgendermaßen sieht es aus. Unsere Bundesregierung... Es wurden im Bundestag Anfragen gestellt an die Bundesregierung, wie es sein kann, dass man an Palästina Gelder leistet, dann wird diese auch für die Umwre genutzt werden. Die Umwre gibt übrigens das Schulmaterial da aus, im Gaza-Streifen. Guck mal, im Gaza-Streifen wird alles kontrolliert. Die wissen sogar, wie die Leute heißen. Und dann wollt ihr mir jetzt sagen, nach so vielen Wochen, Tagen, dass man Bücher findet, dass man irgendwelche Emotionen findet und etc. Wenn das so wäre, Pence, dann hätten die die Gaza 2.0 unbemerkt da unten bauen können, wenn es so wäre. Oh Gott, das wisst ihr doch. Ich hab da gar nicht mehr drauf. Das ist doch nicht normal. Pence jetzt ohne Scheiß. Ich rede gerade mit dir ganz vernünftig, ganz ruhig. Mit dir hat es keinen Zweck. Du hast eine an der Waffe. Das ist das Problem. Ganz ehrlich. Hör doch mal, bitte zu. 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 Ich kann nicht mehr so sagen, dass es in Ordnung ist. Das ist ein Krieg ist, macht weiter so, Brüder. Und tschüss. So, Pence. Könntest du jetzt mal. Bin ich dein Bruder? Was ist denn los mit dir, Mensch? Ich rede respektvoll mit dir. Und von dir kommt ein absolut ekelhaftes Verhalten. Das kenne ich eigentlich nur von mir selbst. Mal ganz ehrlich. So, Pence, umschreif. Kann ich bestellen. Noch mal. Wenn du dich über die Ombre informierst, wirst du feststellen, du kannst dich auch im Bundestag informieren, dass da Da zum Beispiel dieser Antrag gestellt wurde, gefragt wurde, wie es sein kann, dass über die Umbregelder da nach Palästina, weil wir Deutschen, wir leisten nämlich tatsächlich humanitäre Hilfe nach Palästina, im letzten Jahr 916 Millionen. Und 916 Millionen wurden da auch teilweise an die Umbre verteilt. Nicht das ganze Geld kommt an, aber man hatte ein Problem. Man fragte nach, wie kann das eigentlich sein, dass da dieses Schulmaterial ausgegeben wird, wo draufsteht, tötet den Juden. Und unsere Bundesregierung hat darauf geantwortet, man könne den Leuten ja nicht da vorschreiben, was sie da lehren. Und das ist eben der springende Punkt. Von daher, der Beweis ist da. Der Beweis ist da. Roy, kann ich kurz was sagen? Wo siehst du denn jetzt die Menschenmassen, die auf die Straße gehen und sagen, ja, das ist gut, was sie da drin sind. Ich höre das zum ersten Mal zum Beispiel. So was verteidige ich doch gar nicht. Ich sage doch einfach nur, dass sie aufhören sollen, Gaza zu bombardieren und die Kinder da abzumachen. Aber guck mal, weißt du, was das Lustige ist? Was ist das Lustige? Erklär es mir. Warte mal, warum meinst du, dass die Slogan verboten wurde? Warum meinst du, dass der Slogan verboten wurde? Welcher Slogan wird verboten? From the River to the, du weißt schon was. Das wird in Bayern ein bisschen wie das Hakenkreuz gewertet. Warum wurde der verboten? Ja, weil die einfach Gaza hassen. Die hassen einfach die Palästinien. Das sucht die gar nicht. Die sind nämlich die Hunde von Israel. Wie lange geht das Ganze jetzt schon und warum sind da überhaupt noch Kinder? Warum hat die Hamas zum Schutz der Kinder, die nicht schon längst aus dem Kriegsgebiet rausgeschafft? Woher sollen die denn gegen die Grenzen sind? Du Affe. Du Affe. Jetzt ist es Klauen. Affe. Ihr könnt echt nur beleidigen. Ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt. Ich habe dir eine normale Frage gestellt. Kannst du einfach ganz normal antworten. Dann ist das für dich möglich. Hör auf zu schreien. Ja, dann hör du auf zu beleidigen. Nein, mache ich nicht. Du bist doch ein Klauen. Nein, dann höre ich auch nicht auf zu schreien. So einfach ist das. Ja, wir können uns dann bis zu den Ellbogen die Hände schütteln, wenn du willst. Ja, kein Thema. Wenn das jetzt schon wieder dann direkt uns physisch ausartet, Alter. Dann sag doch mal was Intelligentes. So, Nord, kann ich den weiter ausführen? Nein, erklär doch erstmal deinen Punkt. Was meinst du jetzt? Ja, das meine ich ja mit weiter ausführen. Das wollte ich gerne machen. Mach ganz kurz den Punkt, den du jetzt erwähnt hast. Relativiert das jetzt, dass man den ganzen Gaza wegbomben soll? Ist das, was du jetzt damit sagen willst? Nein, und das ist das Lustige dabei. Auf keinen Fall. Das, was du aber dabei nicht verstehst, ist, dass selbst Israel, da die israelische Bevölkerung da auch ein Problem mit hat. Und da zum Beispiel ganz viele auf die Straße gehen und da gegen Netanjahu protestieren, den Rücktritt fordern und sagen, Mensch, du gehst zu weit, das ist alles scheiße. Weil es ist auf jeden Fall so, dass da trotzdem Kinder sterben. Die Gründe, dass die Hamas sie als menschliche Schutzschilder nutzt, das sei jetzt mal da so hingestellt. Fakt ist aber eins. Auf israelischer Seite siehst du definitiv eine Distanzierung von der Regierung zum Volk. Oder vom Volk zur Regierung, um es richtig rum zu sagen. Weil sie das da auch als unmenschlich ansehen. Und das ist doch richtig so. Weißt du, was ich aber vermisse? Ich vermisse das Gleiche auf der palästinischen Seite. Kannst du mir jetzt die Prozentzahl sagen? Dann bitte, dass sich die Palästiner hinstellen und sagen, hey, Hamas, ihr geht zu weit. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Kannst du mir bitte die Prozentzahl... Du unterbringst mich aber gerade. Das finde ich echt unhöflich, weißt du? Ja, aber ich verstehe schon deinen Punkt. Du sagst jetzt, auf der einen Seite wird das die Distanzierung von Netanjahu und was er macht. Aber auf der Seite von Gaza und Palästina findet diese Distanzierung nicht statt. Das willst du da ja damit sagen. Wo ist dann die... So in Ansätzen wollte ich darauf hinaus, aber ich wollte noch weiter in diesen Aussagen. Die Seite von Palästina. Wer regiert faktisch drüben in Gaza? Wer regiert da faktisch? Da gibt es keine Regierung. Das ist einfach eine Rebellion, die sich dann da zusammengetan hat. Nein, das ist falsch. Hamas ist eine Autonomie-Regierung. Du musst dir das so vorstellen. Ich kann euch ganz schnell beweisen, dass Israel es nie gab. Ich kann das ganz einfach, ganz schnell... Hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Leute, bei 70.000 Likes kommen die Kommentare wieder an. Und Roy hat eine Verstoßwarnung bekommen. Es gab kein Palästina, gab es nie. Hör mal zu. Und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Philister auf. Und ich kann euch mal erklären, wer die Philister sind. Die Philister waren ein Volk, das im 12. Jahrhundert vor Christus in die Levanten kamen. Sie besiedelten um die Küste des frühen Alistiners. Es ist scheißegal, was im Unfall entsteht. Hör mir zu, hör doch zu. Du hast gesagt, Israel existiert nicht so. Aber faktisch ist, Israel existiert durch die UN-Resolution. Das heißt, der Staat Israel existiert politisch faktisch. Und das ist scheißegal, was in irgendwelchen Menschen ansprechen. Israel existiert, sorry, mein Fehler. Israel existiert laut der EU. Leute, 70.000 Likes, da kommen die Kommentare an. Man sieht, wie Israel die Palästinenser verschwächt haben, die unterdrückt haben. Weil das steht sogar in der Bibel drin, falls du Christ bist und christlich glaubst. Was ist denn ein Tag nach dem Ausruf des israelischen Staates passiert? Was ist denn der Ausruf gewesen? Erklär es mal. Ja, 1948, als diese UN-Resolution eben beschlossen wurde, dass Israel einen Staat ausruft. Was ist denn ein Tag danach passiert? Hitlers Plan war von Anfang an in Israel. Hitlers Plan. Hör doch zu. Hitler wollte von Anfang an in Israel. Da war Hitler schon tot, Bruder. Hör doch zu, Mann. Hitler wollte von Anfang an... Erzähl zu, nein, du Bullshit. Er wollte das jüdische Volk auslöschen. Er hat in seinen Ansprachen vor den NS-Chefs bzw. vor dem Reichstag und vor anderen Reichsparteitagen explizit von der Vernichtung des jüdischen Volkes gesprochen. Er hat explizit gesagt, es wird dann kein Juden mehr geben. Das hat auch Goebbels gesagt und so weiter. Also was du jetzt erzählst, ist totaler Bullshit, Kollege. Ein totaler Bullshit. Und widerspricht jeder Geschichte nicht versprochen. Sag mal ruhig kurz. Es ging doch um... Ey, Moment mal. Es ging doch um eine ganz andere Frage, Leute. ...die Jungen nach Madagaskar verschieben. Warum sind sie dann nach Palästin gegangen? Er fängt an mit Adolf, obwohl Adolf schon tot war. Völlig... Ja, richtig. Die Frage war eine ganz andere. Die Frage war 1900... Entschuldigung. Harte mal, so ganz Unrecht hat er nicht. Der Geist vom Österreicher war im Geist der Hamas mit dabei. Und ist im Geist der Hamas immer noch mit dabei. Die haben nämlich beide das selbe Ziel gehabt, nämlich die Auslösung von Israel. Und ein King Tank in Iran hat bereits gesagt, selbst wenn Israel nicht mehr existiert, das mit dem Zionismus ist es noch lange nicht getan, man muss die komplette jüdische Bevölkerung weltweit auslöschen. Ja, aber das war doch überhaupt nicht meine Frage. Wenn ich was über Hitler hören will, dann gucke ich mir irgendeine Doku an. Ich habe gefragt, was ist 1948 an dem Tag... Guckst du in deine eigene Familie. Was? Guckst du in deine eigene Familie, wenn du was über Hitler erfahren willst. Was ist das denn jetzt? Boah, was ein Weitler. Du leistest nur... Alter, richtig gut. Ja, dann erklär du uns doch jetzt mal bitte, was einen Tag nach dem Israel ausgerufen wurde, 1948 passiert ist. Siehst du aus wie dein Bimbo oder was? Erklär du es mir doch. Ja, erklär es mir. Nee, du bist ganz ehrlich nicht so intelligent. Das heißt, dass Israel das Land von Palästin geklaut hat. Was? Du hast doch gerade erst mit deinem Satz bewiesen, dass Israel das Land von Palästin geklaut hat. Es gab nie einen Palästiner. Alter, ihr versteht nicht... Ey, pass mal auf, ihr versteht eine Sache nicht. Ihr versteht eine Sache nicht. Ihr wurdet einfach von England erobert. Und England wollte euch dann nicht mehr, hat das Ganze an die UN gegeben. Und die haben dann beschlossen, dass Israel siedeln kann. Und dann haben die praktisch damit den Grundstein gelegt, dass 1948 der Staat ausgerufen ist. Brotherhood, ich habe eine Beschränkung bekommen. Ich habe eine Beschränkung bekommen. Ich muss offline und online. Ihr müsst in 30 Sekunden wieder da sein. Es tut mir leid. Ich muss offline und online. Ja, tut mir leid. Leute, ihr müsst viel mehr liken. Und das war 1917, als dann die Engländer beschlossen haben, dass das Ganze sich nicht mehr lohnt oder denen zu teuer geworden ist. Und dann haben sie das Ganze an die UN gegeben. Und dann haben die Israelis eben gesagt, ey, Moment mal, das ist ja eh unsere Heimat. Und dann wollen wir das zurück. Und die UN hat dem Ganzen halt stattgegeben, dass die da eben siedeln durften. Und bis 1948, bis der Staat ausgerufen wurde. Aber jetzt ist immer noch die Frage, was ist an dem genau gleichen, also in der Nacht passiert, nachdem der Staat ausgerufen wurde? Das solltest du wissen. Ablaufen. Sag. Ja, fünf muslimische Länder haben Israel angegriffen. Weißt du warum? Ja, aus Hass, denke ich. Nein, weil das Palästina war. Und die EU, die EU. Mann, falsch. Junge, nennen wir die Quelle, wo die meinten. Es gab nie, du kannst es doch auch nachgucken, es ist auch geschichtlich nachgegangen, es gab nie ein Staat Palästina. Es gab Transjordianer, es gab eine Form, es gab palästinensische Pässe, ja, aber es war faktisch nie ein Staat. Es gab auch nie eine Führung, es gab nie eine Staatsführung. Nennen wir einen Herrscher oder eine Regierung in Palästina. Gab es nie. Ich nenne dir sogar einen Prophet. Ja, da sind wir dann wieder woanders, das zählt ja nicht. Nein, nein, du sagtest Palästina, aber du sagtest mir gerade, der Palästina war nie da, war nie da. Es ist einfach alles erfunden. Ja, das ist richtig. Und Abraham hielt sich lange, hör mal zu. Naja, also ich muss dir sogar recht geben. Bist du der englischen Sprache mächtig? Jawohl. Hast du die Balfour-Deklaration mal gelesen? Nein. In der es eben darum geht, dass es eben unter britischer Kolonie war und die das halt eben abgeben. Da gibt es eine Deklaration, musst du mal gucken, heißt Balfour. Und da wirst du was Interessantes finden, denke ich. Ja, aber das, was mir stört, ist eure Aussage, dass Palästina nie... Nein, du hast nicht richtig zugehört. Du hast nicht richtig zugehört. Ich muss da mal für Löwenhürzen-Lanze brechen. Er sagte, der Staat Palästina, den gab es nicht. Palästina gab es in dem Sinne schon. Es gab auch Palästinenser, aber sie schließen sich aus anderem zusammen. Es hieß früher alles Osmanisches Reich. Der Staat Palästina, den gab es nicht. Da muss man ganz klar differenzieren. Das ist das eigentliche Problem. Und mal ganz ehrlich, Patrick hat das ja schon sehr gut erklärt. Es war Osmanisches Reich. England hat es annektiert. England hatte keinen Bock mehr, hat dieses Land dann weitergegeben. Daraufhin hat dann über die Balpur-Deklaration Israel dieses Recht bekommen. So, und nun ist es, wie es ist. Aber der Staat Palästina, den gab es in dem Sinne nicht. 0-3, wenn du nichts sagst, nehme ich dich auch gleich wieder runter. Das bringt ja nichts. Ja, ich guck doch, die sollen doch reden, dann ich höre. Also ich will die nicht sterben oder so. Das ist auch richtig, aber man darf zwischendurch tatsächlich was einwerfen. Ja, ich wollte fragen, also warum seid ihr eigentlich Teufel und macht das? Weil das bringt doch eigentlich gar nichts, wenn wir darüber reden. In einer Demokratie ist die einzige Möglichkeit, zu reden. Hi, Löwenherz. Hallo, Ayana. Meine Vorzeige Muslimin, die sich halbnackig im Internet zeigt. Okay, alles klar. Ayana, na? Hi, Löwenherz. Mein Herzblatt. Ayana, üben wir es heute noch mal? Nein. Orhan, du musst einfach dann dazwischenreden, weil sonst kommst du nicht zu Wort. Okay, ich warte dann. Ja, Orhan, bitte, jetzt ist doch gerade Ruhe. Bin ich dran? Ja, red doch, Orhan, rede. Ja, ich rede doch. Ich möchte einfach fragen, beim Krieg gibt es auch Gesetze. Und beim Krieg normalerweise werden die Krankenhäuser und die Kinder nicht bombardiert, die Frauen, die älteren Leute nicht getötet. Das ist leider, leider schade. Bei Gazastreifen ist es im Fall nicht so. Orhan. Ja, ich höre. Weißt du, was aber das größte Problem im Gazastreifen ist? Das ist die Struktur, wie der Gazastreifen aufgebaut ist. Der Gazastreifen ist hoch besiedelt. Sie haben keine Freiflächen. Sie haben keine Höhlen, wo man da vielleicht sich irgendwo, woraus man operieren könnte oder irgendwas anderes dergleichen. Sie haben halt nur diesen dicht besiedelten Gazastreifen. Unter diesem Gazastreifen gibt es nochmal das zweite Gaza, wenn du so willst, in Form von diesem Tunnelnetz. Im Fall. Dieses Tunnelnetz, das wurde so aufgebaut, dass man da zum Beispiel auch Operationsstätten in Schulen oder in Krankenhäusern hat, darunter, um das richtig zu sagen, und man aber auch aus dem Krankenhaus heraus agiert, indem man da einfach den Aufstieg nutzt, den Einstieg nutzt, je nachdem, wo man da so hin will. Das Problem ist, das alles, das wusste die Hamas zu 100 Prozent. In dem Moment, wo die Hamas angegriffen hat, hat sie offensiv diese ganzen Menschenopfer in Kauf genommen, weil sie genau wusste, dass wenn sie angreift, dass Israel nicht mit Wartebeusch hin zurückwirft. Das wussten sie ganz genau. Woher wissen wir nicht, dass das von Israel aus nicht geplant ist, dass das angegriffen wurde? Aber das weiß ich nicht, dass die unschuldigen Menschen getötet werden, dass die unschuldigen Menschen, Kinder, Frauen, so 5500 Kinder sind getötet worden. Das ist dadurch der Grund. Aber wenn Israel dafür verantwortlich wäre, weißt du, was dann in der Bevölkerung los wäre, wenn ihre eigene Regierung dafür gesorgt hätte, dass dort Frauen vergewaltigt werden, entführt werden, misshandelt werden, Kinder getötet werden, Menschen allen Alters getötet werden, auch ältere Frauen unter anderem Holocaust überlegen, denkst du ernst, ob die Bevölkerung ist einfach so zugelassen? Aber wir reden von einer demokratischen Stadt. Was heißt Demokratie? Was heißt Menschenrechte? Wo gibt es diese Menschenrechte? Wo ist Demokratie? Abdi, komm mal hoch, Abdi. Eine anerkannte Stadt. Die Bevölkerung ist eine anerkannte Stadt. Es gibt Demonstrationen gegen die Regierung. Es darf keine Krankenhäuser bombardieren. Es darf keine Frauen und ältere Leute enttüsten. Reu, ich weiß, dass du das nicht schaffst, einen Tag ohne, weil ich liebe den Scheiß, einfach genauso wie du. Ich würde die ganze Zeit nur Kriegsverfüllung weg, das wirst du sehen. Ich weiß, aber du lässt dich immer triggern und ich mich auch. Ich liebe den Scheiß einfach. Ja, natürlich, das passt euch nicht. Das ist das Problem. Wo ist die Grenze Israel? Sag mal ganz ehrlich. Wo ist die Grenze? Das geht weiter, das ist nicht das. Das ist nie nur das. Wo ist die Grenze Israel? Was haben die überhaupt? Welche Ziele haben die denn überhaupt? Israel führt die europäischen Länder. Also, kann mir eine sagen, wo die Grenzen sind? Orhan, 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 kannst du mir sagen, wie viele Länder um Israel rum sind, die Israel vernichten wollen? Wie viele muslimische Länder Israel bis auf den Tod hassen? Kannst du mir das bitte sagen? Die machen das gleiche, was die Hitler macht. Was Hitler gemacht hat, macht die Israelis. Du vergleichst quasi gerade, du sagst gerade, dass der Holocaust mit 6 Millionen Toten, dass die Israelis dasselbe machen. Willst du das gerade ernsthaft sagen? Das ist alles Schande, was gewesen war, natürlich. Das ist alles Schande, was gewesen war. Weißt du, wer den ersten Unkopf begangen hat? Weißt du, wer den ersten Unkopf begangen hat? Die zivile Leute, die gehen ins Haus, die lassen sich vom Gericht ein Urteil holen und sagen, hier, das ist mein Haus, hast du fünf Minuten Zeit, das Haus zu verlassen. Ist das eigentlich Menschenrechte? Ist das ein gerechter Staat, was zu machen ist? Der gerechte Staat hat, Zivilbevölkerung zu schützen und nicht zu foltern. Warte mal, Orhan, das ist interessant. Denkst du, die Hamas schützt die Zivilbevölkerung da drüben? Das habe ich nicht gesagt. Nein, weil das ist nämlich hochinteressant, weil die Hamas selber hat gesagt, von den Geldern, die sie bekommen hat. Warte mal, nein, lass mich mal eine Organisation, eine Stadt vergleichen. Warte mal, Orhan, ich möchte dir gerne was erklären. Also, die Hamas selber sagt nicht mal, dass sie für den Schutz der Gazianer da drüben verantwortlich ist. Die sagt nämlich, das ist von der UN die Verpflichtung. Die sagen, wir sind zum Bekämpfen von Israel da, aber wir haben keine Verantwortung für die Zivilbevölkerung. Und genauso handeln die auch, indem die sich in Schulen reinstellen, in Krankenhäuser, von dort aus Raketen Richtung Israel schießen und Israel dann die Stellungen zerstört und die dann die toten Kinder hochhalten. Die Hamas ist als Terrororganisation. Die Geisel, also die Hamas hält Gaza als Geisel insofern. Ist das im ganzen Welt als Terrororganisation anerkannt worden? Ohrhan, du hast ja schon älteres Semester. Nein, ich habe geguckt. Ich bin seit 50 Jahren in Deutschland. Ich bin auch ein Deutscher. Ohrhan, hör mal bitte zu. Du musst hier was verstehen. Ich habe gerade eben auf dein Profil geschaut. Du bist ja schon ein bisschen älteres Semester. Deswegen erkläre ich dir mal ganz schnell TikTok. Das Problem ist, wenn du redest, ein weiterer Gast redet und dann noch einer redet, verstehen die Zuschauer unten nichts mehr. Du darfst auch nicht vergessen, das, was du jetzt von mir hörst, meine Worte, kommen bei dir fünf Sekunden später an. Das ist die Pingzahl. Da kannst du nichts gegen machen. Von daher, wenn du ein Gespräch haben möchtest, musst du auch ein Gespräch zulassen. Ich habe es auch zugelassen. Ich lasse mir die ganze Zeit zu. Ich lasse mich nicht bis zum Ende sprechen. Also ich bin ganz ruhig und ich rede auch sachlich. Ich frage auch Fragen, die ich nicht beantwortet bekommen habe. So Leute, 50.000 Likes, da mache ich die Kommentare wieder an. Das muss dir mal ein bisschen vorangehen. Das geht gar nicht. Wir waren vorhin bei 400 Leuten und es geht hier alles im Wach runter. Leute, gib mal ein bisschen Stoff, sonst machen wir hier nicht mehr weiter. Guck mal, Orhan, du musst als allererstes wissen, die Hamas ist eine Autonomie-Regierung. Das ist ganz wichtig. Eine Autonomie, genau. Und das ist aber keine Stadt. Eine starke Stadt mit Amerika zusammen und mit Europa zusammen kämpfen. Mit einer Organisation, das ist doch zu schämen, ist das. Noch die töten die Kinder, Frauen, ältere Menschen, verschleppen die. Die sagen, geh mal zum Süden, jetzt Süden bombardieren die wieder. I follow Jesus, danke. Blaue Engel, danke. Das ist aber nicht zu vergleichen. Eine demokratische Stadt. Hallo? Orhan, das ist das, was ich versuche zu erklären. Wenn du so redest, versteht dich kein Schwein, Mann. Du musst die Leute ausreden lassen. Das ist das. Gut, ich lasse erst, ich höre zu, bitte, bitte schön. So, nochmal. Die Hamas ist eine Autonomie-Regierung. In ihrer Regierungsform hat sie, wenn du so willst, die eigentliche Macht im Gazastreifen. Diese missbraucht sie und das massiv. Es ist auch an dem, dass die Hamas in ihrer Charter beispielsweise ein arges Problem mit dem Juden hat. Das ist ein absoluter Judenhass, der da ist. Und dieses, die Juden nach außen zu tragen. Weiter, wenn man dann aber in die Geopolitik geht, geht es auch darum, dass da kurz vorm Gazastreifen ein riesiges Gasöl vorkommen ist. Dieses soll erschlossen werden. Volker, danke dir. Das könnte aber die Hamas für sich nutzen, weil sie als Autonomie-Regierung die Hand auf diesem Gebiet hat. Gabi, danke dir. Nun ist es an dem, dass man da gesagt hat, dass man nicht möchte, dass die Hamas davon profitiert, weil die Hamas eine Terrororganisation ist. Und dieses Gedankengut halt in sich trägt, von wegen tötet den Juden. Deswegen muss man die Hamas daran nicht beteiligen lassen. Damit hat die Hamas ein Problem. So, nun hat die Hamas das Einzige gemacht, was sie noch als letzte Möglichkeit hatte, nämlich angegriffen. Und nutzt ihre eigene Bevölkerung im Gazastreifen als menschliches Schutzschild. Dieses alles ist über Jahrzehnte geplant. Das kannst du nicht alles in einer kurzen Debatte so führen. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Nutzt die eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild. Und deswegen sind die ganzen Menschenopfer da überhaupt zu beklagen. Oh, Orhan, sagst du das nicht? Warte mal, wie nennst du das denn? Wie nennst du das denn, was denn was denn was denn was hätte? Warte mal, Orhan, wie siehst du das denn, was da am 7. Oktober von der Hamas verübt wurde? War das ein Terroranschlag, ja oder nein? Das finde ich auch gar nicht gerecht. War es ein Terroranschlag? War es ein Terroranschlag? Nein, 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 hör mal zu. Katharina, sagst du mir, danke. Ja oder nein, war es ein Terroranschlag? Ja, lass mich aber ausbecken. Ach, die danke. Reins, danke. Nein, das ist eine geschlossene Frage, ja oder nein. Das ist eine geschlossene Frage. Ihr seid stark, Leute, danke für die Geschenke. Ihr seid sehr stark, danke euch. War es ein Terroranschlag, ja oder nein? Du hast mich gar nicht ausspecken lassen. Marvin, danke. Jetzt bin ich aber dran. Jetzt bin ich aber dran, ne? Die Hamas, bitte, meine Frage. Hast du mich geholfen? Danke. So können wir sie verstehen. Also die Hamas, wie du gesagt hast, ist eine Autonomie-Regierung, die auch anerkannt wurde. Das war nicht die Frage, Orhan, das war nicht die Frage. War der 7. Oktober ein Terroranschlag, ja oder nein? Wir sind nicht im Gerichthof der Stadt, aber wie soll ich mit dir reden, wenn du mir nicht ehrlich die Fragen beantwortest? Das erwartest du auch von mir. Du erwartest von mir, dass ich dir ehrlich meine Fragen beantworten, also kann ich doch das selbe von dir erwarten. Ich sage meine Meinung, du sagst meine Meinung. War der 7. Oktober ein Terroranschlag, ja oder nein? Habe ich doch gesagt eben, ich habe es doch gesagt, das ist scheiße, was die gemacht haben, das stimmt. Ja, aber scheiße ist was anderes als ein Terroranschlag, war es ein Terroranschlag, winde dich nicht rum. Aber hör mal zu, ich habe deine Frage beantwortet, jetzt hör mal zu. Nein, hast du nicht, du hast gesagt, es war scheiße, aber du hast nicht gesagt, ob es ein Terroranschlag war. Das ist, das kann, also es ist eine Terroranschlag, aber es ist eine Terroranschlag, merkst du, wie du dich darum windest, das zu relativieren? Aber hör mal zu, du hast mich gar nicht aussprechen lassen. Ich habe deine Frage beantwortet. Nein, es bringt nichts mit dir, man kann mit dir nicht diskutieren, es bringt nichts mit dir. Ja, natürlich, ja gut, wenn du nur redest, wenn du mich nicht hörst, dann kannst du meine Meinung nicht wissen. Ich höre dich, aber du antwortest nicht. Ja, wie du antwortest? Du weißt aus, du weißt aus, du relativierst und mit so jemandem kann man kein ehrliches Gespräch spüren. Ja, natürlich, wenn... Musst du einen Gespräch haben, der auch die gleiche Meinung hat? Natürlich, aber wenn man sagt, das war ein Terroranschlag, was das nämlich war, dann bewegen wir uns hier im strafbaren Bereich, nur damit du das weißt. Ich will dir damit sagen, dass das kein Kavaliersdelikt ist, zu sagen, die Hamas ist keine Terrororganisation. Ich habe doch eben gesagt, wir haben... Hamas ist von mehreren Ländern als Terrororganisation, auch von der UN, so eingestucht. Gabi, danke. Also von mehreren Ländern, auch vom Europäischen Beziehungsweise Weltgerichtshof, werden die Leute gesucht, beziehungsweise auch so eingeordnet von den Amerikanern, von der NATO und von anderen Ländern auch. Leute, 2000 Likes. Sie müssen leider mit den Leuten ab und zu sprechen. Das ist das Problem. Alle Leiten, alle Leiten. Frauen, ältere Leute. Hamas ist eine kleine Terrororganisation, wie du gesagt hast. Wenn Amerika und Israel und noch Europa alle zusammenhalten, können sie nicht mit einer Terrororganisation, mit so kleinen Terrororganisationen umgehen? Müssen die die Menschen umbringen, die Kinder umbringen? Wir haben so etwa 40.000 Kämpfer, wurde eine Zahl schon mal genannt. Wie weit die stimmt, weiß ich nicht. Es wurde so zwischen 30.000 und 40.000 Kämpfer genannt. Und die PLU möchte nur um Kinder und Frauen. So, und die Israelis haben gesagt, geht da bitte weg. Wir können sonst nicht rein gegen die Hamas kämpfen. Die bleiben aber da, müssen da bleiben. Ich habe einmal gehört, Netanyahu hat gesagt, dass die Zivilisten da weggehen. Die verändern das mit Waffengewalt. Hör mal zu, ich habe einmal im Fernsehen gehört, dass Netanyahu gesagt hat, alle, Frauen, Kinder, Männer, ältere Leute, sogar auch Tiere, alles was ihr seht, leben nicht alles, töten. Das habe ich selber gehört im Fernsehen. Warum machen die den Garten, schreibt da nicht so 30 Minuten Platz, wenn das so sein sollte. Warum machen die den Garten, den Garten, den Garten haben 30 Minuten Platz. Und Deutschland unterstützt ihn noch. Warte mal, Ohan, das stimmt nicht. Wenn das stimmen würde, dann würde ich das richtig stimmen. Alles richtig nicht. Und richtig nicht. Unrecht nicht. Du bist einfach nur. Wenn es stimmen würde, würden die den platt machen. Ja, natürlich. Warte mal, warte mal, stopp, warte mal. Aber der Garten steht dahinter. Schau mal, denkst du, dass es ein Genozid? Warte mal, stopp, warte mal. Ohan, denkst du, dass es ein Genozid befalle, wenn es die Länder verübt wird? Denkst du, dass es ein Genozid? Nein, sag doch mal, ja oder nein. Denkst du, dass es ein Genozid ist, Ohan? Denkst du, dass es ein Genozid? Ich sage dir dazu gar nichts. Ja, natürlich sagst du dazu nichts, weil du wirklich eine, sorry, aber eine rhetorische Schlange bist. Du antwortest nicht, du winnest dich. Mit dir kann man keine ordentliche Diskussion führen, weil du dauernd ablenkst und nicht auf das Kernthema eingehst. Und nimm, sorry, aber mit so jemandem, wie willst du mit jemandem reden, der nicht darauf aus ist, mit dir zu reden? Ohan, Elia, Elia, der da oben, Elia, der Ohan, das ist ein ganz fanatischer, der ist ganz gefährlich. Ohan, erst mal, dass du dabei noch beleidigst? Ohan, erst mal, dass du beleidigst? Ohan, erst mal, lieber Ohan, guck mal, du hast erst mal gelogen. Erst mal hat er gelogen, das hat nicht Netanau gesagt, sondern ein älterer Soldat hat das gesagt. So, aber Netanau hat das nicht gesagt. Erst mal diese glatte Lüge. Zweitens, wenn die möchten, könnten sie tatsächlich alles auslöschen, aber tun sie nicht. Es wurde oft zuvor, haben die betont, lass mich bitte. Die ganze Welt sieht das, mein Gott, ihr sollt euch schämen, wenn ihr so sagt. Ihr sollt euch schämen, mein Gott. Die Kinder, die Frauen werden alle getötet, 6.000 Kinder getötet, 6.000 kleines Baby. Euch sollt ihr euch schämen. Was machen die im Hass? Hast du vergessen, dass Hamas einfach irgendwelche zivilisten Leuten attackiert hat? Was macht Papa? Was macht unter die Erde? Ich frage dich, Ohan, ich frage dich, wer hat zuerst attackiert, wer hat zuerst zivilisten attackiert? Das habe ich zwei, dreimal beantwortet, habe ich gesagt. Das ist, finde ich, das ist scheiße, was die Hamas gemacht hat. Ich denke auch, dass Israel das provoziert hat, damit die Gazastreifen entnehmen können. Hör mir zu, hör mir zu. Die werden Gazastreifen komplett besetzen jetzt. Hör mir zu, Ohan, beantworte nur meine Frage. Also, du bist jetzt gegen Hamas, richtig? Nein, ich bin nicht gegen Hamas. Also, siehst du, du hast einen Widerspruch in sich. Warum soll ich gegen Hamas sein? Ilija, warte mal. Ich dachte, was am Sitzplatz passiert ist. Ilija, warte mal. Nein, ihr Güte, vorhin hast du ganz am Anfang gesagt, dass du das verurteilt hast. Nein, 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 du hast mich gar nicht gehört. Nein, 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 doch, und jetzt habe ich dich entklarvt, jetzt bist du für Hamas. Also, befürchtest du? Nein, Ilija, das hat er die ganze Zeit schon gemacht. Er hat eine Autonomie, die ihr eigenes Volk geschützt. Das hat auch Amerika selber gesagt. Der Sitzplatz war kein Terroranschlag. Das hat er selber gesagt. Und natürlich windet er sich darum, weil er genau weiß, wenn er sagt, dass er die Hamas unterstützt und dass das in Ordnung ist, dass er dafür eine Anzeige bekommt. Das weiß er ganz genau und deswegen sagt er das auch nicht. Ja, genau. Das ist es ja. Das ist zwei Gesichter im Islam. Ja, du darfst über die Ungläufe gelügen. Ihr habt zwei Gesichter. Ja, das ist das. So hat Mohammed den Dieter Kehr auch ja umgesetzt. Hamas hat zuerst Zivilisten attackiert. Und das ist Fakt. Und dann sagst du, ich verurteile das. Ich wiederhole nur deine Worte. Ich verurteile das. Natürlich verurteile ich das. Es ist egal, wer das ist. Guck mal, hörst du nicht zu. Du redest nur dazwischen. Ich verurteile das. Hamas hat auch Zivilbevölkerung. Du sollst mal zuhören, mein Gott. Du hast dich selber entklagt. Du sollst zuhören. Du hörst gar nicht zu. Du redest nur alleine. Dich sollte man anzeigen. Du sollst, guck mal. Hamas, was sie gemacht hat, ist ein Terroranschlag. Ich finde das nur gut. Aber was Israel macht, ist auch ein Terroranschlag. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Israel, nein, falsch. Israel reagiert auf den Terror und auf die Feindseligkeit, die Israel seit Jahren von der Hamas entgegen gibt. Israel tötet keine Kinder. Mein Gott, noch mal der Typ. Warte mal, Orhan, bist du Türke? Warte mal, bist du Türke? Wir müssen bei dir Wahrheit bleiben. Orhan, bist du Türke? Warum hat dann der Netanyahu dann auf Hebräisch gesagt, was ich leider nicht verstehe, dass er gesagt hat, die Hamas sollen sich aus ihren Löchern rauskriechen und wir kämpfen an einem liegenden Tal, an einer Wüste. Hat er angeboten. Die Hamas kriecht sich in deren Löcher. Und das ist Fakt. Wie Ratten. Löcher da, wo Zivilisten sind, was soll die Hamas, was soll die Israel jetzt tun? Ja, wie feige Ratten, Elia, die Hamas sind feige Ratten. Genau, wenn sie möchten, was er sagt, die brauchen kein Bodensegarten. Das weiß ich, wenn ich etwas nicht weiß, kann ich nicht sagen. Gaza wäre in einer Stunde platt. In einer Stunde, dafür brauchen sie doch nicht mal Bodenoffensive. Aber nein, die schicken extra Bodenoffensive, damit die Zivilisten die Tötung reduzieren. Das haben sie schon verstanden. So, aber die verkriechen sich. Das sind keine Löwen Allahs, sondern das ist auch Allahs. Hamas ist dieses. Mir geht es nur um Zivilbevölkerung. Ich sage die ganze Zeit. Elia, Elia, jetzt kommt eine ganz fanatische Frau. Da musst du sehr stark sein. Die ist sehr fanatisch, die Frau. Die war heute schon mal drin. Die ist nur am Schreien. Guck mal, die Palästina hat nicht diese Munition und die Möglichkeit, verstehst du, so zu kämpfen. Dann sollen doch die lieben Herren, die Israelis, doch eine andere Strategie finden. Wenn hier zum Beispiel in der Schule jemand Amok läuft, dann bombardieren die ja auch nicht die Schule. Dann machen die, dann umzingeln die das, dann versuchen die zu verhandeln. Sie hat sich heute schon nicht distanziert. Sie hat heute schon gesagt, sie findet Hamas gut. Hat sie heute schon gesagt. Hamas hat 2700 von Palästina, die ihre Eltern seit 75 Jahren in Besatzung getötet wurden. Elia, ganz kurz, Elia, hörst du, was sie sagt? Elia, hörst du, was sie sagt? Sie hat gesagt, das sind Kinder von Palästina, die Hamas, die einfach nur sich verteidigen. Hast du es gerade gehört, was sie sagt? Natürlich, kein Strom, 75 Jahre Besatzung, die sperren sogar Kinder ein. Hör mal, ich hab's nicht Video. Guck mal, vierjährige, fünfjährige Kinder verhaften die, ja, vom Familienreich sind die und sperren die ein. Man redet nur von Hamas, aber nicht über Israel, wie viel geiseln die, sogar Kinder sperren die ein. Pass mal auf, pass mal auf. In der in ihrem eigenen Land. Dass Kinder auf Israel 2700 Raketen geschmissen haben. Kinder, ja? Hä? Deine Aussage ist sowas von widerlich und peinlich. Wer hat zuerst angefangen? Erstens, die haben von der Luft angefangen, auf Bodenoffensive und die haben wahllos auf Zivilisten geschossen. Bewusst, dass 200 Zivilisten an diesem ganzen Open Air gestorben sind. Das verurteilt die nicht. Elia, distanzistisch vom Menschen, Elia. Ganz einfach, wer zuerst anfängt, jetzt bekommen die die ganze Härte zu spüren. Nein, distanzierst dich vom Menschen, Elia. Ihr Hamas distanziert sich nicht von dem Islam. Der Hamas ist eine Terrororganisation, was sich beruft auf Mohammed. Den hast du nicht berufen, verstehst du richtig? Mohammed hat gesagt, fack da ulu, bick da ulu. Das bedeutet, du testest anfängt dazu. Distanzierst dich vom Menschen, Elia. Was? Distanzierst dich vom Menschen. Distanzierst du dich erst mal von Menschen? Distanzierst du dich von der NS-Zeit? Distanzierst dich von den Österreichern? Distanzierst du dich von Hamas? Distanzierst dich von jedem, jegliche Art von Terror. Distanzierst dich von dem Österreicher. Also bist du gegen Hamas, oder? Lass dir jetzt mal diesen Österreicher aus Deutschland raus. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Geschichte. Jeder muss eure Meinung vertreten, Emma. Wie unverschämt ist das? Und du hast keine Ahnung, gehen in der Heimatland deine Eltern aus. Du hast keine Ahnung, gehen in der Heimatland deine Eltern aus. Ihr Prenzen lässt ihn in der Haube. Ihr verurteilt jedes Mal Israel. Ich bin zu Hause. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Der Heimatland deine Eltern. Oder Unfrusteltern. Solche Leute wie dich wollen wir in Deutschland nicht haben. Oh, tut mir leid. Aber ich habe schon den deutschen Pass. Ich bin hier geboren. Mein Vater hat hier gedient, um eurem Land aufzubauen. Ich bezahle meine Steuern hier. Ich habe hier Kinder geboren. So an Lutschheit wie in Israel. 1,3 Millionen Muslime leben in Israel. Sie können den Glauben aussehen, gar keine Probleme. Aber die haben ein Problem mit der Hamas. Der Hamas verursacht, dass die Palästinenser leiden. Das ist das. Nein, nicht die Hamas, sondern Israel. Indem die in deren Land reinmarschen. Stück für Stück erhoben. Wenn sie anstatt sie an Waffen finanziert werden, dann sollten sie die Hamas an ihre eigene Bevölkerung finanzieren. Weil die meisten Palästinenser, die leiden unter Hamas. Die haben keine... Guck mal, wenn Israel dieses... 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 Dieses Ecke in Ruhe... Waffen haben die natürlich. Da finanzieren sie, aber das Volk leidet drunter. Und der Hamas-Chef, der scheißt auf die Palästinenser. Der lebt in Luxus. Ja? Verurteilt das mal. Elia, Hamas eigentlich dein einziges Argument, womit du die ganze Zeit kommst, weil man hört von dir die ganze Zeit immer nur Hamas. Hamas, 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 Hamas. Gibt es irgendwas anderes in deinem Leben? Ja, das ist doch Hamas. Ich habe vorhin ihm gesagt, denk mal menschlich. Das Thema... Okay, was? Ja, denk mal ein bisschen menschlich. Guck mal nicht in einem Tunnel rein. Woher hat die Zahl 5.000 eigentlich hier? Das würde ich hier auch mal gerne wissen. Lass mich mal bitte kurz aussprechen, Pinsel. Du sprichst die ganze Zeit. Welche Lösung hast du denn? Guck mal, ich stelle dir jetzt eine normale Frage. Welche Lösung hast du in diesem Konflikt? Wenn die Hamas ständig angreift, was sollen die Juden tun? Sich nicht wehren? Ey, wenn die denn in Ruhe lassen würden, wenn die nicht so viele Checkpoints hätten, wenn die die in Ruhe beten lassen würden, dann würden die auch nichts machen. 1,3 Millionen Menschen in Israel. Dann würden die auch nichts machen. Was passiert im Müll? Die Al-Aqsa-Moschee ist in Jerusalem. Die können beten ohne Probleme. Hör mal, wir sehen, jeden Ramadan sehen wir das. Und was wir nicht noch sehen, ist noch eine andere Debatte noch. Hör doch mal zu, welche Lösung hast du? Sollen die Isilten sich jetzt gar nicht wehren? Die sollen dieses Land in Ruhe lassen. Welches Land? Völlig in Ruhe lassen, dann wird auch nichts passieren. Aber nein, die müssen sich überall sich... Beantworte nur meine Frage. Israel, seit 75 Jahren Besatzung. Wer hat angefangen mit 6 Tage Krieg? Wer war das? Die Hamas, die Palästinens haben angefangen. Ach so, die dürfen sich gar nicht wehren. 75 Jahre werden die ermordet und eingesperrt. Denen wird alles verboten. Die dürfen sich nicht wehren. Aber was die 75 Jahre Israel macht, ist in Ordnung. Ich frage dich, warst du schon mal in Israel? Deine Frage habe ich schon zigmal gegeben. Andere Leute geben es dir auch, aber du willst es nicht davon. Weil du einen Tunnelblick hast, weil du gegen Moslems bist. Ich frage dich, warst du in Israel, ja oder nein? Warst du nicht? Deswegen kommt auch nur Scheiße. Es gibt einen armenischen Viertel, es gibt muslimischen Viertel, jüdischen Viertel und christlichen Viertel. Und die leben alle in Frieden. Das ist gelogen, das weißt du ganz genau. Mein Lieber, das ist nicht gelogen. Warst du schon mal in Israel? Das ist gelogen, das weißt du ganz genau. Pass mal auf, wir haben da Leute, wir haben da Moschee. Was willst du erzählen, mein Lieber? Was bist du für ein Blüter, Elia? Ich habe Freunde, die müssen einen Passagier scheinbar antragen, wenn sie ihr Haus verlassen wollen. Du weißt ganz genau, dass das gelogen ist. Ich bitte dich. Falsch. Elia, du laberst wirklich nur Bullshit. Hör mal zu. Alter, du, Junge, keine Ahnung, wo du herkommst, Junge, aber in Israel warst du noch nie. Hör mal zu. Den gleichen Gesetz, da geht Religionsverhalten. Elia. Aber es gibt solche fanatische Muslime, leider zu viele, die dort leben und Terroranschläge verursachen. Hör mal zu. Die Soldaten werden mit Messern, die Soldaten werden sogar von Kindern attackiert mit Messern. Ja, dann geht aus dem Land raus. Ja, es gibt sich wieder zieh, Boom oder dieser... Ja, hör doch mal zu. ...schalt und blablabla. Hör doch mal zu. Warst du in Israel oder nicht? Ich beantworte die Frage. Hör doch mal zu. Ich habe Millionen Menschen in Israel. Ich brauche nicht selber hinzufliegen. Warst du in Israel, ja oder nein? Wenn du nicht in Israel warst, dann halt einfach den Mund. Ja, war ich. Deswegen weiß ich auch, dass du lügst. Du erzählst absolute Scheiße hier. Beweise uns das Gegenteil. Komm, zeig uns an die Köder, was du jetzt sagst. Ich will dir mal was... Du lässt hier einen nicht aussprechen. Zeig uns eine Quelle. Zebum, ich rede nicht mit dir. Jetzt erst mal mit deiner Person. Du hast gesagt, wenn sie aus ihrem Haus gehen, müssen sie jedes Mal ihren Ausweis erst mal vorlegen. So ein Bullshit. Zeig uns die Quelle. Alter, ich war persönlich da. Wenn ich mit den Freunden das ausgelassen habe, ist mir das erlaubt als Deutscher mit deutschem Pass. Ihm aber nicht. Ja, aber woher wissen wir, dass du recht hast, Vorsitzschild? Du kannst auch genau hierhin einfach nur Müller erzählen. Geschäfte sogar. Woher wissen wir, dass er recht hat, Lübe? Ich kann dir ein Dokument vom Deutschen Bundestag schicken über den Zustand der letzten 70 Jahre, wo sogar das aufgelistet ist. Gebt mir mal das Wort. Und zeig uns eine einzige Quelle, eine richtige Quelle, nicht muslimische Propaganda. Zeig uns das. Es gibt zig NGOs, die das behaupten. Ja, behaupten kann ich vieles. Ich kann auch sagen, ich habe 5 Millionen. Ja, du behauptest auch nur. Du denkst, du hast die Wahrheit oder was? Du behauptest eben, dass die Hamas den 6-Tage-Krieg begonnen hat. Die Hamas gab es zu der Zeit gar nicht. Du bist so ein hängengebliebener Typ, du erzählst seit 10 Minuten hier Bullshit, die überhaupt nicht mit der Realität zu tun haben. Der Typ ist nicht so doof, Junge. Erzähl kein Quatsch. Erzähl kein Quatsch. Erzähl kein Schreinküßer. Du bist einfach... Okay? Iljad, eine Frage. Iljad, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ist das Wahrheit, dass die in Israel Zivilbevölkerung eine Urteil in der Hand haben und gehen zu Palästien in den letzten Jahren... Nein, dann sollen wir ja erstmal hier beantworten, das, was er gerade gesagt hat. Nein, du sollst auch meine Frage beantworten. Er hat gesagt, dass die Muslime in der eigenen... Nein, stimmt das oder nicht? Das Muslime in Israel, wenn sie ihre Haus verlassen müssen, werden sie sich jedes Mal auschecken. Stimmt oder nicht? Zeig uns das. Und 5-jährige Kinder werden als Terroristen gefangen. Kein Diesel, sei mal leise da bitte. Zeig uns jetzt bitte die Kinder. Ja, nein, soll mal leise. Du musst leise sein. Du lachst nur. Wir bleiben bei diesem Thema. Der hat das jetzt gesagt. Zeig mir jetzt die Quelle. Wer hat das gesagt? Ich habe das nicht gesagt. Ich habe was anderes gesagt. Der eine, der gerade rausgekommen ist. Der ist raus. Was willst du von ihm hören? Der ist doch raus. 1,3 Millionen Muslime leben in Israel und die sagen, die fühlen sich dort wohl. Es gibt sogar eine eigene Partei. Nee, ich kenne Christen, die in Israel leben, die sagen... Ich bin ein Bruder. Ich glaube, der Elia braucht ein bisschen Unterstützung. Der Elia macht das schon ganz gut. Der braucht keine Unterstützung. Aber ich höre mir das gerne an und ich gehe auch gerne gleich rein. Aber Elia macht das schon sehr stark. Gerne, Bruder. Ich muss sowieso jetzt eigentlich rausgehen. Der Elia hat eben behauptet, dass der Sechs-Tage-Krieg... Sei mal ruhig, jetzt will ich mal reden. Der behauptet, dass die Hamas den Sechs-Tage-Krieg begonnen hat. Was will ich mit so einem... Keine Ahnung von der Geschichte... Der Hamas gab es nicht. Der Hamas wurde in den 80er Jahren gegründet von der Muslimbruderschaft. Erzähl kein Quatsch. Und du hast eben gerade das gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat doch nicht gesagt, dass die Hamas angefangen hat. Er hat gesagt, er hat über den Sechs-Tage-Krieg geredet. Wer hat den angefangen hat... Krieg haben die Palästinenser angefangen? Die Ägypten waren beteiligt, der Sechs-Tage-Krieg. Weißt du, wer darin beteiligt war? Ägypten, Libanon, Irak... Und wie viele Menschen habt ihr vertrieben? Fast eine Million Menschen, oder? In den letzten Tagen waren sie nur Pulverfass. Eine Million Menschen habt ihr vertrieben. Aber Sieboum, warte mal. Du kannst doch nicht... Pulverfass. Du sagst etwas in meinem Mund, was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass Hamas... Elia, ich glaube das auch nicht. Elia, alles gut. Ende 80er Jahren wurde Hamas von der Muslimbruderschaft gegründet. Okay, alles klar. Das zweite ist, mein Lieber, seitdem Israel zu einem Staat geworden ist, zu einem Land, haben die keine Ruhe von den Muslimen. Und trotzdem gibt es 1,3 Muslime... Sieboum, deine Freundin ist da. Lange werden wir nicht mehr bleiben da. Sie werden auch verjagt. Nicht lange. In Tel Aviv kannst du deinen Glauben ausleben, in Jerusalem kannst du deinen Glauben ausleben, egal in welchem Ort. Sobald du niemanden schadest, bist du herzlich willkommen. Wenn du jemanden schadest, dann bekommst du die Packung. Ein Eier. Eine Frage, Elia. Warum werden fünfjährige Kinder festgenommen? Elia, kann ich dich was fragen? Nein, du kannst mich nicht fragen. Warum werden fünfjährige Kinder festgenommen? Was reden Sie da? Fünfjährige Kinder werden festgenommen. Ja, warum hat der Prophet das gemacht? Elia. Elia, was bringt das, wenn du mit uns reden willst? Ja, schön. Ich habe es vor Ort. Löwe. Wer hat den 6 Tage Krieg angefangen, Elia? Elia, wer hat den 6 Tage Krieg angefangen, Elia? Elia, willst du mir erzählen, dass jeder Nicht-Jude die gleichen Rechte hat wie ein Jude in Israel? Willst du das echt für uns allen verkaufen? Elia, wer hat den 6 Tage Krieg angefangen? Wer hat den 6 Tage Krieg angefangen? Das waren die Palästinenser, die Muslime. Boah, Junge, geh mal raus. Red nicht über den Auskonflikt, bitte. Sag einfach ruhig. Der Lüge ist ohne Ende. Red nicht über den Auskonflikt, du hast keine Ahnung. Lema, du hast keine Ahnung. Erzähl uns nicht mal, was Moral ist, Junge. Du weißt nicht mal, was Moral ist. Lema, du hast keine Ahnung. Junge, kommst du wieder mit deinen Lügen? Unglaublich. Unglaublich, Junge. Dann erzähl uns doch mal, Lema Rochin, wer den 6 Tage Krieg angefangen hat. Würde mich mal interessieren von deiner Seite aus. Wer hat Jordanien, Ägypten und Syrien, wer hat die bombardiert zuerst? Ihr Palästinenser. Ja, ihr Palästinenser. Ganz kurz, ich hab dir doch eine Frage gestellt. Ich hab dir doch gerade damit geantwortet. Ich hab dir das doch einfach, wer das angefangen hat. Guck mal, ich hab dir doch damit geantwortet. Guck mal, wir sind so schwer, wenn ich dich frage, wer den 6 Tage Krieg angefangen hat, und sage, erzähl uns doch mal. Dann fängst du deine Antwort an mit einer Frage. Kannst du nicht normal beantworten? Okay, Israel hat angefangen. Israel hat angefangen. Okay, was war denn der Auslöser? Was hat denn Israel gemacht? Sie haben Syrien, Ägypten und Jordanien bombardiert. Einfach so, einfach so. 48 haben die einfach so das gemacht. Wir reden nicht über 48, Hope. Du hast gar keine Ahnung. Sei einfach ruhig. Von wann redest du denn? Hopp, lass ihn doch mal reden, Mann. Du hast recht von so vielem keine Ahnung. Lass die Leute mal reden. Sei doch mal leise. Lass die Leute reden. Von wann? Erzähl mal, von wann du redest. Wir reden von 67. Das weiß aber, ich bin noch nicht mit dir. Also ganz ehrlich, ich verstehe immer dieses nicht, dass man immer sagt, ich rede gerade mit dem und nicht mit dir. Ich rede mit der und nicht mit dir. Also wir sind hier in einer Diskussion. Ich werde ganz kurz, wir sind hier in einem Live. Es sind mehrere Leute hier in diesem Live. Und hier hat jeder das gleiche Recht zu sprechen. Und jemanden zu sagen, ich rede nicht mit dir. Also sorry, dann nimmst du dich hier aus der Diskussion raus. Ja, aber ich bin... Mach das gleiche bitte bei deiner Freundin. Die macht das permanent mit mir. Und du bist der einzige, der mit mir konstruktiv diskutieren möchte. Zibum, du kommst in dem anderen Stream nicht hoch. Ich hab dir das schon mal gesagt. Mach mich wieder als Mörderin bezeichnet. Hab ich nicht. Ihr habt mich nicht... Ihr habt mich sofort gestimmt. Ich hab das gesagt, weil du mich blockst. Weil du mich blockst und hier hetzt und den Leuten Mist erzählst. Zibum, du hast ein Kommentar geschrieben. Es ist egal, es geht nicht um uns beide. Zibum, ganz kurz, stopp. Es geht nicht um uns beide. Zibum, ganz kurz, stopp. Ich muss jetzt Hope tatsächlich in Schutz nehmen. Du hast sie das genannt. Und es ist nur meine Langmut. Und weil ich nett bin, bist du hier oben. Und ich riskiere wieder, dass ich mich mit Hope streite wegen dir. Also sei jetzt lieb und sei vernünftig. Sie mich nicht und ich bin vernünftig. Genau. Und rede nochmal, weil ich unterstütze die Hope. Hope ist eine sehr gute und sie darf hier reden. Und das ist in Ordnung, Zibum. Und wenn du damit nicht klarkommst, Zibum, du musst doch gar nicht hier sein. Das zwingt dich doch niemand. Ich möchte einfach nur ausreden. Mehr nicht. Ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, das ist vollkommen normal. Aber wir sind ja auch in einer Diskussion. Wenn das sachlich abgeht, dann darf man auch mal dazwischen reden. Weil wir brauchen hier keine Monologe. Wenn es sachlich ist. Drei Stunden von einer Person. Wenn es sachlich ist. Okay. Ja. Wir führen hier Dialoge. Hier darf jeder reden. So, bitte. Löwenherz, wo ist der Nathan? Der ist tatsächlich gerade rausgegangen. Ich kann ihn gleich mal schreiben. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat aber auch gesagt, dass er irgendwie raus muss. Ihn kenne ich ja auch persönlich. Ich kann ihn gleich mal fragen. Er hat gesagt irgendwie, dass er raus muss. Ich glaube, er hat ja auch Familie und so. Ist auch gut möglich. Wir haben ja Sonntagabend. So, Sibom, wollte noch irgendwas loswerden. Ich bin... Ja, ich bin... Du hast eben gerade darauf bestanden, dass der Le Maroc sagt, wer den Krieg angefangen hat. Du wolltest da, glaube ich, nochmal ansetzen, was der Auslöser war. Nein, gar nicht. Ich wollte einfach nur von ihm hören, ob er denn selber weiß, wer der Auslöser ist. Also, es gab einen Präventivschlag Israels als erstes. Aber den Auslöser, den hätte ich gerne mal gehört. Ja, genau. Den würde ich auch gerne hören. Also, Sibom, so wie ich das mitbekommen habe, ist es so gewesen, dass ein extremer Truppenaufmarsch an den Grenzen von Israel war. Nämlich von den Ägyptern weiß ich das auf jeden Fall aus dem Libanon. So, und dass die Israelis präventiv reagieren mussten, sonst wären sie überrannt worden. So schaut's aus. So, das heißt, wenn du einen Truppenaufmarsch an einer Grenze machst, genau so, genau so. Man kann auch das Ganze umdrehen und dann sagen, also guck mal, pass auf, ich geb dir ein Beispiel. Du haust mit dem Finger drauf die ganze Zeit und dann stoße ich deine Hand weg oder mach also eine Gegenmaßnahme und schon bin ich der Schuldige. Ja, nach dem Sinn ist dann Israel der Schuldige. Guck mal, Leute, ganz ehrlich. Nee, 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 aber, guck mal, du hast einen sehr, ich möchte es ja nur wissen. Warte mal, ganz kurz. Okay, darf ich dir antworten? Nein, nein, warte mal, ich mach das jetzt genauso wie du, ich rede jetzt mit Sibom. Guck mal, das Ding ist doch, dann fangen wir an mit den Konflikten vorher, 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 mittendrin, mittendrin, nachher, nachher, nachher. Und das dürfen wir auch immer nicht, also wenn es nach mir geht, dann betrachten wir all diese Konflikte, weil das ist ja nicht ein Konflikt, der am Anfang steht. Das sind Konflikte, die es gibt, seitdem der israelische Staat ausgerufen worden ist. Ja, haben schon immer und immer und immer wieder die Länder um Israel herum versucht, den israelischen Staat anzugreifen. Das wissen wir doch, ihr könnt doch jetzt nicht die Historie verändern. Wir wissen doch, dass Israel mehrfach angegriffen worden ist. Sollen wir uns jetzt um einzelne kleine Konflikte, die da stattgefunden haben, jetzt streiten, wer wo was angefangen hat? Nee, 6 Tage Krieg war ja nichts Kleines. Also das war für mich mal interessant zu wissen. Wenn ich kurz was sagen darf, ich finde, das beobachte ich auch ganz, ganz oft. Erstmal guten Abend an alle. Guten Abend. Ich beobachte das ganz, ganz viel in den Streams jetzt hier, auch vor allen Dingen leider von, was heißt leider, es ist halt immer dieselben Kameraden, die halt immer dieselbe Taktik anwenden, dass sie halt immer sagen, hey, was hat denn Israel da gemacht? Hey, was hat Israel hier und der 6 Tage Krieg da? Es wird versucht immer, liegen und prekir, es wird versucht immer von der Situation jetzt abzulenken und es wird, es wird, man versucht den Fokus zu verlegen. Genau dasselbe wird ja auch jetzt versucht mit den, mit der, mit der Aktion, die wir leider, mit dem Kriegszustand, den wir jetzt in Gaza haben. Da werden jetzt Opfer gezählt. Aber das weiß ja jeder. Ich brauche jetzt nicht das Ganze wieder aufzurollen, worum es hier letztendlich geht. Man versucht den Fokus wegzulenken von dem, was der Auslöser war, vom dritten Opfer her speziell. Und, ähm, und, äh, und, äh, und hier, hier finde ich, hier geht man halt einfach in, in, in die falsche Richtung. Und wir gucken, wie es geht um die aktuellen Ereignisse um den 7. Oktober, es geht um einen terroristischen Anschlag von einer Gruppe. Es kommen ja immer mehr Videos raus. Es kommen ja immer mehr wieder Beweismaterial, belastendes Beweismaterial, auf dem man sehen kann. Wirklich, weil wir immer geleugnet wurde. Es gibt keine, es gibt die Tunnel, die, also die Tunnelsysteme und die Militärstützpunkte sind nicht unter den Krankenhäusern, sind nicht unter den Schulen. Es kommen immer mehr belastende Beweismaterial raus, wo man eindeutig sehen kann, dass das... Ach, Leute, das ist doch eine Hilfsorganisation. Weil das leugnen, Menschen, die das leugnen, sind auf irgendeiner Verschwörungsschiene unterwegs. Und da, weil, und da sieht man auch, welcher Geist diese Menschen treibt. In welche Richtung... Ok, ich hatte keine Frage an dich. Er ist doch noch nicht mal fertig. Lass ihn doch mal aussprechen. Eine Frage an dich. Was sagst du zu dem Heli-Angriff, äh, was in der Haaretz-Zeitung drin war? Das ist aber kein Angriff, wenn du, weil, wenn du wohin, wenn du auf einen Angriff reagierst, dann ist es doch kein Angriff. Du tust so, als hätte der Heli alle 1400 Israelis abgeschlachtet. Sorry, es ist doch kein Angriff, wenn du zur Verteidigung ein Heli hinschickst, dann ist es doch kein Angriff. Und was du sagst, ist wichtig, dass dort auch Israelis gestorben sind, als der Helikopter dort hingestogen ist. Oh, das ist so schwierig, ne? Das ist echt ganz kurz, wenn ich jetzt mal hier reinhauen darf, ne? Das ist wirklich immer so schwierig, ähm, mit, mit euch zu diskutieren, weil ihr immer nur seht, was, also ihr seht die Reaktionen und macht aus dieser Reaktion, ähm, eine Aktion, die erstmal gestartet worden ist. Aber ihr probiert, ihr probiert, ihr probiert, ihr probiert die Hamas irgendwie unschuldig dastehen, sodass wir uns irgendwie zurecht werden. Also, ey, guck mal, ganz ehrlich. Ich bin, darf ich dir was sagen? Nein, ich war noch gar nicht. Nein, Sibum, 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 ganz kurz, guck mal, so funktioniert das nicht. Ähm, ich muss mir auch immer geduldig anhören, was ihr sagt, ja, und sobald wir was sagen, also du hast das jetzt, ich hab das jetzt beobachtet, ich bin seit... Ihr müsst das kurz fünf Minuten schaffen, ich muss kurz telefonieren, Entschuldigung, Bruder, ich muss kurz telefonieren, ich mach mich kurz stumm, ihr müsst das kurz schaffen, ohne euch zu zerfetzen. Wir sind fünf Minuten hier drin, und ich sage dir ganz ehrlich, Sibum, du hast jetzt jedes Mal, wenn einer irgendwas redet, ähm, unterbrichst du das Ganze sofort, ja? Und so kann man keine Antwort geben, und dann wird man auch sauer, das Ganze schaukelt sich hoch, und gleich streiten wir uns hier. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Okay, nochmal, ihr könnt nicht immer Sachen nehmen, ähm, die eine Reaktion auf gewisse Dinge sind, und dann sagen, da, da, guck mal da, die haben angefangen, guck mal da, die haben einen Hubschrauber geschickt, ach, guck mal da, die, äh, marschieren jetzt da ein, ach, guck mal da, die bombardieren hier, die bombardieren das, die machen das. Aber immer wieder wird vergessen, wird vergessen, das, was der Zadig gerade hier sagte, ich hoffe, ich hab deinen Namen richtig ausgesprochen, äh, gesprochen, was er hier gerade auch sagte, ähm, die israelische Regierung wirft der Hamas vor, sich unter Schulen, Krankenhäusern und, ähm, äh, öffentlichen Einrichtungen, ähm, äh, zu verstecken. Das wurde immer verneint, und nein, und ach, und dies, und das, und jenes, und jetzt kommen immer mehr Videos, ich hab diese Videos selber auch gesehen. Dann zeig mir die mal bitte, ich bin, zeig mir die, zeig mir die bitte nur. Scheiße, ey. Ja, wie soll ich die denn zeigen, wie soll ich die denn zeigen, wie soll ich die denn zeigen, wie soll ich die nicht unterbrechen, selbst wenn du Videos, selbst wenn du Videos bringen würdest auf einem goldenen Tabletz, und du würdest sagen, yo, pass auf, dass das Video, das ist das Beweis, selbst dann wird dir nicht geglaubt, aus Prinzip nicht. Sag ich, ich schwöre dir bei Gott, sag ich, ich schwöre dir bei Gott, wenn du mir das zeigst, ich frage mir die Frage, schon mal, ich frage auch immer wieder die Frage, welche Beweise müssten wir liefern, ganz kurz, lass mich nur diesen Satz zu Ende sagen, welchen Beweis müssten wir liefern, damit du sagst, hey, yo, pass auf, ich sag, ich lag doch falsch. Ist egal, welchen Beweis du lieferst, er wird keinen, dieser Beweise akzeptieren, ganz einfach so. Ach so, jetzt sollen wir warten, Lemojin, jetzt sollen wir warten, ich lasse mich jetzt mal ganz kurz deine eigene Medizin schmecken, damit du siehst, wie eklig das ist, ich war gerade am reden, du hast unterbrochen, jetzt siehst du mal, wie eklig das ist vielleicht, aber merkst du dir das jetzt für das nächste Mal, jetzt lasse ich dir reden. Lema, sei doch mal leise, lass ihn doch zu Ende sprechen. Nein, nein, ich war zu Ende, ich habe gesagt, ich bin jetzt zu Ende und jetzt darf er reden, aber damit er einmal sieht, wie eklig das ist, wenn man jedes Mal unterbricht, so viel Spaß. Ja, ich glaube dir, ich weiß, aber du redest die ganze Zeit deswegen, ja, ich will dir auch mal kurz was sagen, ja. Ganz kurz, nur an Sadiq, ja, zeig mir einen Beweis, ja, dass unter einem Krankenhaus ein Tunnel, äh, ein Bunker war oder ein Tunnel und, oder unter einer Schule, ich will das doch nur sehen, ich schwöre es dir, wenn ich das sehe, ich würde nie wieder dagegen sprechen, nie wieder. Wie sollen wir dir die Videos dir schicken? Lass mich bitte kurz aussprechen, ja, du sagst gerade, lass ihn aussprechen, aber... Ja, aber wie sollen wir es dir schicken? Ich will es dir, mach doch hier groß, ihr könnt doch hier... Wir lernen keine Videos, wir haben das schon mal gemacht und das wurde gesperrt. Es ist gelogen, ist doch gut jetzt. Es wurde gesperrt, ich habe Videos, ich habe Quellen, ich habe nicht vom Internet, von anderen Quellen. Nein, 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 ich habe mir eine Sache vorgenommen, ich diskutiere nicht mehr mit Menschen, die offensichtliche Dinge leugnen, aber auf deren Dinge, okay, guck mal, pass auf sie, Boom, du sagst, das ist gelogen, es gibt diese Videos nicht oder sie sind gefakt, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Die sollen schaden, ganz kurz, warte ganz kurz, guck mal, wenn wir nach dieser, ich habe dir das schon mal gesagt, wenn wir nach dieser Logik verfahren, und das meine ich jetzt nicht respektlos, okay? Bevor man mir jetzt hier die Worte gleich wieder in den Mund umdreht, ich zeige dir nur, was deine Logik ist. Okay, das ist gelogen, jedes einzelne Video aus Gaza ist eine Lüge. Ist das schön? Ja, wir haben die, wir haben die, wir haben die, aber es in Gaza gesehen, das Video haben wir nicht gesehen. Warte, 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 ich möchte nur ein Video haben, was ich sehen möchte, ich habe die Videos auch nicht gesehen. Ist es deswegen jetzt eine Lüge? Für mich in dem Moment, wo ich habe die Videos aus Gaza nicht gesehen, weil du etwas nicht gesehen hast, ist du eine Lüge draus? Nein, ja, weil ich diskutiere mit solchen Menschen nicht mehr, ich gehe raus, wirklich, ich habe mir das vorgehalten, ich diskutiere so etwas nicht mehr. Ja, das ist der, wenn du verlierst gerade voll dein Niveau, ey, nein, ich bin, hätte das nie von mir gedacht, was ist, aber du weißt, was ein Niveau los ist, ist eine Sache, wo es eindeutige Videobeweise gibt, diese Videobeweise werden nicht anerkannt. Dann zeig mir sie doch, dann zeig mir sie doch. Aber du hast ihnen selber nicht ein Thema mehr zu sagen. Wie sollen wir euch die Videos zeigen, Leute? Das sind Leute, das sind Videos, die nicht im Internet sind. Ich bin, ich möchte dir glauben, wenn du mir das lieferst, glaube ich, ich möchte dir glauben. Wie soll ich es dir liefern? Wie denn? Guck mal, das ist, Seebum, das ist der Trick von denen. Wie denn soll ich dir irgendwas schicken? Aber hinterlegen es nicht. Soll ich deine Nummer mir nehmen und dir das schicken oder was? Über den Chat, über den Chat, über den Chat. Wie denn, das sind Sachen, hallo, das kriege ich per WhatsApp. Dann schickst du über Telegram. Dann schickst du über Telegram. Nein, ich werde dich doch nicht in mein Telegram in Suche gehen. Also Leute, Fakt ist, man kann doch mit dem arbeiten, hallo, man kann doch mit dem arbeiten, was wir haben. Und wir haben hunderte, die ich in Videos tatsächlich im Internet gesehen habe, auf einer Seite. Jeder, der mich anschreibt, dem kann ich die Seite schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Braucht es nur Google? Ja genau, pass auf, aber diese Videos sieht man tatsächlich nicht unbedingt bei Google, sondern Videos unzensiert von der Hamas, wie die da rein sind und die Leute in die Häuser gerufen haben, auch extra hebräisch gesprochen haben teilweise, damit die Leute denken, dass sie Soldaten sind, die gerade die befreien wollen. Die Leute sind runtergekommen aus ihren Verstecken und wurden dann brutal abgeschlachtet. Aber Löwenherz, darum ging es gerade gar nicht. Nein, 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 aber ihr probiert zu relativieren. Ihr probiert, ihr sagt dann, ja, die Israelis sind mit dem Helikopter gekommen und haben da irgendwie rumgeschossen und so. Hallo, lass doch mal das ausbrechen, Leute. Darf ich mal zu Wort kommen? Nein, du darfst jetzt gerade nicht. Der Löwenherz spricht. Löwen, darf ich mal gerade zu Wort kommen? Ich bin fertig, ja, komm, es macht auch für mich gerade keinen Sinn. Weißt du, pass mal auf, das, was die Hamas da gemacht hat mit Zivilisten, das ist absolut zu verurteilen, das habe ich dir immer wieder gesagt. Und das Zweite ist, warum wir sagen, das ist wichtig mit dem Helikopter, ist ganz einfach, weil wir sagen, es könnte ein Inside-Job sein von der rechten Partei und rechten Regierung. Und deswegen, um das und diese Helikopter-Geschichte bekräftigt diesen Inside-Job eigentlich, damit man einen Grund dazu hat, da rein zu marschieren. Und darum hat das auch einen Zusammenhang. Und zu meiner Sache, Löwenherz, ganz kurz zu meiner Sache. Nehmen wir mal an, rein hypothetisch, nehmen wir mal an, es wäre ein Inside-Job. Also eine reine Hypothese, ja, in der reine Hypothese waren doch dennoch die Handlanger die Hamas. Trotzdem kam doch das Potenzial, Zivilisten zu töten, Frauen zu vergewaltigen. Jetzt kam mal der Bild sogar raus, dass die Leichen vergewaltigt hätten. Junge, alles ist gelogen. Ja, komm. Alles ist gelogen. Ja, klar. Alles ist gelogen. Wir haben das von sicheren Quälen. Wir haben das aus westlichen Medien, wo eine freie Presse besteht, wo man recherchieren kann, wo es authentische und wirklich renommierte Journalisten das verifizieren kann. Nein, nur Bild-Zeitung. Nein, nur Bild-Zeitung. Was passiert ist das, da Leichen geschändet worden und so? Also wir haben da nicht nur Bild-Quellen, sondern wir haben auch Quellen von Leuten, die vor Ort waren. Sauber. So wie du, Maureen. Die Zeitung Haaretz, ganz gut, dass mal einer nach dem anderen sprechen wird. Ich will auch kurz antworten. Die Zeitung Haaretz, die hat alles veröffentlicht. Es wurden 25 Leute, also Menschen unter 18, umgebracht und ein Baby ist gestorben. Keine Frau wurde vergewaltigt. Oh mein Gott, Nehmer von Wobbit, das ist ein bisschen zu sein. Sein mal auf, israelische Zeitung, israelische Zeitung, du Regenerin. Israelische Zeitung, Haaretz. Die kann doch gar nicht lesen, glaube ich, ich weiß nicht. Bei Haaretz, hallo, Haaretz. Die hat eine GoPro auf deren Kopf und haben alles aufgenommen. Die israelische Zeitung sagt das. Die israelische Zeitung selbst. Ich scheiß auf diese Zeitung. Die hat eine GoPro auf deren Kopf und haben alles aufgenommen. Mehr brauche ich nicht zu sehen. Auch wenn es diese Videoaufnahmen geben soll, wenn die Haaretz... Das sind die Videoaufnahmen von denen selber. Von den Hamas-Terroristen. Wo kann ich die finden? Soll ich jetzt eine Zeitung glauben oder irgendjemand anderen, wenn ich von denen sehe, wie die das machen? Wo kann ich das sehen? Also ganz ehrlich. Du kannst das nicht sehen. Warte mal, Hoop, das hat doch mit der Zeitung nichts zu tun. Warte mal, Hoop, das hat doch mit der Zeitung nichts zu tun. Es gibt Rohmaterial. Es gibt Rohmaterial von diesen GoPros, von diesen Hamas-Kämpfern. Das Video-Material existiert, wer dieses Video-Material dann nutzt, das ist wieder die nächste Sache. Aber Fakt ist, das Video-Material kam von der Hamas selber. Okay, wo finde ich das? Du kannst die nicht finden. Das kriegen nur die, ja klar. Achso, nur ihr kriegt das. Nein, also dieses Video-Material wurde teilweise veröffentlicht, weil die stolz eben auf ihre Taten waren. Andere Sachen, anderes Video-Material wurde von der IDF bei der Verhörung der Hamas-Kämpfer gefunden. Dazu wurden die auch gefragt. Es gibt ja Verhörungsprotokolle dazu. Wie Hamas-Kämpfer verhört wurden. Also mir ist das eigentlich auch egal mittlerweile. Ich bin ja kein Anwalt von der Hamas. Interessiert mich auch nicht mehr. Ah, die Videos von der Hamas interessieren dich nicht, ha? Nein, nein, nein. Doch. Das interessiert dich nicht. Von mir aus sind die so trausam. Wir sagen einfach, wir geben euch jetzt recht. Wir sagen, ja, das ist nur was. Ich brauch dein Recht nicht. Das ist eine Rechtfertigung. Ja, bitte. Kannst du mal bitte ganz kurz alles stimmen, ich will was sagen. Warte mal, Löwenherz, ich bin eigentlich wegen einer Sache reingekommen. Warte mal, kurz, warte mal, kurz, ich bin eigentlich nur wegen einer Sache hoch. Ich bin eigentlich nur wegen einer Sache eigentlich hochgekommen. Sibum, warum sagst du, ich bin ein Hetzer? Das ist der Hauptpunkt gewesen, warum ich hochgekommen bin. Warum sagst du, ich bin ein Hetzer, wenn auch unterbewusst? Darf ich dir beantworten, die Frage? Nein, nehm mal einen Moment. Weil du behauptest, dass Muslime aufgrund ihres Glaubens Juden hassen. Und das stimmt nicht. Habe ich pauschalisiert? Du bezweckst das damit, ja? Also du machst es... Nein, ich habe nicht pauschalisiert. Wie oft, warte mal, Sibum, wie oft habe ich gesagt, ich differenziere. Und es ist faktisch so. Und allein schon, die Hamas ist der lebende Beweis, dass es solche Leute gibt. Ne, der lebende Beweis von Hamas, wenn du von denen redest, liegt nur daran, dass Israel die PLU schwächen wollte. Und das weißt du. Nein, was ich damit dir sagen wollte, ist, dass Judenhass faktisch in der Hamas existiert. So, die Hamas selber sehen sich als eine Zweigorganisation der Muslimbrüder heraus. Die haben das aus den Hadisen raus, was sie auch in ihre Charter reingeschrieben haben. Wie gesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. So, das heißt, allein daraus rechtfertigt die Hamas Judenhass. So, und das ist darüber leider rechtfertigt. Und das sind aber nicht die Repräsentativ. Ich habe aber nicht gesagt, dass es alle Muslime machen. Natürlich ist es leider repräsentativ. Weil was meinst du, was auf den Straßen bei den Pro-Palästina-Demos ist? Da wird From the River to the Sea gerufen, was ein Genozid an Israel darstellt. Nein, die Interpretation ist falsch. Schau mal, in Bayern ist das mit dem Hakenkreuz gleichgestellt. In Bayern ist dieser Slogan mit dem Hakenkreuz. Und das ist nicht ohne Grund. From the River to the Sea heißt, vom Jordan bis zum Meer wird Palästina frei sein. Das, warte mal, mach dich doch mal leise. Ich verstehe mich selber nicht. So, und deswegen, deswegen sagen die ja, Israel ist eine Besatzung. Israel muss ausgelöscht werden. Und der iranische Finktank geht sogar noch weiter. Die sagen nämlich, mit der Bekämpfung des Zionismus wird Israel, also mit dem Ende von Israel wird der Zionismus nicht zu Ende sein. Wir werden weiter gegen den Zionismus kämpfen. Und das ist die Begründung. Es kommt aus den islamischen Ländern. Und da den Koran und die Sunnah einfach rauszunehmen, das funktioniert so nicht. Okay, Moritz, eine Frage. Moritz, ich will da... Okay, Marok, sag du. Moritz, eine Frage, also ist Israel für dich keine Besatzung? Hier rede ich nicht. Bei dir kenne ich die Einstellung, bei Sibum kenne ich sie auch. Aber an dich war es nicht gerichtet. Ich möchte nur mit Sibum sprechen. Mit dir, sorry, mit dir möchte ich mich gar nicht unterhalten. Wir hatten schon leider viel zu oft das Vergnügen. Leider. Also, nochmal, wenn du permanent immer die zwei Dinge, die du da jedes Mal zitierst, machst, wenn du das machst, bezweckst du damit eine Hetze. Okay. Ob du das bewusst machst oder nicht, weiß ich nicht. Ist ein Zahie-Pers für dich Hetze? Ist ein Zahie-Pers für dich Hetze? Nein. So, wie du es anwendest, ja. Schau mal, ich lese ihn vor. Ich lese ihn vor. Ich interpretiere noch nicht mal irgendwas rein. Ich lese ihn nur vor. Der Perz an sich reicht aus. Moritz, ich muss jetzt... Moment, Sibum. Ich muss jetzt fair sein. Ich bin, wollte die ganze Zeit was sagen. Ich habe ihn übergangen, indem ich mir kurz sprechen lassen habe. Ich kann mich gedulden lassen. Ach so, okay, dann ich bin wartet. Okay, Moritz und Sibum, dann... Moritz mit einem sehr guten Punkt gerade. Ja, Moritz, Sibum, dann bitte weiter. Der Moritz hetzt mich. Schau mal, nur weil ich Koranverse vorlese, nur weil ich Tatsbiere vorlese, nur weil ich aus religiösen Quellen vorlese. Das ist doch meine Meinung. Aber ich bin... Warte mal, lass mich ausreden, dann kannst du bitte. Also, ich beleidige hier nicht. Ich habe noch niemals jemanden hier beleidigt. Ich rede sachlich. Ich rede über die Quellen. Ich lasse keine persönliche Wertung damit einfließen. Ich versuche rein über die Quellen einfach nur zu gehen. So, aber wenn euch diese Quellen nicht passen, wenn euch diese Quellen peinlich sind, wenn ihr sagt, diese Quellen gibt es so nicht oder das stimmt so nicht, dann ist das nicht mein Problem, sondern es ist die Quelle im politischen Islam, dass diese Quelle eben als richtig anerkannt wird und angewendet wird. Ja, und ich sage dir jedes Mal, auch in der Tora oder im Talmud stehen Dinge, die eigentlich... Was hat denn sie tun? Aber wir reden nur darüber. Warte mal, Timo. Wir können gerne nochmal wann anders darüber reden. Aber es... Nein, warte mal, nein. Aber wenn du... Ihr unterbricht mich. Guck mal, es stimmt nicht, was du sagst. Ich habe mich die ganze Zeit stumm geschaltet. Ja, aber ich will nicht, dass du ablenkst. Ich möchte bei diesem Thema bleiben, wenn du Themen-Hopping machst. Wenn du Themen-Hopping bleibst, dann bringt das nichts. Das ist dasselbe Thema. Talmud hat nichts mit dem Pischab zu tun. Hör mal zu. Wenn du damit nicht klarkommst, was in deinem Herzen steht, was in deinem Herzen steht, wenn ich gewartet, das ist dein Problem. Wenn ich da was zitieren würde, dann wäre das eine Hetze. Wenn ihr Themen mit Talmud und Tora habt, da bin ich gerne dazu, auch dazu Rede zu stellen, sofern meine Expertise bebreitet. Nein, das ist doch deine Religion. Du kannst dich so ausleben, wie du willst. In dem Moment, wo ich über den Talmud mit dir reden will. Du hattest ja kritische Passagen aus dem Talmud. Nein, nein. Es gibt dazu, dass ich mich darauf zitieren will. Wir lassen jetzt bitte nicht darauf abweichen. Wir möchten über das Thema davor, weil die weichen immer darauf ab. Es wird immer darauf abgewichtigt, um zu relativieren. Wenn du über den Islam redest, dann weichen die aus. Entweder darf ich hier ausreden oder nicht. Weil ihr ablenkt vom Thema. Nee, ich springe nicht vom Thema ab, weil ihr mich nicht ausreden lassen habt, bin ich vom Thema. Ja, du springst zum Talmud. Was hat der Talmud? Nein, ich wollte dir damit sagen, wenn ich jetzt von eurer Religion hier zitieren würde, diese negativen Parfagen, ist das eine Form von Gehässigkeit. Ich habe kein Problem, wenn du mir irgendwas zitierst. Ich würde mir das... Ja, du, natürlich hast du kein Problem, weil... Ich habe kein Problem. Du hast ja gar keine Identifikation für mich. Ich nehme da mit, wenn er was von der Tora oder von den Talmud zitiert. Tadek? Lass es gut sein. Nein, wir haben kein Problem. Moritz, zu deiner Frage. Moritz, ich sag dir was. Also Löwenherz oder Moritz haben jetzt recht darauf abzuweichen, das müsste jetzt ein religiöser Stream sein. Wie gesagt, ich wäre dazu bereit, Rede und Antwort zu stellen, sofern mein Expertise reicht zu dieser Thematiken. Aber an dieser Stelle muss gesagt werden, man versucht die Reaktion Israels auf Gaza... Das ist keine Reaktion. Nein, lass mich kurz aussprechen. Man versucht die Reaktion... Na nee, was ist denn das sonst ein Angriffskrieg? Ja, aber ich schreibe nicht, dass vorher passiert. Ich schreibe nicht doch vorher. Clem, sei doch mal leise. Clem, sei doch mal leise. Lusche, sei leise. Man versucht eine Aussage von Netanyahu, als er diesen Armelech vielleicht gemacht hat. Wir fangen jeden Tag von Neuem an. Jeden Tag fangen wir vom Neuen an. Jedes Mal dieselben Kandidaten. Wir reden jedes Mal über dasselbe Thema. Und immer und immer wieder geht es von vor uns. Aber jetzt bitte wieder zu uns. Ich antworte dir jetzt direkt, ja. Ich antworte dir jetzt direkt. Für mich ist das Hetze. Und du dürfst gerne deine eigene Meinung haben. Aber es ist meine Meinung. Und dabei bleibe ich. Es ist noch nicht mal eine Meinung. Warte mal, Zibum. Nein, warte mal. Warte mal, Hobs. Warte mal, Hobs. Es ist noch nicht mal meine Meinung. Wenn ich etwas vorlese, wenn ich etwas unkommentiert vorlese, dann ist das erstmal keine Meinung, sondern wir reden erstmal über Primärquellen. Was daraus gemacht wird, ist das Nächste. Und es ist einfach leider Fakt, dass sich auf diese Quellen berufen wird und mit dieser Argumentation Leute getötet werden. Das heißt, wir haben den Fakt, dass es da ein Problem gibt. So, aber anstelle zu sagen, ja stimmt, schau mal, jeder, der sich selbstkritisch damit befassen würde, jeder aufrichtige Muslim, sage ich jetzt extra, weil ganz ehrlich, Zibum, für mich bist du kein aufrichtiger Muslim. Jeder, der aufrichtig wäre, würde sich jetzt dransetzen und sagen, ja, stimmt, da steht was drin, was nicht in Ordnung ist. Die Meinung kannst du gerne über mich haben und für mich bist du ein Hetzer. Das ist ja kein Problem, jeder darf doch seine Meinung haben. Und Rob ist die größte Hetzerin, die in TikTok unterwegs ist. Und die hat ja noch nicht mal Wissen. Zibum, warum bist du denn hier? Aber warum bist du denn hier? Du bist überhaupt keine Gesprächspartnerin für mich. Warum bist du denn hier? Der Einzige, der normal ist unter euch, ist der ich bin. Warum bist du denn hier? Der einen Ausreden lässt, der Respekt hat. Also, Zibum, das beleidigt mich jetzt. Danke. Nee, Löwe, dich habe ich jetzt außen vorgelassen. Ja, Löwe, Herr, über dich hat er schon genug geredet. Das ist nicht was... Ja, ich weiß. Aber, Zibum, warum bist du denn hier? Warum bettelst du an, hochzukommen? Damit ich deine Lügen entwarfen kann. Warum? Ich bin doch ganz... Weil du den Zuhörern nur scheiße rittest. Nein, ich bin nicht hier gewesen. Weil du... Weißt du, wo... Zibum, wer im Glashaus sitzt. Hallo. Hallo. Du sagst, das wird hier gehetzt. Warum kommst du dann hier rein? Nein, ich habe gesagt, dass der Moritz hetzt. Ich habe nicht gesagt, dass der Löwe hetzt. Aber er war doch vor dir hier drin. Oh, ich würde... Es wird niemals den Tag geben, wo du mit jemandem wie mich an einem Tisch sitzen wirst. Zibum, ich hoffe, dass dieser Tag nicht kommt. Ja, weil dann ist dann... Ja, so Leute wie dich schicken wir ins Lager, dass die mal ein bisschen Papier holen. Oh, 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 Zibum, Vorsicht. Das ist schwierige... Ins Lager schicken, schwierig. Also... Nein, ich meine... Nein, ich weiß, was er meint. Ich bin... Warte, kurz. Ich weiß, was er meint. Er meint jetzt so Logistik und so, aber trotzdem... Ja, natürlich. Die Thematik jetzt... Ich weiß nicht... Zibum, was hast du für ein Problem mit Hope? So, Zibum, was hast du für ein Problem? Ich habe kein Problem mit, die kann man nicht reden. Sie ist halt lauter, sie ist emotional. Sie ist emotional, das ist doch... Ja, ja, du weißt ganz genau, was du machst. Nein, nein, das ist extra. Was für Probleme habt ihr? Warum kommt ihr dann in den Stream rein, wenn ihr Probleme habt? Die denkt... Warum? Warum habt ihr? Bitte. Ja, stummt euch mal alle, außer ich bin. Wer sich nicht stummt, fliegt runter. Vielen Dank. Also guck mal, ich werde jetzt ein paar Sachen sagen. Ich möchte aber auch, dass diejenigen sich da nicht in stumm und jetzt reingrätschen. Nehmt es hin, ihr könnt es danach kommentieren, ist mir wirklich völlig egal. Ja, alles gut, ich bin... Ich muss nur zwischendurch, wenn irgendwas im Chat oder so wirklich übel ist oder so, dann muss ich kurz eingreifen, aber bitte rede. Alles... Nein, nein, du, bei dir ist was anderes. Dich meine ich nicht damit. Du bist der Host, du kannst jederzeit reingrätschen. Alles gut. Und ich fand die Aussage jetzt gerade, ich versuche meine Worte wirklich ein bisschen gediegen zu wählen. Ja, geht gar nicht. Sorry, das war wirklich erbärmlich. Also die Aussage gerade mit dem Lager, so eine Anspielung zu machen und... Sag mal, spinnst du oder was? Hey, stopp. Sibom. Sibom. Sibom, du darfst gleich darauf antworten. Aber nicht so schnell. Sibom, du darfst gleich auf das, was er gesagt hat, antworten und kannst es richtig stellen. Kann er machen. So. Also, einem Juden oder einer Jüdin etwas zu sagen wie, dich sollten wir mal ins Lager schicken, um meinetwegen Papier zu holen, ja? Was hat das hier zu suchen? Warum kannst du nicht 15.000 andere Aussagen treffen, die nichts mit einem Lager zu tun haben? Warum wählt man genau diesen Begriff, um dann eine Anspielung zu machen? Das ist eine gefährliche Rhetorik, das ist eine gefährliche Sprachkultur. Hey, Leute, hört auf damit. Sibom, Sibom. Ich muss dich da unterbrechen. Nein. Hör auf damit. Ganz schön, ich bitte. Nein, ich hör nicht auf damit. Ich würde sowas niemals sagen, das weißt du auch selber. Sag mal, warum du oft das Spruch mit dem Lager... Du hast mich Mörderin genannt. Was willst du noch dir sagen? Na, mal ruhig. Sag mal, warum du das ruhig bist. Ganz kurz, ich gebe dir genau 30 Sekunden, weil ich bin jetzt eigentlich dran. Ich gebe dir 30 Sekunden, erklär das. Weil ich in meiner Arbeit meistens jemanden ins Lager schicke, um es zu holen. Und wo ist das Problem jetzt? Ach du Scheiße, ey. Das war jetzt die dümmste Aussage jetzt. Argumentation für diesen Spruch. Also ich weiß, was Sibom... Also ich bin ganz kurz, ich nehme Sibom nicht in Schutz. Mach ich jetzt auf gar keinen Fall. Du weißt genau, wie ich bin. Ich glaube, aber ich weiß, was er meint. Hätte er mich jetzt angesprochen, weil es eher als Chef quasi, um damit sozusagen, ja, du bist quasi für nicht viel zu gebrauchen, außer für Lagerarbeiten und sowas. So habe ich es jetzt tatsächlich verstanden. Nur wie er es gesagt hat, ist schwierig. Nee, nee, bleib mal ruhig drin. Nein, nein, bleib mal ruhig drin. Warum ich das sage, was hier gerade abgezogen habe. Warum ich... Nein, nein, was habe ich denn jetzt abgezogen? Ich möchte Sibom, was habe ich jetzt abgezogen? Du nicht. Bleib mal ganz kurz. Sibom, tschüss. Guck mal ganz kurz jetzt. Nein, ich möchte, dass der bitte drinnen bleibt. Ich lass dich nochmal aussprechen, dann mach ich aus. Ich möchte nicht, dass er noch sagt, ich rede hinter seinem Rücken. Gerade kam er bei uns in den Stream rein und hat noch geschrieben, Hope hätte Seelen auf dem Gewissen, ja. Und der Spruch, der ist schon. Alleine der schon. Weil sie lügt. Weil sie Mörder unterstützt. Weil sie lügt. Du unterstützt mich auch. Nicht, weil sie selber die umgebracht hat. Du unterstützt Mörder. Du hast Mörder. Ich unterstütze ihn ja. Nach der Logik. Ich unterstütze niemanden. Ich kann mit dir diskutieren. Ganz neutral. Sibom, sorry. Sibom, sorry. Aber für heute Abend ist dann auch für dich Feierabend. Weil so Aussagen mit, du unterstützt Mörder kommen. Also was ist das für eine Gesprächskultur? Er kam gerade in den Stream rein, hat wieder so eine Mörderunterstellung gemacht in Richtung von Hope. Und da habe ich dann gesagt, man könnte das ja bei seiner Logik auch umdrehen und sagen, weil er die Gegenseite unterstützt, da fallen auch auf israelischer Seite sterben Menschen. Also wenn er die Gegenseite unterstützt, dann ist er ja nach seiner Logik auch ein Mörder. Und das macht man einfach nicht, okay? Man unterstützt, also man holt einfach so eine Aussage nicht raus. Und deswegen sage ich euch nochmal, ich glaube ihm diese Aussage mit dem Lager nicht, weil die passt zu der Aussage, die er gerade auf der anderen Seite getroffen hat. Und ich möchte dazu noch sagen, er hat hier reingeschrieben, die IDF bringt Leute um. Also, natürlich bringen Soldaten in einem Krieg und in einer Terrorbekämpfung Leute um. Die können die ja nicht mit Shampoo irgendwie überkippen oder mit Wattebäuschen beschmeißen. Selbstverständlich sterben im Krieg Leute und selbstverständlich werden im Krieg Leute getötet. Das ist doch ganz logisch. Leider. So, natürlich ist es sehr, sehr traurig, dass es überhaupt so weit kommen muss. Aber wir müssen uns einfach klar werden, würde Israel das jetzt nicht machen, wie sie das machen. Wie sie das machen, darüber lässt sich ja streiten. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ganz genau. Aber dass sie das machen müssen, ist ganz klar, weil würden sie nichts machen, wisst ihr eigentlich, dass das, was da passiert ist, das schlimmste Massaker an den Juden seit dem Zweiten Weltkrieg ist? So, und das ist absolut unglaublich. Nicht nur das, sie würden es wieder und wieder tun. Und genau, sie würden es wieder und wieder tun. Sie müssen so reagieren, wie die Verhältnismäßigkeit, darüber lässt sich streiten. Aber sie müssen reagieren. Es ist keine, die haben keine Wahl. Genau. So, und eine Sache hier gerade in den Kommentaren, ja, aber Frauen und Kinder, dann frag mal, die haben was, was die mit Frauen und Kindern gemacht hat. Die Frage stellt ihr nicht. Ich höre diese Aussagen nie. Ja, es heißt immer nur Frauen und Kinder auf der anderen Seite. Aber was mit den Frauen und Kindern und mit den entführten Kindern und Frauen, die immer noch da sind, darüber redet die arabische, islamische Seite nie. Okay, aber ganz kurz. Lehmar, du bist alleine. Fühlst du dich dem gewachsen oder soll ich andere Leute hoch? Ich gehe gleich wieder runter, Löwenherz. Ich gehe gleich wieder runter. Ganz kurz, Löwenherz. Sekunde mal, bitte, darf ich mal kurz? Nein, Rui, bitte. Ja, am besten gehen einfach alle raus, damit keiner mehr da ist. Das ist super. Aber, Rui, ganz kurz bitte, weil ich möchte wirklich... Nee, ich will dich nur ganz kurz... Ich will nur was von dir unterstreichen, weil das ist hier nämlich untergegangen. Und ich finde, das ist richtig, was du gesagt hast. Du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Du hast nämlich gesagt, man hätte so viele Sätze wählen können, man hat trotzdem bewusst diesen Satz genutzt, weil er eben diese Doppelerklärung hat. Die kann er woanders versuchen, aber nicht mit mir. Diese Doppelrhetorik in einer Sprache. Und das ist sehr gewollt ausgedrückt gewesen. Genau, meiner Meinung nach auch. Wenn man jetzt beide Seiten sieht, hat Löwenherz gesagt, wie er es versteht. Ich sage euch, ich habe es anders verstanden. Das nennt man eine Doppelrhetorik. Ich habe es auch so verstanden. Sie, boom, das wird hier alles aufgenommen. Und sich da noch rauszuregen. Macht dir mal keine Sorgen. Und mal ganz ehrlich, ich finde es widerlich, widerlich, so etwas zu sagen und dann noch irgendwas rumheuchlerisch zu sagen im Hintergrund, dass wir andere hetzen würden. Mal ganz ehrlich, wenn diese Doppelmoralik keine Hetze war, dann weiß ich nicht, was dann Hetze ist. Ganz kurz bitte, bevor wir jetzt alle wieder durcheinander reden, ich wollte wirklich, ich habe die ganze Zeit gewartet, ich würde ganz kurz was ausführen und dann könnt ihr bitte wieder alle. Also, jetzt haben wir den Punkt abgehakt. Roy, ich gebe dir da recht. Ich habe es auch direkt so verstanden. Und die Aussagen, die ich von ihm kenne, die unterstützen auch das. Die unterstützen nicht seine Ausrede, die er da gerade gebracht hat. Okay, aber, zweiter Punkt, der mir wirklich sehr, 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 sehr wehtut. Das tut mir wirklich weh, weil man hier auf dem Nacken von Opfern Lügen erzählt. Okay? Okay, wir leugnen nicht, dass es auf der anderen Seite Tote gibt. Das wird nicht mal ein Israeli leugnen. Wir leugnen das nicht. Okay? Aber ich bin, Siebung... Ich bin, warte mal, weiß man, was er jetzt reingeschrieben hat? Ja, Roy, ich sag's gerade. Ich schick's ihn in die Putzkammer. Ja, in die Putzkammer. Da sieht man einfach, Siebung, dass du... Könnt ihr denn bitte stummern? Dass du bei so einem, mach ich jetzt, dass du bei so einem sensiblen Thema, wo wirklich Leute sterben, sehr, sehr viele Menschen, dass du immer noch mit so einer Rhetorik, ich meine, wie redest du mit ihr, so, was hat sie dir getan, dass du so mit ihr umgehen musst? Es ist tatsächlich erschreckend. Zumal er genau weiß, dass sie Jüdin ist. Somit ist die Rhetorik zu verstehen. Ich meine, ja, wir können auch gerne darüber reden, was er immer gesagt hat. Klar ist Hope laut, klar schreit Hope rum, aber ich habe Hope noch nie gesehen, dass sie ohne Grund persönlich wird. So, und du wirst, so ganz eklige Aussagen, Siebung, das hätte ich jetzt von dir, ja, wobei doch, tatsächlich hätte ich es jetzt von dir erwartet. Doch, tatsächlich, ich auch, ja. Ganz ehrlich, und guck mal, das lassen wir mal ganz kurz mal. Das reicht schon, dass er gesagt hat, dass ich eine Kindermörderin bin. Ja. Ah, was ein Kindermörder. Ganz kurz, ich würde bitte noch den Punkt gerne zu Ende machen, also nochmal, also, was mir dann wirklich, 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 richtig, richtig an den Piss geht, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich gehe jetzt raus, ich habe keinen Bock mit solchen Menschen zu diskutieren, dass man dann Beweise auf der einen Seite anzweifelt, aber auf der anderen Seite ist dann ein Videobeweis wieder gültig. Und diese Doppelmoral, ne, die geht mir wirklich gewaltig auf, und sagt, entweder erkennt ihr an, dass es diese Videos auf der anderen Seite auch gibt, dass die als Beweise gelten, ansonsten kommt uns bitte nicht mit Zeitungsartikel und Beweisen auf eurer Seite, wenn ihr das wirklich auf diesem Niveau mit uns diskutieren wollt, dann werde ich ab heute genauso sagen, das sind Fake-Videos, das sind Lügen, diese Opfer gibt es gar nicht, das ist alles von der Hamas nur inszeniert, es gibt keinen einzigen Toten. Wenn ihr das wirklich auf dieser Schiene diskutieren wollt, wenn ihr wirklich so wollt, dass wir mit euch reden, wie ihr andere Opfer verhöhnt oder relativiert, dann machen wir das genauso, ist gar kein Problem. Aber das ist keine Grundlage, miteinander zu reden. Entweder akzeptiert man das, oder man akzeptiert das nicht. Und das von den beiden gerade hier, das fand ich wirklich unter, unter aller Sau. Jetzt der letzte Punkt. Ich bin jemand, der sagt, man kann diesen Konflikt nicht von der religiösen Ideologie trennen, die die Hamas hat und die liegt im Islam. Und da komme ich wieder zu Moritz. Der Moritz hat das hier ganz klar gesagt und dann wird wieder relativiert, wird weggerannt, wird gesagt, nein, das stimmt nicht so, so ist es nicht, so ist es nicht, so ist es nicht. Aber dann bringt doch Gegenargumente dagegen, dann bringt endlich die Quellen. Wir fordern euch jedes Mal dazu auf, dass ihr uns beweist, dass es nicht so ist. Man zeigt euch 15.000 Quellen, die ganz klar sagen, woher das kommt, woher diese Ideologie kommt. Und jedes Mal wird geredet, wir sind Hetzer. Also wenn, ich gebe euch recht, das ist Hetze. Ich sage das immer und wieder. Wenn wir aus diesen Büchern, also aus diesen Hadithen vorlesen und diese Suren erwähnen, dann ist es Hetze. Aber Hetze vom Propheten Mohammed, von Allah gegenüber Ungläubigen, gegen Christen und Juden. Ganz einfach. Das Lustigste ist, ich bin noch etwas, oder? Ja, du darfst jetzt gleich antworten, ja, hast recht. Ja. Das Lustigste an der ganzen Sache ist auch, mal ganz ehrlich, Moritz liest wirklich einfach nur vor. Er liebt nur vor. Machen wir doch auch nicht anders. Machen wir doch auch nicht anders. Ich weiß das. Und dann muss man sich anhören, dass er ein Hetzer ist. Also ich finde das ist wirklich. Ich will es mal auf. Ich bin Antje. Ja, LeBardav. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ich bin. Ja. Nur schau mal, erst, also wir haben nie gesagt, dass die Videos gefälscht sind oder nicht stimmen. Ja. Was ich sage, ist, ihr behauptet, es gibt unter den Krankenhäusern, unter den Schulen Bunker und Tunnel. Ist schon bewiesen. Ich will nur, ganz kurz, ich will nur ein Video sehen. Ich will das nur sehen. Ich will von, ich, sei doch mal ruhig, Mann, Alter. Wie denn? Wie soll ich dir ein Video schicken? Ja, aber es kann doch nicht sein, dass nur du die Videos hast. Wenn ich Videos habe, dann die anderen auch. Aber du bist doch auch, sie ist doch auch nicht der Einzige mit Internetzugriff. Du bist doch ein Ärmer, das ist ein Mann. Du kriegst es doch hin, wenn du im Internet suchst. Selbstverständlich bekommst du das. Ich würde gerne darauf antworten. Aber Lehmann, selbst die Öffentlich-Rechtlichen zeigen diese Videos, sie zeigen Eingänge sogar. Sie zeigen richtig Eingänge. Sie zeigen die Ausgänge. Sie zeigen, wie der unten da Eugen. Sag mir doch mal bitte, ich gucke es, Herr Robert, haben, wie sie wieder aufbaut sind. Ich will jetzt gucken. Ich bin, ich bin. Ich bin schon allein. Ich würde gerne darauf antworten. Guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du die letzte Woche warst. Nein, bitte antworten. In der letzten Woche, in der letzten Woche, ging es durch die deutschen Medien rauf und runter. Da ist dieser jüdische, israelische Offizier, der ganz genau zeigt, wie die Waffen da liegen, wie die runter sind im Keller, wie sogar die Motorräder vom Angriff mit Einschusslöchern da stehen. Und auf TikTok ist das auch voll. Also ich weiß nicht, wo du geschlafen hast, ob du mittagsschlafgehalten hast von irgendwie sieben Tagen. Aber ich bin schon mal, ich bin schon mal. Aber wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, um so eine dumme Forderung zu zeigen, wo ein Video ist, was im Internet rauf und runter läuft. Also so eine unverschämte Aussage, meine Fresse. Ja, okay, aber schau mal, wenn ich die ganze Tag auf und runter läuft, ja, dann hätte ich das doch sehen müssen, oder nicht? Ich habe es gesehen. Ich kann doch nichts dafür, dass du das nicht siehst. Wo hast du das denn gesehen? Siehst du, guck mal, ich kann dir alles beweisen. Mdn-Flash. Du darfst auch was sagen. Ja, bitte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin auch was, die haben wir zu sagen. Ja, Mann, den Mann. Und das tut jetzt so, als ob das Video von diesem israelischen Soldaten, von diesem Offizier, durch die Medien geistert, nicht, was heißt geistert, offenkundig gezeigt wird, wie er da alles erklärt, wo die die Sachen gefunden haben, wie da Waffen liegen. Eine Babyflasche. Eine Babyflasche liegt da. Von einem Baby. Da ist ein Stuhl, wo Fesseln dran waren. Die Fesseln. Meinst du den Kalender oder was? Meinst du den Kalender, wo die Tage drauf sind? Guck mal, es ist mir egal, ob du das glaubst. Mit dir, wenn du noch mal nicht beziehst, die irgendwo auf TikTok. Ich werde kein einziges Video. Ich will doch nur einen Beweis von dir. Du, guck mal, ich bin nicht da. Ich fordere dich nur nach einem Beweis. Das gibt es nicht. Ich kann dir hier kein Video zeigen. Schreib mir privat. Aber sag mal doch wo. Schreib mir gleich privat. Und ich mach. Lema, hörst du ihm nicht zu? Ich mach. Sag deine Arbeit. Den Gefallen tue ich dir. Den Gefallen, ich schreib mir. Schreib mir gleich privat an. Ich schick dir. Man kann mir keine Videos zeigen. Warum reden wir denn eigentlich mit jemandem, der sagt, dass Hamas Freiheitskämpfer sind? Ach, hat er gesagt? Sei ruhig. Warum reden wir überhaupt mit ihm auch? Wartet mal ganz kurz, bitte. Wartet mal bitte ganz kurz. Die größte Lema, in diesem scheiß Chat hier. Lema, folgendes machst du. Du gibst einfach auf egal welchem Nachrichtensender. Zum Beispiel Welt meinetwegen. Mir scheißegal. Da gibst du die Mediathek ein. Oder auch bei YouTube. Da kannst du dann auch die Mediatheks da ganz einfach finden. Da gibst du ganz einfach nur ein Hamas-unterirdisches Tunnelsystem. Und du wirst dann... Moment, treu. Ich zweifel die Tunnel doch nicht an. Ich weiß, das geht nicht. Lema, hörst du dich doch gar nicht? Du möchtest doch eine Quelle haben. Lema, du möchtest eine Quelle haben. Und ich kann ja nichts dafür, dass alles im Leben an dir vorbeimacht wird. Ich versuch dir gerade eine Quelle zu geben, damit mich in den Kampf. Lema, in meinem Ernst, willst du wirklich mit so jemandem diskutieren? Ist das wirklich... Sorry, das grenzt ja an Dividität. Das ist ja der Hammer. Moment, ich bin... Warte, wir müssen jetzt mal. Lema, stopp. Also, MDN Flash, wir müssen das hier auch färben. Der ist die ganze Zeit unwartet. Jetzt lasst ihn bitte was sagen. Was ist deine Meinung zum Thema? Guck mal, greif mich doch an, Löwenherz. Sag es den Löwenherz. Lema, aber du hast gerade anerkannt, dass es Tunnelsysteme gibt, ja? Ja, das bezweifle ich doch nicht, sage ich doch. In Ordnung. In Ordnung. Nee, jetzt kommt eine Frage. Meine Frage kommt jetzt. Was denkst du, wozu wurden diese Tunnelsysteme gebaut? Um die Bevölkerung aus Palästina zu schützen oder um strategischen Vorteil bei Bodenoffensiven zu haben? Gib mir eine Antwort darauf. Gib ich dir. Die Tunnel wurden gebaut, um die Blockade, die Israel aufgebaut hat, zu entgehen. Oh mein Gott. Nein, das sind strategische Tunnel. Nein, das sind keine Tunnel, die nach Ägypten führen. Ja, komm, komm, bitte. Boah ey, der Tunnel, Lema, Lema. Also befinden sich in diesem Tunnel keine Kämpfe von dem Hamas? Es gibt Tunnel, es gab noch vor ein paar Jahren Tunnel, die nach Israel geführt haben. Dann haben die Unterbüschen, die Eingänge gehabt, sind raus, haben israelische Soldaten getötet und sind durch die Tunnel wieder weg. Und dann hat Israel Schamer die Tunnel zerstört. Also warum sagst du, das sind nur Tunnel, die nach Ägypten führen? Natürlich, das sind die Tunnel, die nach Löwenherz, 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 Löwenherz. Er hat mich gefragt, ich hörte doch zu, MDR Flash, warte mal kurz. Guck mal, er hat mich gefragt, warum die Tunnel gebaut wurden. Da habe ich mir gesagt, warum, um der Blockade zu entgehen. Und dass dadurch auch Waffen reinkommen. Das ist ja alles klar, das ist ja Belegen, das ist ja Fakt. Das bezweifle ich doch nicht. Was ich einfach nur haben will, ist, weil sie behaupten, die Tunnel und die Bunker wären über unterm Krankenhaus, unter einer Schule. Das will ich doch einfach nur einen Beweis dafür haben. Nur das, mehr will ich doch gar nicht. Ja, dann geh doch auf das Internet rein und schreib. Schreib doch mal, recherchiere. Und du hast nichts gefunden? Nein, kein Bild, kein Video, nichts, das mit irgendwas darunter. Mach mal deine Augen vielleicht auch. Mach mich bitte groß. Die Ukraine, in der Ukraine haben auch ukrainische Soldaten ihre Stücke. Ich bin, da kannst du nicht zeigen. Ich bin, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, fertig aus, T-Online. Zwei Sekunden hat es mich gedauert. Bist du mich verarschen? Ich bin jetzt, ganz ehrlich. Das ist ein Video, ich spiel das Video nicht ab. So ein Spiel das, guck mal, nochmal. Le-Mar, bist du nicht verarschen? Ich bin so ein Heuchler. Bist du mich direkt nicht komplett verarschen? Ich habe so ein Heuchler wie dich, habe ich satt. Ich habe so ein Heuchler wie dich satt. T-Online, du siehst das auch, Löwenherz. Du siehst das selber. Löwenherz, ganz kurz. Bitte, Löwenherz, du siehst das selber. Stumm dir mal bitte. Stumm dir mal bitte. Das ist T-Online, hat mich zehn Sekunden gedauert. Und das ist ein Video. Ich habe das Video nicht abgespielt. Geh auf T-Online, gib ein. Warte mal, ich sage dir sofort, wie ich sogar gegoogelt habe. Hör mal zu, wenn du einen Beweis willst und den Beweis an dich anhältst. Du hast gesagt, du willst ein Video, ein Heuchler. Du hast gesagt, du willst ein Video, ein Heuchler. Ich habe ihn gesagt, du willst ein Video, ein Video, wo du findest. Ich zeige dir ein Video, wo du findest und jetzt passt dir das auf. Du Heuchler, der ein Kalender gezeigt hat. Du hast, guck mal, nochmal. Du bist ein Heuchler, in diesem Raum bist du. Hey, halt deine Mund hier, bitte. Jetzt pass mal auf, ganz kurz. Hast du nicht gesagt, du willst ein Video beweis? Hast du nicht gesagt, du willst ein Video beweis? Ja, von einem Bunker unter einem Bunker. Das ist das Video von dem Bunker unter dem System. Das ist kein Video vom Bunker. Das ist kein Video vom Bunker. Lehmann, und was passiert, wenn du das so ein Video wie? Löwenherz, ich schwöre dir, wenn du den jetzt nicht rausschmeißt und ich in Ruhe reden kannst. Ich glaube nicht, ehrlich. Lehmann, was passiert dann, wenn du so ein Video wiehst? Ich will jetzt hier reden, ohne dass er mich unterbricht. So, jetzt pass mal auf. Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll von Menschen wie dir. So etwas Ekliges, Hinterhältiges habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Warum holt ihr den Bunker? Das ist ein Video, das ist ein Video, das findest du innerhalb von 10 Sekunden. Das ist unterm Kinderkrankenhaus von Altschiffer. Das ist unten im Keller drin. Du kannst dir das Video angucken. Und er sagt, bring mir einen Beweis. Guck mal, jetzt kriege ich einen Verstoß. Ich bin, du hast einen Verstoß bekommen. So, Lehmann. Man darf keine Bilder und Videos zeigen, Punkt. Ja, Lehmann, ganz kurz, du kannst dich einmal kurz mit Lehmann unterhalten. Ja, hallo Lehmann, wie geht's dir, mein Freund? Hi, ganz gut, danke und dir? Ja. Aber Löwenherz, ich möchte eben kurz was verstanden. Nein, nein, nicht Löwenherz, ich bin hier, hier ist die Musik. Ich habe gesagt, nein, ich spiele Musik. Hier spiele Musik, hallo. Aber nicht, bitte meine Mutter vertreten. Lehmann, jetzt ist der Abdi dran. Okay, Abdi. Ja, aber diese Tunnel, die haben recht, wirklich, er hat wirklich recht. Ja, sage ich doch auch, Alter, sage ich doch die ganze Zeit auch. Aber das ist schon, aber das ist, das ist aber schon ein bisschen wie Kanalratten. Versuchen, unentrotter kommen, verarschen Leute, unentrotter abholen. Das ist natürlich, warum die das unter Krankenhäusern, damit die Ziele schwer zu erreichen sind. Und wenn Israel angreift, dann ziehen die automatisch Rass von den restlichen islamischen Ländern und die ganzen Ländern, die dagegen sind auf sich. Das sind strategische Vorgehensweisen. Das ist doch ganz klar. Löwenherz, hol den nicht so richtig hoch. Also schau mal, wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, da soll mir ein Video zeigen von dem Bunker, von der Kommandozentrale unter dem Krankenhaus. Ja, einer muss dann raus. Zeigt mir. Ich gehe runter, Löwenherz. Nimm für mich hoch. Jo. Ich kann auch rausgehen. Ich kann auch rausgehen. Jo. Aber ganz ehrlich jetzt, also ich glaube das nicht. Also du sagst Freiheitskämpfer oder so, aber das ist für mich... Nein. Nehmer, ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine ganz kurze Frage. Nein, ich rede gerade, ich will eine Antwort auf meine Frage haben. Dann antworte ich dir. Ich habe eine kurze Frage. Nehmer, sind die Hamas Freiheitskämpfer? Wenn ich eine Antwort auf meine Frage kriege, antworte ich dir. Ich werde danach nicht mehr was fragen. Sind die Freiheitskämpfer? Nein, wenn ich eine Antwort kriege... IS, selbe. Nehmer, ich will nur wissen, ob die Hamas Freiheitskämpfer sind oder nicht. Sie sind selbe wie IS. Nein, nicht du bitte. Nicht du, Abdi. Ich will die Nehmer fragen. Nehmer, sind die Hamas Freiheitskämpfer oder nicht? Ich bin... Ich warte mal noch auf das Video, was du gesagt hast. So, guck mal, pass mal auf jetzt. Alter. Ich kann doch nicht mehr antworten. Ich gehe auch sofort raus, ganz ehrlich, guck mal. Er wollte ein Video, wir haben über die Tunnel geredet, über die Zentrale unterm Krankenhaus mit Waffen und allem drum und dran. Er hat gesagt, bring mir ein Video. Ich zeige gerade das Video und er sagt... Das ist unglaublich, ehrlich. Denkst du, irgendeiner glaubt dir das? Das gibt es nicht. Ich bitte dich. Junge, du träumst, was ich bitte dich. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du ihn jetzt nicht kickst, komme ich die wieder hier hoch. Ich bin maximal auf 180. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Ja, aber das ist nicht so, mein Freund. Nein. Du kannst ihn gleich hochnehmen. Du kannst ihn gleich hochnehmen. Ich bin, warte, guck mal. Ich respektiere dich doch, aber du kannst nicht zu mir sagen, okay, dann komme ich nie wieder. Ganz ehrlich, ich mag dich. Ich sage dir nur ganz ehrlich, warum. Aber ich lasse mir ja nicht... Ja, okay, bitte. Ich sage dir ganz ehrlich, warum. Guck mal, ich will in Ruhe das jetzt erstmal wieder legen. Er unterbricht die ganze Zeit und dann kannst du ihn wieder hochholen. Tut mir leid. Aber ich habe das Video nicht abgespielt, weil du sonst hier gesperrt wirst. Ich habe nur gezeigt, dass es auf Tee Online zu finden ist. Da ist das Video, das kann er sich abspielen. Er braucht nur die Schlagwörter, ich wollte ihm gerade die Schlagwörter nennen, wie die heißen, ja, damit er das findet. Er sagt, wie findet er so ein Video. Und er stellt mich jetzt als Lügner hin und sagt, das wäre kein Video, das würde das nicht zeigen. Also wie bescheuert muss man in seinem Kopf sein? Ich habe doch gerade gezeigt, wie man es findet und er kann sich das selber anschauen. Dieses Video geht ein paar Minuten lang und da ist dieser israelische Soldat, den ich auch noch erwähnt habe, der zeigt diese Waffen. Er kniet da vor. Man sieht die Kinderbilder hier, man sieht, dass das im Krankenhaus ist. Man kann sich das ganze Video angucken, ist frei zugänglich innerhalb von 10 Sekunden zu finden. Und er tut hier so, als ob wir lügen und sagt zu mir, dass ich ihm keinen Beweis gebracht habe. Ich habe die Schnauze voll von solchen Menschen. Ich sage dir das ganz ehrlich, wenn der irgendwo nochmal bei mir reinkommt oder sonst irgendwas, ich werde ihn genauso behandeln. Alles, was er zeigt an Videomaterial und alles Mögliche, ihr habt mich echt so weit, ich erkenne von Gaza-Seite nichts mehr an. Ja, ganz ehrlich, es ist doch, Leute, er sagt doch, ich bin, sagt hier, ich habe ein Video, das kannst du dir anschauen, aber ich kann es hier nicht zeigen, weil dann der live gestreamt wird. Und der macht dann daraus, ja, zeig doch das Video, zeig doch das Video. Ich bin, er hat doch gesagt, wo er das Video finden kann. Ich habe jetzt schon abgespielt, damit der Stream von Löwenherz nicht mehr. Ja, ich weiß, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Aber Leute, er sagt doch, dass die Hamas Freiheitskämpfer, das hat er schon tausendmal gesagt, er sieht noch nicht mal das Hamas Terror. Mit wem diskutieren wir denn überhaupt hier? Tagesschau immer fake, aber Humus zu V ist die Wahrheit. Mit wem diskutieren wir, wenn er diese Person noch nicht was sieht, dass der Hamas frei ist? Ganz kurz, Löwenherz nochmal, sorry an dich, das war wirklich, ich war jetzt gerade maximal sauer, ich bin schon lange nicht mehr so sauer geworden. Aber das geht nicht, also so, mit so. Ja, alles gut, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt immer noch ein Problem damit, weil das klingt immer wie so eine Drohung, das klingt immer wie so eine Drohung, ja, sonst komme ich nie wieder. Nein, nein, das war sauer, tut mir leid. Ja, okay, alles gut. Aber Löwenherz, du sagst dir, vermeide den einfach, ich hole den auch nicht. Ja, aber Leute, guck mal, ich finde das ja auch okay und wir haben ja auch tatsächlich, wie lives geleitet werden, viele verschiedene Ansichten. Ich habe mich auch oft da schon zu geäußert. Ich bin halt immer der Meinung, dass wir oft halt auch reden, sage ich jetzt mal fünf gegen einen, beispielsweise Muslim, der oben ist, was natürlich auch schwierig ist. Wir sind dann zu fünft gegen einen, reden auf ihn ein. Nein, so, ich rechtwerte jetzt null, was er gesagt hat, sondern es ist halt so, bei mir darf sehr viel gesagt werden. Die Leute müssen mit ihren Konsequenzen selber leben, wenn sie gesperrt werden für das, was sie sagen oder wenn sie hier nur scheiße reden. Ich bin halt der Meinung, dass nicht einer direkt runtergetan wird, wenn er irgendetwas sagt, was einem anderen übel nicht passt. Wenn natürlich, jetzt glaube ich das große Aber, wenn natürlich jemand so jetzt wie Sebum, Hope persönlich angreift und so auf ganz unterste Schiene persönlich ist, dann ist die Toleranz bei mir dann auch erreicht, dann geht der raus. Aber wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, was den Krieg angeht und sagt, hier, Video stimmt nicht, Fake, Make, alles, das kann man tatsächlich sagen. Und das ist auch okay, ich bin, wenn du dich da getriggert oder sauer fühlst oder irgendwie das erheuchelt und lügt, aber dann müsst ihr halt einfach kurz fünf Minuten runter, also selber runtergehen und einfach kurz durchatmen und dann vielleicht wieder hoch. Und wenn du mit ihm nicht zusammen in einen Live willst, ist das auch vollkommen okay, aber was kann ich dafür, wenn dann irgendwann er nicht drin ist, kannst du doch trotzdem wieder hier hochkommen. Wieso nimmt er sich nicht die Fairness und googelt das, was ich bin gesagt habe und schaust sich das Video an? Ja, aber das, da, die Fairness kann man doch auch mal zeigen. Ja, guck mal, ich sag doch auch gar nicht, dass er super intelligent ist, der Typ. Ganz kurz, fass mal aus, das ist Top-Thema, die ganze Woche über gewesen, hier in Deutschland, überall auf der ganzen Welt. Und fast drei Wochen schon. Wenn die Medien glauben, dann stimmt das doch nie. Der kann mir nicht erzählen, dass dieses Video, weil das ist auch auf TikTok rauf und runter gegangen und wenn man in dieser Bubble, in dieser Gaza-Israel-Bubble drin ist, wo wir alle drin sind, ja, weil wir tagtäglich darüber diskutieren und er genauso, der kann mir nicht erzählen, dass dieses Video nicht, dass er das nicht gesehen hat. Das war einfach eine maximale Lüge, als ob er sieben Tage irgendwo im Winterschlaf war oder sonst irgendetwas, ja. Aber ich bin... Ich muss trotzdem sagen, auch an alle, die hier drin sind, wir brauchen die Gegenstimme, egal wie schwachsinnig die Gegenstimme ist, egal ob die scheißreden. Wir brauchen die Gegenstimme, weil ein Live funktioniert nicht, wenn wir sechs Einermeinungen sind, mit wem sollen wir denn dann reden? Ganz genau. Ja, okay, stimmt. Ja, aber man kann doch... Da mache ich jetzt die Gegenstimme, Hamas' Hilfsorganisation, Israels Terrorstaat. Hallo. Nein, Löweherz, man kann doch gar nicht... Ich weiß. Ist Israel besetzt von den Juden jetzt oder ist Palästina besetzt von den Juden? Ist das eine Besatzung? Ist das jetzt eine Frage von dir oder ist das deine Meinung? Das ist so eine Frage. Keine Besatzung. Also du bist reingekommen und hast auch noch gar nichts gesagt, vielleicht solltest du erst mal sagen, wie du überhaupt zu dem Thema stehst, damit wir mit dir irgendwo ansetzen können, weil es ist schwierig mit dir anzusetzen, wenn man deine Meinung nicht kennt. Lass doch mal einfach mal reden. Meine Meinung ist, es lebe der weiße Europäer, ja. Aber ja, ist das für euch eine Besatzung, Apartheid? Ja, aber was war das jetzt auch schon wieder? Ein schwachsinniger Satz, es lebe der weiße Europäer. Was ist das für eine rassistische Banane-Aussage? Ja gut, das ist doch keine Banane-Aussage, das ist halt die Geschichte des Europäers. Mehr ist es ja nicht. Hallo, ich bin da. Ja, das kommt immer drauf an, wie man etwas sagt. Es lebe der weiße Europäer, ja, sorry. Ja, das war das richtig. Man möchte jetzt hier nicht als Rassismus-Stream irgendwie. Es ist der Drang des weißen Europäers, der Eroberungsdrang. Darum geht es, also ich bin selber bei der Europäer. Ja, in und an jenes Eroberungsdrang für Antrags bei den Europäern in der DNA. Was ist denn mit dem 1400-jährigen Eroberungsdrang des Islams? Ist die Palästina besetzt oder nicht? Nein, ist nicht besetzt. Nein, das Land gehört rechtmäßig den Juden, selbstverständlich nicht besetzt. Soll ich dir auch was sagen? Es gab eine, die Palästinenser hatten die Chance für ihre Zwei-Staaten-Lösung. Sie haben sie abgelehnt. Sie hatten die Chance. Sie wollten und die Teilung Israel hat zugestimmt und die Palästinenser haben abgelehnt. So, und dann ist es nicht zu der Zwei-Staaten-Lösung gekommen. So, und ich weiß nicht, warum sich immer alle beschweren. Genau, sie hatten die Chance, ein richtiges, größeres Land zu bekommen. Ja, ich bin. Alles gut. Gottes Segen, sorry nochmal für gerade. Du weißt, ich schätze dich. Alles in Ordnung. Ja, dann kann es gut. Von mir, tut mir leid, für die Aussage gerade. Alles gut. Bis später. Ciao. Okay, ich stelle mich jetzt mal ein bisschen auf die Seite für Plärin, damit er nicht so allein ist. Israel besetzt, manche Gebiete, ja, aber warum sind diese Gebiete besetzt? Weil davor, dass dieses Land, ich weiß nicht, ob du die Kriege kennst, die gegen Israel geführt wurden, angegriffen wurde. Und danach, in der Verteidigung, haben sie diese Gebiete erobert. Also da gibt es ja verschiedene, ne? Also die Palästinenser sagen Nadbar und die Vertreibung der Palästinenser. Ja, aber so, ich frage dich eine, weißt du, was direkt nach der israelischen Staatsgründung passiert ist? Ich frage dich nur, weil das viele nicht wissen, mit denen ich diskutiere. Ich weiß nicht, wie was du meinen kannst. Kannst du erklären, Herr Ricken. Ich meine nicht, ich weiß nicht per se, auf was du jetzt genau hinaufstuhlst. Okay, Israel wurde direkt nach der Staatsgründung, nein, lass mich ihm antworten. Israel wurde direkt nach der Staatsgründung aus einer Allianz aus sechs Staaten angegriffen. Fünf, oder? Nein, der Staat konnte nichts und hat versucht, hat nichts funktioniert. Ist egal. Herr Ricken, darf ich dir mal eine Frage stellen dazu? Ja. Also du kommst aus Europa in dieses Land und gründest dort einen Staat nur für Juden und wunderst dich dann, dass du angegriffen wirst. Ist das Logik für dich? Nur für Juden? Leben in Israel nur Juden? Der Staat wurde mit dem Ziel gegründet nur für Juden. Ein jüdischer Nationalstaat. Gläubigst du das? Das weiß ich nicht, aber trotzdem, meine Frage, ich habe ja, ich habe ja, ich habe nicht mal gesagt, ob der Angriff gerecht... Hast du dir mal... Israel war eine Allianz aus sechs Staaten 1949, guckt gerne nach. Nee, nee. Das habe ich gerade gemacht bei Google und ich habe es deswegen gesagt. Ja, dass man da echt viele Palästinenser... Sechs Tage Krieg. Ich habe noch... Sechs, also viele Palästinenser vorher vertrieben hat bei der Gründung und es gab da schon Waffengewalt und Zerwürfnisse und dann haben die erst die Syrer und Ägypter und die anderen angegriffen, ja. Nach diesem Zerwürfnis sozusagen. Ich habe mich jetzt auch mehrfach nochmal da eingelesen, bevor ich... Das kann doch jeder selber tun, ne? Kann doch jeder selber lesen. Einfach mal Haganer-Milizen, Kiko-Milizen, Lechi-Milizen, einfach mal eingeben. Lehmann, warum denkst du, dass die Hamas Freiheitskämpfer sind? Einfach mal eingeben, schauen, was passiert ist vor 1948 und danach die Frage stellen. Nein, ich frage mich gerade, warum denkst du, dass die Hamas Freiheitskämpfer sind? Nein, ganz kurz, stimmt was. Der Sechs-Tage-Krieg war nicht 1948, wer auch immer das gerade gesagt hat. Und zwar 67. Der Sechs-Tage-Krieg war 1967 zu Ende und nicht... Lehmann, antworte doch mal. 1948 war der Uneifnäglichkeitskrieg, bitte nicht falsch sein. Lehmann. Schau mal, Hope, es kann tatsächlich Menschen geben. Wir haben hier zwei Seiten, die aufeinanderprallen. Ich meine, Erdogan sagt auch, dass Hamas für ihn keine Terrororganisation ist. Wir sagen, okay, dafür ist PPK für die eine Terrororganisation. Harry can link doch nicht vom Thema ab. Lehmann, ich habe dich was gefragt und du beantwortest... Aber wenn Erdogan das sagt, dann ist das für mich kein Fakt, nur weil Erdogan das sagt, was möchte ich damit... Lehmann, hast du Angst oder was? Aber Hope, es wird doch von allen... Es gibt doch verschiedene Quellen von Europa... Welche Quellen denn? Ich brauche doch keine Quellen, um zu wissen, wer die Hamas ist. Natürlich braucht sie keine... Ich brauche doch... Leute, brauchen wir Quellen, um zu wissen, wer die Hamas ist? Danke, Leni. Es ist eine Hilfsorganisation, Hope, dass du das nicht verstehst, mein Gott. Aber Harry can, Harry can, Harry can, eine Frage. Wem hilft die denn? Ich mache das, was jemand von euch gesagt hat. Und Freiheitsorganisation ist ja nochmal was... Freiheitskämpfer ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, das ist eine Hilfsorganisation. Also, ich weiß ganz genau, mir hilft sie nicht und ich bin hier auch nicht von der Hamas betroffen, ja. Nur ich als Neutraler... Ja, aber wem hilft die denn dann da? Nur ich als Neutraler hier... Leni, danke. Wenn ich mich dazu informieren, da haut man sich dann einfach mehrere Seiten mal einfach von allen Perspektiven, damit man dann so einen Überblick bekommt. Justin, danke. Aus Perspektiven, die sagen, Hamas ist keine... Es wird schnell halt aus europäischer Sicht alles, was uns nicht gefällt. Was uns gefällt, heißt dann die Königsfamilien, was uns nicht gefällt. Sind das dann Terrorstaaten, also wo der Europäer Geld verdient und so weiter. Aber es gibt ja eine Definition, was eine Terrororganisation ist oder nicht. Aber wir brauchen uns gar nicht zu gucken, was die anderen sagen. Wir müssen doch noch gucken, was die Hamas sagt. Und die Hamas sagt, die möchten die Hamas vernichten plus den Staat Israel. Also warum muss ich irgendwo irgendwas sehen oder googeln, um zu wissen, dass der Hamas Terror ist. Ja, aber das ist wieder Fake News. Fake News. Das sind Fake News, das haben noch die Hamas gesagt. Wer soll das nicht gesagt? Haben Sie nicht gesagt? Die Charter von 2017 sagt das nicht. Nein, die Charter für Charter. Das hat die Hamas und die Westbank gesagt. Ja, komm, die Westbank, genau. Ja, die haben das gesagt. Nein, wenn die westlichen Medien das sagen, dann ist das Fake News. Und wenn Humus TV das sagt, dann ist das wahr. Das ist eure Einstellung. Aber Harry, es geht doch um die Aussagen der Hamas. Die Hamas geht es auch. Was willst du denn? Oder nicht? Leute, wir machen in der Charter von 2017 stand in der Charter, dass es das Ziel ist, Israel auszulöschen. Punkt. Aber Harry, du warst doch gerade in einem anderen Screen, da hast du das Gegenteil gesagt. Leute, wir machen nur noch 15 Minuten, weil ich sehr angeschlagen bin. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt verstanden und das gehört, was ich gesagt habe. Ja, wir haben verstanden. Ja, siehst du, also hast du... Also hast du doch jetzt gerade selber gesagt, es steht nicht drin, oder? Ne, Mann! Hör mir bitte zu, ich hab gesagt, bis 2017 stand es drin. Ich hab gesagt, bis 2017 stand es drin. Hör mir bitte zu. Okay, hab ich verstanden. Okay, also steht es drin. Okay, gut. Aber sowas legt mich auf, weil ich hab wirklich, ich weiß, dass es seit 2017 geändert wurde. Es wurde geändert in anderen Wörtern und das ist jetzt auch scheißegal, was in der Charter... Wir scheißen jetzt mal auf die Charter. Die Hamas selber geht vor die Kamera und sagt das. Die Westbank hat jetzt auch ein Schriftstück rausgebracht, wo steht, die möchten die Juden auslösen. Warum verstehst du das noch immer nicht? Wer ist denn der Juden? Okay, wer ist denn die Westbank, wer ist denn die Westbank? Kann eine Terrororganisation wie Hamas oder die RAF früher eine Atommacht auslösen? Wie paradox ist das denn? Ja, das ist halt der Taktik, immer die Autorolle. Ja, und das schießt doch nicht aus, dass sie eine Terrororganisation sind, nur weil sie die Atommacht nicht auslösen können. Du akzeptierst doch nicht mal die Aussage von der Hamas. Was willst du dann für ein Video sehen? Wenn du nicht mal von der Hamas das Video, wenn die reden vor der Kamera, akzeptierst du es nicht mal? Was willst du da noch sehen? Was soll ich dir denn beweisen? Die sagen das, aber die sind doch weit unterlegen. Das ist doch kein, das ist doch nicht ein gleicher Kampf. Ja, aber das schießt doch nicht aus, dass sie eine Terrororganisation sind. Es ist doch egal, ob die das können oder nicht, aber deren Aussage... Doch, das versucht ihr doch gerade zu argumentieren. Nein, aus, aus... Dann verstehe ich den Grund nicht. Okay, dann sag, warum du... Ja, warte, warte. Dann sag, warum du das sagst, was das damit zu tun hat. Die Russen-Türken sagen, es ist eine Befreiungsarmee und die Chinesen und die Iraner. Aber was befreien die, wenn die sich unten verstecken und die Zivilisten oben sind? Was wollen die denn mit den Russen und den Iranern besprechen? Die wollen keinen Frieden, die wollen die Russen auslösen. Abdi, du musst auch mal wieder live gehen. Harry, keine Frage, sind für dich die Siedler auch der Russen? Sie sind radikal. Ob es Terroristen sind, kann ich nicht sagen, weil sie haben nicht das... Nein, sie haben das Ziel, sich da anzusiedeln mit radikalen Maßnahmen, aber sie verbreiten kein Terror gegen die Leute auf der Welt. Das ist ein Unterschied. Leema, du willst sagen, dass die Siedler Terroristen sind, aber du vermaßt nicht. Ja, das willst du mir gerade erklären. Wow, also, Herr Ekel, das war... Dass die Siedler Terroristen sind. Die haben 200 Menschen umgebracht. Nein, Leema, ich habe gesagt, es sind radikale Siedler. Also, Leute, diese ganze Region besteht nur aus Mord und radikal und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob die eine Seite jetzt besser dargestellt werden muss als die andere. Wir versuchen ja die ganze Geschichte jetzt zurück zu verfolgen. Die versuchen, guck mal, guck mal. Nein, wir versuchen gar nicht immer. Du erzählst mir die Scheiße. Das ist nicht mit wirklich zweierlei Maß gemessen. Unendlich. Bitter, bitter, bitter. Ich meine, wo ist neuer Mitgefühl? Wo bleibt denn das? Mitgefühl für die Leute dort. Sprich uns doch nicht immer unser Mitgefühl. Du weißt doch gar nicht, was sie im Kopf denken. Aber jeder Moslem, du leugnest die Geschichte, die eine andere Meinung haben. Ich habe gesagt, zum Beispiel zu den Siedlern habe ich direkt gesagt, die sind radikal und die setzen mit radikal Maßnahmen da ihr Ziel durch. Das ist ein europäisches Phänomen. Was müssen sie machen? Auf jeden Fall sollen sie nicht dort Organisationen wie die Hamas haben. Die sollen nicht daran glauben, dass die Juden auszulöscht werden müssen. Ganz einfach. Und? Ich will mal sehen, Ema. Wenn irgendeine Gruppe kommt, dann... Es klingt nichts, wenn nur die Palästinenser nichts machen. Auch die Israelis müssen was machen. Die müssen nämlich auch ihre Einstellungen überdenken. Ja, okay. Okay, ich habe es doch verstanden. Ich habe es verstanden. Du hast es nicht verstanden. Weil wenn irgendeine Gruppe von tausenden von Menschen kommt und sagt, dass die die Hamas auflöchen möchten, die Moslem, dann will ich mal sehen, was du dann machst. Lema, red doch einfach dagegen. Du sagst zu mir, ich soll... Ja, aber wie denn, wenn die ganze Zeit rumschreit? Guck mal, die Fatah im Westjorderland, ja, hat 30 Jahre... Nein, ich gucke nicht. ... friedlich, keine Anfläge. Was redest du für eine Scheiße? Redest du euch selber, Alter, Junge, Junge. Du warst noch nicht mal in Israel, du hast noch nicht mal einen Fuß da reingesetzt. Ich hoffe, du wirst auch da keinen Fuß reinsetzen. Weil so eine Person hat da nichts verloren. Habe ich auch niemals vor, danke. Ja, du wirst auch nicht reinkommen. Mach dir mal keine Sorgen, du wirst nicht reinkommen. Ich weiß, ich weiß. Ja. Kannst gerne zu Gaza gehen. Also nochmal zum Thema, nochmal zum Thema, ja. Guck mal, die Palästinenser haben da 30 Jahre versucht, ja, friedlich mit den Israelis zu sein. Was redest du da? Guck mal, sei doch mal rein, ey, hab kein Bock, ehrlich, Alter. Hope, hier, guck mal, hier hat jemand geschrieben. Okay, darfst du dich dazu was fragen? Hope denkt, Moment, Moment, Moment. Hier hat jemand geschrieben, Hope denkt, sie wäre in Gefahr, während ihr Land 6000 Kinder tötet, hat Madina geschrieben. Was ist das jetzt schon wieder für eine schwachsinnige Aussage? Ja, ich, ich, ja, bitte. Oh, die Leute können nicht, ich muss keine Sorgen beten. Sagt doch mal, dass ich euch aussprechen kann. Aber du redest, du hast doch gerade auch gesprochen. Also, Lemar, das ist ja auch kein Monolog, ist ja ein Dialog. Ja, aber ich muss doch aussprechen können. Du hast aussprechen, war es. Was labern du? Okay, Lemar, du warst aber, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade fertig und ich darf jetzt darauf antworten. Ich war noch nicht fertig, ich überhaupt nicht. Aburoy! Was ist das für eine Art, Alter? Guck mal, die Leute sehen das doch alle hier. Das ist doch peinlich. Lemar, rede doch einfach. Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du nicht reden darfst. Rede doch einfach. Ja, aber sie unterbricht mich doch die ganze Zeit. Aber du musst es doch schaffen. Lemar, du bist ein erwachsener Mann und schaffst es nicht, gegen eine Frau zu reden? Aber ich will das doch nicht so haben. Weißt du, was ich meine? Ich will auch meine Sache sagen können in Ruhe, wie sie das sagen können. Du unterbricht mich doch auch die ganze Zeit. Ja, dann rede doch jetzt. Komm, hier, bitteschön. Also nochmal, schau mal, die Vertrag in der Westbank hat verhandelt seit 30 Jahren in Frieden mit Israel. Der Dank von Israel ist Siedlungsbau. Das stimmt nicht. Und ja, okay, alles stimmt. Siedlungsbau findet nicht statt. Nein, das stimmt nicht, dass es friedlich war. Ich war vor Ort und es war nicht friedlich. Du warst vor Ort. Ich war vor Ort und es war nicht friedlich. Du warst vor Ort. Was sagen wir jetzt? Ja, aber das sagt doch, aber die ganze Welt sagt das nicht. Aber wenn ich vor Ort war und gesagt habe, es war nicht friedlich, was willst du jetzt sagen? Ja, aber das ist dann deine eigene Meinung. Leute, bevor wir den Stream beenden, macht mal 100.000 Likes. Ich habe doch erlebt, ich habe gesehen, die nicht friedlich sind. So, schau mal, die Leute, die Palästinenser haben versucht zu verhandeln mit denen. Der Dank ist Siedlungsbau. Was redest du da? Also was sollen die Palästinenser machen, Hurricane? Hurricane, ich rede mit dir, weil mit der rede ich nicht. Nein, die Hamas will doch keinen Frieden. Die sind doch ganz... Ich rede nicht von der Hamas. Lenk mich immer wieder vom Thema ab. Lenk mich immer vom Thema ab. Ich rede nicht von der Hamas. Die Hamas will keine Zwei-Staaten-Lösung. Hurricane, du hast mich ja schon verstanden, also antworte mal bitte. Aber die möchten doch keine Zwei-Staaten-Lösung. Was willst du dann? Okay, alles klar. Wenn wir über den Westjordan-Konflikt reden würden, dann können wir das gerne machen. Das hat aber nichts mit dem Gada-Ring zu tun. Da muss ich... Nein, lass ich ausreden. Da muss ich ehrlich sagen, beim Westjordanland weiß ich nur, dass sich da radikale Siedler gibt und vielmehr weiß ich über den Westjordan-Konflikt dort nicht. Aber deshalb kann ich dazu nichts sagen. Schau mal, im Frieden, friedlich geht es nicht, mit Gewalten geht es auch nicht. Also was sollen sie denn machen? Ja, aber du redest gerade über den Westjordanland. Der Anstand, wo sie aber nicht von einer der Organisationen im Westjordanland begangen. Hurricane, hör mal zu, wir reden doch gerade von Frieden, oder? Die sind aber nicht friedlich. Ja, ja, und ihr seid friedlich, ja genau. Ich habe nicht gesagt, dass wir friedlich sind, ich habe gesagt, die sind nicht friedlich. Okay, Hurricane, schau mal, ich habe dir gesagt, im Westjordanland, ja, versuchen die es friedlich? Klappt nicht. Die versuchen es aber nicht friedlich. In Gaza-Strechen versuchen sie es mit Gewalt, klappt nicht. Also was sollen sie denn tun? Die sind aber nicht friedlich. Wie gesagt, ich weiß, die wollen die Juden ausgleichen, was ist da wirklich friedlich? Dazu habe ich, wie gesagt, ich habe sie gerade gesagt. Okay, ich habe es überhaupt nicht gehört. Gehen wir mal davon aus, das stimmt. Gehen wir mal davon aus, das stimmt. Was soll die jetzt tun? Wie, was sollen die jetzt tun? Auf jeden Fall sollen sie nicht die Zivilisten töten und auf ein Festival gehen, wo international nicht mal nur Leute aus Israel sind, sondern dann sollen sie was gegen die Regierung machen. Ja, okay. Aber natürlich ist es gegen ein Festival. Jeden Tag töten sie jemanden. Die Soldaten töten jeden Tag. Nein, die töten nicht jeden Tag. Das interessiert dich nicht. Und wo hast du diese Informationen? Ja, vom ersten Mal. Was, dass die israelischen Soldaten Leute in Gaza töten? Natürlich interessiert mich das. Nicht im Gazastreifen. In der Westbank, von wo hast du diese Informationen? Ja, aber jetzt reden wir über die Westbank. Auf dem 1. bis zum 31. bis zum 7.10. wurden 400 Palästinenser umgebracht. Ja, dann zeig mal deine Quelle. Das kann jeder nachgucken. Nein, zeig mal deine Quelle. Das ist unglaublich. An die Leute hier, googelt das einfach mal. Was sollen wir denn googeln? Gib mal eine Quelle, dann können wir die googeln. Gib mal eine Quelle, wo das steht. Eine seriöse Quelle. Ja, guck mal. Ja, aber dann zeig doch mal deine Quelle. Geh doch einfach auf Tagesschau. Auf Tagesschau soll ich jetzt gehen und da steht sowas. Überall steht da auch, dass die Palästinenser friedlich sind. Ja, steht es nun auch. Ich habe keine Lust mit dir zu reden. Du bist voll, nehm ich vor. Du hast keine Argumente, du hast voll, nehm ich vor. Du hast gar nichts. Es steht da auch, dass die Palästinenser friedlich sind. Ja, du hast es doch gerade gesagt. Unglaublich. Also wenn die Wolke nicht auch für dich googeln. Google mal bitte, mach das mal. Da sagt man noch mal, hau mal raus, ich google. Google und zeig mal deine Quelle. Wie, was soll ich denn suchen? Was habt ihr noch mal gesagt? Er hat gesagt, jeden Tag. Tote Investoren in der Land. Tote Investoren in der Land vom 1.1.2023 bis zum 7.10.2023. Und was ist mit davor? Davor noch nicht mehr Tote. Google mal davor, Google mal davor, bitte. Was ist mit davor? Google mal bitte im Jahr 2022. Löwenherz, was ist das hier für eine Werbung für den Roy? Abdi nimmt Roy Hobbs. Achso, das ist Abdi. Ja, Abdi nimmt Roy Hobbs. Ja, er hat die so Bilder gemacht mit Roy. Aber jetzt hat's schon gespielt. Also worauf heute genauso? Roy bekommt gerade einen Einlauf. Ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Okay, Lemar, bis er das findet, will ich jetzt noch immer verstehen, warum du sagst, dass die Freien... Ich hab ganz kapiert, was ich suchen soll. Ja, du sollst mal suchen. Er sagt ja, jeden Tag werden Palästinenser in der Westbank getötet von der israelischen Militär oder von Israel oder weiß was ich von wem. Ja, jeden Tag. Also, und 600 Stück, oder? Das vom ersten, ja, YouTube-Sportline. Ich weiß nicht, wie die Westbank das mit dem Sturm hat. Genau, das ist der Westbank, davon reden wir ja. YouTube-Sportline, google mal bitte, Tote vom 01.01. bis zum 07.10. in der Westbank. Aber eine sehr gute Quelle, bitte. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was Mel Green davon hält. Mel Green. Oh, sorry. Taschenunfall. Hallo. Jo, was hast du zum Thema zu sagen? Ich hör lieber zu, es ist nachher zu zwei Taschenunfall, dass ich da reingekommen bin, Entschuldigung. Alles gut, dann kann man ja von unten zuhören. Danke dir. Mach ich. Boah, Roi, was ist das, die Roi? Abdi, was du machen damit, Roi, deine Hundi? Roi ist meine Roi. Okay, irgendwie finde ich gar nichts dazu. Aber eine Frage... Willst du mir jetzt antworten? Wie seid ihr eindeutig für Israel, oder? Wer? Also, der Stream hier. Also, ich bin, ich bin Israel, ja. Ich bin Israel, ich stehe dahinter. Ich bin solidarisch mit Israel, ja. Aber könnte ich den Grund davon, also weswegen ihr jetzt auf der Seite von Israel seid? Ja, weil Israel gerade die Hamas vernichten möchte, und ich finde das super. Ja, aber könnt ihr euch denn vorstellen, warum die Hamas überhaupt gestanden ist? Was? Könnt ihr euch vorstellen, weswegen, also warum die Hamas gestanden ist? Abdi, du musst einmal kurz raus. Abdi, du hast Verstoß bekommen. Dass die Hamas Terror ist, kannst du dir das vorstellen, dass die terrorisieren und die Juden und Israel vernichten möchten? Okay, aber was macht denn Hamas anders als Israel? Was? Ja, erzähl mir mal, was die anders machen. Komm, was macht denn Israel? Israel z.B. bombardiert ist auch Gebiete, die sich nicht mobilisiert werden, also die von zivilbevölkerten Gebiete bombardieren. Wie bitte? Da werden doch auch zivilbevölkerte Gebiete bombardiert, oder nicht von Israel. Also von Israel wird gerade bombardiert, aber nicht gezielt zivilisten. Ja, aber auch Gebiete, wo zivilisten leben. Wie bitte? Da werden zivilgebiete bombardiert, oder etwa nicht. Ich verstehe dich nicht, zivil was? Zivilgebiete werden da bombardiert, oder etwa nicht. Es werden, also es wird gerade bombardiert, aber nicht gezielt auf Zivilisten. Da wird davor gesagt, bitte verlässt euren Haus. Die Hamas versteckt sich halt in Gebieten, wo Zivilisten leben. Das ist halt die dreckige Masche der Hamas. Und natürlich werden dann auch Luftschläge geflogen gegen Gebiete, wo Menschen leben, wenn da Hamas-Terroristen sind. Und ja, das ist halt nun mal so. Ja, Leute, hört doch mal bitte auf, den 7. Oktober mit den jetzigen Luftanschlägen zu vergleichen. Das hat nichts miteinander zu tun. Selbst wenn man dazu sagt, es ist jetzt ein Völkermord, das hat es immer noch nichts miteinander zu tun. Weil das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, was ganz anderes war. Ich verstehe den Vergleich nicht. Nicht, was die den 7. Oktober gemacht haben, deren Ziel ist, Bluten auszulöschen, Leute. Ich verstehe nicht, warum es bei euch nicht im Kopf irgendwie klingelt. Aber die Einzigen, die gerade jemanden auslöschen, sind die Israel, die Palästinenser. Ich kann auslöschen, Leute. Das ist viel schlimmer, als was am 7. passiert ist. Aber wenn man sich die Realität anschaut, sieht es anders aus. Welche Realität? Dann löscht ihr gerade die Palästinenser aus. Nein, wir löschen die nicht aus. Wir haben so ein Ziel nicht. Der gesamte Norden ist, der gesamte Norden ist entvölkert. Wie kann man denn bitte ein Volk auslöschen wollen? Wie kann man sowas sagen? Hör zu, der gesamte Norden ist entvölkert. Im Westjordanland haben schon 800 Palästinenser wurden schon vertrieben aus Dörfern und Städten. Gerade war es noch 600, bitte nicht. Amy, danke. Aber aus welchem Grund sterben täglich Zivilisten? Weil sich die Hamas unten versteckt, weil das Hamas Kriegstrategie ist. Und was soll ein Israeli dagegen machen? Was sollen sie machen militärisch? Und dass niemand nicht stehen kann. Nein, nein, niemand kann nicht stehen zu sagen, die sterben wegen den Hamas. Hamas könnte täglich Palästinenser. Lema, aber denkst du, in der israelischen Bevölkerung würde jemand nach dem 7. Oktober akzeptieren, dass gar nichts passiert? Ernst gemeinte Frage. Lema. Denkst du, in der israelischen Bevölkerung würde jemand akzeptieren, dass nach dem 6. Oktober nichts passiert? Das ist meine Frage. Es geht um Völkerrecht. Es geht um... Lema, du hast meine Frage. Beantworte meine Frage. Ich habe dir auch alle deine Fragen beantwortet. Aber deine Frage gibt keinen Sinn. Doch, meine Frage ergibt Sinn. Denkst du, in Israel ist nach dem 3. Oktober die Leute akzeptieren, dass gar nichts passiert? Das ist meine Frage. Die ergibt Sinn. Israel ist doch Besatzer. Sag mal, was ist bei dir schief? Kannst du mir meine Frage nicht beantworten? Okay, krass. Er weicht auf. Kannst du mir mal erklären, warum sich die Hamas nicht aufgibt, zum palästinensisches Leben zu retten? Guck mal, ich fick die Hand. Kannst du mir das erklären? Okay, ich scheiße auch die Hamas. Nein, aber das wäre die logische Lösung. Nein, die logische Lösung ist Ende der Besatzung. Dann gibt es doch keinen Angehörd. 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 Also Gaza wird regiert seit 2007. Was passiert denn mit Hamas? Ich bitte dich, ich bitte dich. Die Blockade, ich bitte dich, hör auf damit. Die Grenzen, alles ist geschlossen. Alles kontrolliert Israel. Alles. Aber jetzt sogar herrlich. Guck mal, Hamas. Die müssen an Israel gemeldet werden. Ihr könnt das Militär von Hamas doch nicht mit dem Militär von Israel vergleichen. Ich meine, Israel hat auch getoten, da noch anders vorzugehen und nicht so viele zivile Opfer in Kauf zu nehmen, oder? Was hat es aber gerade damit zu tun, dass Hamas vernichtet werden muss? Sieht es noch nicht mal ein, dass die vernichtet werden müssen, dass die weg müssen. Die tun doch den Zivilisten doch gar nicht dort gut. Die haben keine Rechte dort. Die haben gar nichts. Die kriegen noch nicht mal das Geld, was gespendet wird. Wisst ihr, was das Lustige ist, dass sie das gerade sagt, keine Rechte. Leute, die Leute in West-Jordaland, die haben keine Rechte. Hope hat mit dem, was sie sagt, hat sie recht, weil das Problem ist, dass die Hamas tatsächlich, doch, wenn die Hamas, den Leuten würde es deutlich besser gehen und es würden jetzt tausende Zivilisten mehr leben, wenn die Hamas nicht da gewesen wäre und auch nicht angegriffen hätte, dann würden jetzt tausende Zivilisten noch leben. Tausende Kinder würden jetzt noch leben. Okay, Löwenherz, Löwenherz. Lema, ich frage mal, Lema, 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 ich höre auf, immer zu dem West-Jordaland zu gehen. Es geht um den Gaza-Konflikt, Mann. Bleib hier mal bei Gaza. Bitte. Warte mal jemand mal auf der Straße gegen die Hamas, wie gut es ihnen da ist. Lema, willst du mir sagen, dass mit der Hamas dort... West-Jordaland ist ein anderes Thema. Willst du mir sagen, mit der Hamas funktioniert das besser? Man, es geht den ganzen Menschen, auf der ganzen Welt geht es überall schlecht, aber es geht doch jetzt gerade ums Gaza-Thema. Ja, aber dass Leute keine Menschenrechte, keine Bürgerrechte haben, ich bitte dich. Löwenherz, bitte. Da müsstest du dir ganz andere Lema anschauen, lieber Lema. Dann guck mal nach Iran, was da los ist. Kein Whataboutism, Lema. Aber du machst ja auch Whataboutism, weil du überwäschst, oder? Dann redest wir, Rene, weil wir über den Gaberland trinken. So Leute, 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 es hat nicht sehr viel Sinn heute Abend. Ich bin sehr angeschlagen. Ich habe gesagt, ich mache um halb Feierabend und das mache ich jetzt auch. Es ist tatsächlich für mich gerade, ich kann auch kaum noch folgen. Und das ist dann nicht gut, weil ich dann nicht mehr richtig aufpassen kann. Vielleicht morgen wieder, schauen wir mal. Aber das kann ich nicht versprechen. Weil ich bin tatsächlich sehr angeschlagen und sage so, danke. Also ich danke allen, dass ihr hier oben wart. War ja am Ende tatsächlich ein Gespräch, was okay ist, was natürlich noch ausbaufähig ist. Aber es war mal ohne persönliche Beleidigung. Das ist ja mal in Ordnung. So bis auf 1, 2. Ja, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Und wenn ihr weiterhin so leben wollt, wie ihr es immer tut, und ich spreche da besonders die Muslime an, die ich schön jeden Tag in der Kneipe antreffe oder die Muslimen, die ich auf dem Fußballplatz antreffe, die sich schön ein Bierchen heben, ja? All diese Pseudomuslime, ja, die dann schön sich am Wochenende mit den deutschen Frauen amüsieren, ja? Also jetzt mal Hand aufs Herz, ja? Wenn ihr das wirklich doch alles so glaubt und wenn ihr wirklich so hinter dem Koran steht, dann wäre das jetzt nicht so am Laufen, wie es gerade läuft. Und das ist Fakt. Und wem es nicht passt, wie gesagt, ich wohne hier, ich bin hier geboren, das ist mein Land, ja? Ich habe die Wahl, möchte ich hier bleiben oder nicht? Ich könnte auswandern, ich brauche es aber nicht. Denn wir haben Gott sei Dank noch eine andere Möglichkeit. Wir können wählen gehen. Und das werden wir tun, darauf könnt ihr euch verlassen. Auf dich. Entschuldigung, ich mache hier keine Werbung. Roy, die Bühne gehört dir. Schieß los. Hallo, erstmal in die Runde. Hi. Tascha, übrigens, wer im Glashauf sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Denkt mal drüber nach. Aber egal. Roy, wenn du jetzt hier Stumpf machen möchtest, dann kannst du wieder gehen. Tut mir leid. Das war jetzt schon echt mit der Anstieg. Tascha, wenn ich, Tascha, Tascha. Entschuldigung, dann sag doch direkt, wer im Glashauf sitzt, sag es doch direkt. Tascha, ich werde begrüßt mit den Sätzen, ich bin noch nicht mal oben und es wird schon angeprangert, wie ich mich unterhalte. Obwohl ich bei dir im Live noch nie laut geworden bin. Noch nie. Das letzte Mal schon, doch. Da hat sich dann der Brain runtergekickt. Auch das letzte Mal bin ich nicht laut geworden. Du hast mich nicht runtergekickt. Ich bin gegangen. Ich habe mich sogar noch verabschiedet. Das stimmt. Er ist erst gegangen. Ich habe ihn nur verwarnt und habe gesagt, es ist eine Verwarnung und dann ist er gegangen. Eben. Und warum war die Verwarnung? Weil er laut geworden ist. Aber gut. Korrekt. Ach Gott, also ist das belanglos. Oh Mann. Darum geht es gar nicht. Ich wollte eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen mit einer kleinen Spitze, Tascha. Wenn du mich schon so begrüßt, was glaubst du eigentlich, wie ich darauf reagiere? Wenn du aber gleichzeitig dasselbe machst, kann ich doch darauf sagen, dann im Umkehrschluss, wer im Glashaus sitzt. Ja, aber es ist mein Life, oder? Es ist mein Life. Und ich kann in meinem Life rumschreien. Und in meinem Life kann ich eine Ehrung. Du prangerst mich an. Du prangerst mich an. Und machst genau das Gleiche. Es ist mein Life, oder? Wartet mal, ihr beiden. Wollt ihr euch jetzt streiten? Thema. Mal ganz ehrlich, das Ding an der ganzen Sache ist, wenn hier Sachen erzählt werden, mal ganz ehrlich, das ist ein Riesenthema. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Der Einzige, der hier, Demokratie hat es mit lieben Worten probiert. Es wird was anderes gesagt. Es wurde untergebuddert. Der Psychologe, der Doktor hier, hat das schon sehr gut zum Ausdruck gebracht. Er hat nur noch eins dabei vergessen, dass der gemäßigte Islam, der spirituelle Islam, am Ende im politischen Islam landet. Das ist das Einzige, was ich dabei noch vermisse. Dann wurde nachgefragt, was die Scharia ist. Es wurde ein Teilaspekt gebracht, aber nicht das Ganze. Im Ganzen sieht es aber so aus, dass sich dann die muslimische Bevölkerung da schon an den Koffer gepisst. Wenn man das so ausdrückt. Weil die Scharia ist nicht nur die Gesetzesgebung des Islams. Die Scharia ist so viel mehr. So viel mehr. Die Scharia ist auch die Lebensweise des Islams. Wie man sich da in was für Situationen zu bewegen, zu begegnen hat. Die Scharia gibt so viel vor. Ich glaube, die Gesetzesgebung selbst macht nur 5% aus. Also da gibt es so viel mehr. Von da ist es einfach an dem. Wenn man sich da an diese Unterhaltung bewegt, ist das sehr, sehr schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn dann hier gesagt wird, es gibt kein Land, wo die Scharia ausgeübt wird. Mal ganz ehrlich, da frage ich mich, hä? Und Tascha, das hast du selbst, meines Wissens nach, das war deine Wortwahl, meines Wissens nach, bin ich auch der Meinung, dass die Scharia nirgendwo ausgeübt wird. Das war deine Wortwahl. Aber es gibt mehrere Länder, wo sie ausgeübt wird. In England haben wir mittlerweile sogar schon Scharia gerichtet. Also es gibt mehrere Ansätze. Auch hier in Deutschland wird die Scharia in Teilen ausgeübt. Nouripour hat sogar schon angesprochen, ob es vielleicht denkbar wäre, dass Teile der Scharia mit dem Grundgesetz vereinbar wären. Das reicht nicht. So viele Ansätze. Deswegen muss man da wirklich in dieser Thematik, so doof wie es sich anhört, entweder hat man da jemanden da, der wirklich Ahnung hat und Wissen hat, ansonsten geht das so schnell nach hinten los. Ich habe mein spezielles Denken zu alledem. Für mich zum Beispiel, ich drücke das mal jetzt hier nur aus Respekt einer Person gegenüber, nicht so knallhart aus, weil das nicht jetzt hier gerade so ist, dass ich mich dagegen irgendeinem Moslem verhaukeln muss. Aber ich habe eine ganz spezielle Meinung über Mohammed. Und das ist meine Meinung, die ich da habe. Die drücke ich jetzt hier nicht aus, wie gesagt, nur aus Respekt einer Person, die gerade anwesend ist, weil ich jetzt bis dato noch keinen Aneckpunkt hatte. Aber wenn ich diese Meinung vertrete, dann habe ich schon ein arges Problem. Das ist so dieses Ding an der ganzen Geschichte. Und man muss da wirklich in dieser Thematik, da muss man wirklich aufpassen, wie man sich wohin bewegt. Und wenn man da wirklich nicht zu 100 Prozent sattelfest drin ist, kann das wirklich mehr Ärger bringen wie alles andere. Und dass der Islam eine Gefahr ist in ihrer Ideologie, in der Ideologie des Glaubens selbst, dann muss man da wirklich darauf aufpassen. Weil es ist an dem, dass zum Beispiel ja auch wir hier in Deutschland und das über die AfD sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das heißt ja nicht, die Moslems gehören nicht zu Deutschland. Es geht um den Islam selbst. Weil der Islam ist eine rotzgefährliche Religion und stellt sich in ein Land, wo Religionsfreiheit herrscht, über alle anderen Religionen. Und das ist schon ein Problem für sich. So, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Und ich gehe wieder pennen. Nee, nee, ich wollte noch mal was zu dir sagen, Uwe. Oh, Latif, heute nicht mehr so. Doch, ich möchte das sagen. Ich habe das schon... Na, guck mal, Latif, ich sagte gerade heute nicht mehr. Mir brennt es schon seit zwei Tagen auf der Zunge und in der Seele. Ja, wir haben uns sehr oft, ja, hau bloß ab. Ja, das ist auch Latif, das hat dir auch nichts zu suchen. Doch, das ist ja genau dieses Thema. Er kommt hier hoch, ja, ich habe, also ich habe heute ganz andere Probleme. Ich habe auch keinen Kopf dafür, ja, aber ich bin ab und zu mal wieder reingekommen, ja. Hier waren Pro und Contra mit dem Islam und jeder hatte seine Meinung. Aber jeder hatte seine Meinung auf sehr respektvolle Weise. Trotzdem hatten viele von uns nicht großartig Erfahrung. Und das ist eine Tatsache. Und da hat er recht, wenn einer... Nein, nein, Nenni Fee. Das ist auch nicht so gut, dass man meine Religion kritisiert. Man muss nicht immer konform mit meiner Religion gehen, ja. Und man muss auch nicht konform mit mir gehen. Man kann auch mich kritisieren. Aber das muss alles auf respektvoller Weise passieren. Ja, Politikkind. Du gehörst auch dazu. Aber sobald, ja, sobald mein Prophet in ein Schweinegewand, als Schwein mit Gewand dahingestellt wird und gesagt wird, hier habt ihr euren Schweineritter, den pädophilen Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Und Politikkind genauso. Du auch, ja. Ihr werdet euer Fett schon wegkriegen. Ja, du auch. Wenn man ein Schwein mit Kopftuch dahin packt, wenn man ein Schwein mit Dings macht, das hat nichts mehr mit Satire zu tun, das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun und das hat auch nichts mehr mit Kritisieren zu tun. Ihr könnt alle, aber wir müssen doch respektvoll bleiben. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt eine Kritik an die Deutschen ausüben würde und dann immer A Punkt, H Punkt in die Bilder machen würde und dies machen würde, das würde doch auch keinem hier gefallen. Wir müssen doch respektvoll bleiben, dass wir endlich mal eine Gemeinsamkeit, also wir leben doch in diesem Land zusammen und respektvoll zusammen. Ja, Politikkind, fass dir mal am Kopf, fass dir mal am Kopf und geh mal und lass mal eine Gehirn-Tomografie machen, ob da noch viel übrig bei dir ist. Ich glaube nicht. Also eine Sache, also wenn das Schwein mit einer Kippa gezeigt wird, würde das hier auch ganz anders laufen, dann wäre es auch schon verachtend, meines Erachtens. Da bin ich bei dir, ich finde das auch schon beleidigend und so, aber ich verstehe, also ich verstehe manche Leute, die einfach, also dass der Islam, wenn man den so nimmt, wie er steht, auch in den Büchern steht, das kannst du aber bei jedem Christ, bei jedem Glauben tun, also bei jeder heiligen Schrift nehmen, wenn man die so lebt, wie es drinnen steht, dann ist sie meines Erachtens nicht friedlich, sondern eher zum Spalten. Also ich bin ja auch ein Theist, ich glaube an den Gott, aber nicht an den Gott in den heiligen Büchern, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Ich glaube, das ist eher so zum Spalten gemacht worden, dass man quasi Leute bindet und Sonstiges. Ich würde schon fast sagen Satan, aber das ist schon zu hart. Aber euer Glaube, euer Glaube, mein Glaube, mein Glaube. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, die Regionen untereinander, sie spalten sich halt gegenseitig. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, was Troche angesprochen hat, dass der Omic Noripu geguckt hat, Sachen, die mit der Scharia, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, dass man die einbringen könnte in Deutschland. Da sage ich jetzt mal ganz im Ernst, wenn man es genau nimmt, ist alles, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist, kannst du nach Deutschland bringen. Alles, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist, kannst du nach Deutschland bringen. Die Scharia an sich ist ja nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Also viele Teile davon sind nicht vereinbar und die dürfen nicht hier rein. Also Sachen, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, die können wir in Deutschland haben. Dafür ist ja das Grundgesetz da und dafür steht es ja auch. Nur mal so nebenbei. Deswegen diesen Satz, den er da gebracht hat, kann man nicht unbedingt als negativ aufwenden, weil nur Sachen, die gegen das Grundgesetz sprechen, müssen wir eigentlich verachten. Meiner Meinung nach. Ja, und dann möchte ich ganz kurz noch auch etwas dazu sagen. Lativ, ich bin natürlich auf, da sind wir komfort, also wirklich, ich sehe das genauso wie du. Und es wäre schön, wenn es so laufen würde, aber leider, ich muss es sagen, leider kippt die ganze Situation zurzeit. Und die kippt aus folgenden Grund, und zwar, dass wir sehen, sehen. Lativ, keiner spricht von dir. Und keiner spricht von denen, die schon ja seit Jahrzehnten hier leben. Aber diese Stimmung in Deutschland, und das muss bewusst sein, die kippt. Und die kippt aus folgenden Grund, und das möchte ich dir jetzt sagen, dass wir in Deutschland die Schnauze voll haben. Das Problem ist nur, dass sich auf einmal jeder Moslem angegriffen fühlt, obwohl wir nicht jeden Moslem meinen. Denn die Moslems, die das Grundgesetz oben hinstellen, die sind überhaupt in keinster Weise angesprochen. Aber wir haben leider hier das große Problem, und das wird immer größer und größer, und das sieht man nun mal auf den Straßen, ganz massiv, dass wir in unserem eigenen Land teilweise hier überhaupt keine, wir dürfen gar nichts mehr sagen, und wir werden unterdruckt. Verstehst du, was ich meine? Und dass dann irgendwann der Kragen mal platzt, und ihr euch auf einmal alle so angesprochen fühlt, warum auch immer. Ja, das verstehe ich ganz einfach nicht. Wir hatten vor zehn Jahren diese, obwohl, ja, vor zehn Jahren hatten wir diese extremen Ausschreitungen noch nicht. Wir hatten noch keinen, der jemanden abgestochen hat, und dann dieses in die Menge geschrien hat, was jetzt die Leute zu 100 auf den Straßen schreien. Das ist für uns, wir sehen das als eine Art Gefahr. Und die Reaktion darauf ist doch ganz normal. Nur verstehe ich nicht, ich sag's dir so, wie es ist, warum sich auf einmal viele Moslems angesprochen fühlen. Nenn ich Sie. Das ist das, was ich nicht verstehe. Nenn ich Sie. Ich gehe mit dir konform. Guck mal, wir sind, ich bin ja nicht blind in diesem Land, ja, ich bin Moslem. Und ich sehe auch, dass seit 2015 auch Sachen schief gehen. Das, aber ihr müsst es nicht immer auf unsere Religion schieben. Es sind, guck mal, ich sag immer, Mensch ist Mensch. Guter Mensch ist guter Mensch. Schlechter Mensch ist schlechter Mensch. Und Arschlöcher gibt es überall. Überall. Ja, und dann gehe ich vollkommen konform mit dir. Aber es bringt nichts, unseren Propheten als Schwein darzustellen und zu sagen, guckt euch diesen Schwein. In dem Moment, in dem Moment ziehst du mich mit da rein. Ja, diese Moslems, die alle zu 95 Prozent friedlich hier in Deutschland sind, die ziehst du im Moment da mit rein. Ja, du beleidigst in 10 Sekunden 1,9 Milliarden Menschen. Was bringt es? Gar nichts. Ja, aber Latif, ganz ehrlich unter uns, wenn jetzt jemand was über mein Glauben rausschreit oder mein Glauben schlecht macht, und das sieht man ja in TikTok auch mehr als nur genug. Du bist halt viel in diesen Lives, wo in dem Moment gegen den Islam in Anführungszeichen gesprochen wird. Hältst du dich aber auch in den Lives auf, auch wenn du die Sprache nicht beherrschst, wo über die Christen hergezogen wird. Ich glaube nämlich nicht. Ganz kurz, ganz kurz, sonst vergesse ich den Faden. Ganz kurz. Guck mal, das Problem an der ganzen Situation ist, wenn jemand über mein Glauben so herzieht, wie das auch viele Moslems machen, ich fühle mich nicht so angegriffen. Denn der Glaube, der bleibt bei mir ja trotzdem drin. Da können 20 sich vor mir hinstellen und mein Glauben schlechtreden. Es ist doch wichtig, dass ich glaube. Was der Gegenüber glaubt, das ist mir doch völlig wurscht. Wieso fühlt ihr euch dermaßen angegriffen, wenn man über euren Glauben spricht? Ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Der Glauben, der ist doch in dir drin. Was interessiert dich, ob da ein Bild mit einem Schwein ist? Dann scrolle ich weiter. Nein, das wurde mir in meinem Live vorgespielt. Und ich war geschockt. Ich war geschockt, das von einem Roy zu sehen, mit dem man sich vernünftig unterhalten konnte. Und der hier, sag mir mal eins, wenn du das machst, was bringt es für Deutschland, für die momentanische Situation? Was hat es für einen Mehrwert? Das kann ich dir sagen. Der Mehrwert ist, wenn ihr auf den Straßen steht, es steht kein... Darf ich zu erinnern? Achso, ich dachte, du wärst fertig. Okay, sorry. Du kannst natürlich darauf antworten. Okay. Aus meiner Sicht bringt es nicht ein Gramm mehr weg. Es gießt nur Öl ins Feuer und steuert zur Spaltung und Hass immer mehr zu. Immer mehr. Das mag sein, aber der Deutsche muss sich jetzt hier nicht wieder bücken, weil wir sind es nicht, die auf die Straße gehen und über unseren Glaube durch die Straßen schreien. Warum müssen wir, ganz kurz, warum müssen wir uns da wieder ducken? Das ist auch eine Art Aufklärung für uns. Nenisi, mischt zwei Sachen nicht zusammen. Misch zwei Sachen nicht zusammen. Wenn ihr kritisiert, was auf den Demos abgeht, bin ich der Letzte, der sich dagegen stellt. Wenn ihr kritisiert, dass einer die Scharia ausruft und ihr dagegen seid, bin ich der Letzte, der das kritisiert. Aber wenn ihr meinen Propheten als Schwein darstellt in einem Gewand und sagt, hier der Schweineritter, der pädophile Kinder, dann bin ich der Erste, der dagegen ist. Richtig, gut, das mag ja sein, aber ändert das was an deinem Glauben an sich? Ändert das an deinen Glauben etwas? Ja, also, dann verstehe ich das, Loh, dir verstehe ich das nicht. Es geht hier um einen gewissen Respekt. Genau. Das verstehe ich. Ich verstehe da beide Seiten. Und ja, jetzt kann man mich wieder hinstellen, und keine Ahnung, Fähnchen im Wind. Nee, aber ich verstehe es, dass es da auch um einen gewissen Respekt geht. Und was den Nährwert angeht, der ist gleich null dabei. Richtig, Tascha, aber ich bin da halt in dem Moment, guck mal, vielleicht bin ich einfach auch zu, ich weiß nicht, guck mal, es bringt mich vieles nicht mehr aus den Takt. Es gibt Dinge, die mich einfach nicht aufregen lassen. Und dazu gehört mein Glauben. Denn ich habe das schon mal gesagt, ja, da kann sich, guck mal, mein Sohn wurde auch ausgelacht, weil er ein Leberkäsweckle ist mit Schwein. Die ist das, wir haben es doch alle durch. Es wird doch schon seit Ewigkeiten hin und her geschossen. Dann erziehe ich aber mein Kind, dass er darüber steht. Ganz einfach, um wie lange, ganz ehrlich, Tascha, mein Sohn ist jetzt 24, wie lange muss ich noch meinen Kindern sagen, dann stehe da drüber. Sagst du aber was über ihre Religion oder über ihre Sache, kriegen sie eins aufs Maul. Und das ist auch eine Sache, die Tatsache ist. Deswegen werden in bestimmten Städten, und das kann man auch nicht abstreiten, die Deutschen nur noch als Lutscher betitelt. Ganz einfach. Und wann hört denn das mal auf? Ich würde jetzt gerne mal was sagen dazu. Also A, es bringt jetzt nicht hin und her. Also diese Diskussion können wir jetzt noch stundenlang führen. Es bringt nichts. Was ihr nicht seht ist, also erstens, wir haben hier in Deutschland eine Spaltung unter der Gesamtbevölkerung. Richtig. So, das heißt, wir haben eine grün-links-Ampel-Bubble, wir haben eine AfD-Bubble und wir haben vielleicht noch irgendwie eine Neutral-Bubble. So, wir haben also schon drei Parteien hier in Deutschland. Jetzt haben wir hier versucht, einfach mal nur uns mal erklären zu lassen, was bietet der Koran. Ja, was bringt der, was tut der, was macht der. Wir hatten sehr, sehr viele, wirklich, finde ich jedenfalls, ich weiß nicht, Tascha, klär mich auf, wenn es nicht so ist, aber ich finde, wir hatten sehr, sehr gute Ansätze und wir hatten sehr, sehr gute Erklärungen. Also, ob die uns gefallen oder nicht, es waren wirklich gute Erklärungen. Das ist erst mal so dahergestellt, ob die uns gefallen. Aber wir hatten sehr gute Erklärungen. So, und dann kommen zwei Menschen an, oder drei, nee, vier waren es, vier Menschen kommen dann an und sagen, sie, also es ist so, wenn wir jetzt, wenn jetzt hier die Scharia ausgerufen wird und sie sind absolut dafür, dass die dann ausgerufen wird, legitimieren sie den Tod aller Ungläubigen. So, was haben wir gemacht? Wir haben die gekickt. Wir haben uns die eine ganze Weile angehört, aber dann wurde es wirklich zu heftig und da haben wir gesagt, nee, tschüss, raus. So, heißt im Endeffekt, dass es jetzt noch eine Spaltung zwischen den Moslems, die hier in Deutschland leben, gibt. Also, das heißt, wir haben im Endeffekt jetzt nicht nur drei Parteien, sondern vier Parteien. So, dann kommt noch dazu Israel, die ja wieder eine andere Partei sind, da haben wir schon sechs Parteien. Wer merkt da, was ich meine? Wir kommen immer mehr ins Straucheln. Wir kommen immer mehr weg von dem, was eigentlich Fakt ist. Und zwar, dass wir Menschen zusammenhalten sollten. Es sollte natürlich derjenige, der jetzt hier den Tod verherrlicht, Ticket nach Hause, weg, tschüss. Ja, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Das möchte ich, dass die sofort eingesammelt werden, ab in den Flieger oder von mir aus mit den Eselkannen runter, so wie sie gekommen sind. Ja, will ich nicht hier haben. Will ich nicht hier haben. Absolut nicht. Das ist für mich das schlimmste Zeugs, was hier existieren kann. Genauso wie der Deutsche, der hier ein Verbrechen begeht, dass der halt wirklich ins Gefängnis geht und dort seine Zeit absitzt. Ich will die nicht sehen. Ich möchte, dass jeder auf der Straße wieder friedlich und sicher gehen und laufen kann. So wie es vor Jahren war. Dass man mit Kindern rausgehen konnte, auch wenn es dunkel war, ohne dass man sich dauernd umdrehen muss, um Angst zu haben. Solche Geschichten gehören außerhalb von Deutschland, beziehungsweise wenn es dann ein deutscher Staatsbürger ist, auch wenn er mit Migrationshintergrund ist, ab ins Gefängnis. Da habe ich keinen Respekt vor. Absolut null. Aber was wir machen, wir haben hier einen Latif, wir haben hier einen Emin und wir haben noch viele, viele andere hier drin. So, und wir fangen an hier drin über ein Thema zu streiten, was wohl jeder irgendwo versteht. Und dass diese Aktion von diesem einen Streamer, dem ich hier keine Bühne geben möchte, eine Aktion gestartet hat, die weder für die Partei, für die er steht, förderlich ist, noch für irgendeinen anderen, sondern die noch mehr spaltet, noch mehr Hass hervorruft. So, und das Ganze kann man nicht rechtfertigen, in keinster Weise. Das ist ein Angriff auf eine Gruppe Menschen, das ist ein Angriff auf eine Gemeinschaft, die dann wieder gespalten wird, wo wieder der Deutsche dann nochmal Partei ergreift, was wir hier jetzt auch sehen, und der andere Deutsche ergreift dafür Partei und, und, und. Das ist so krank, so Bullshit. Wir entfernen uns mehr und mehr von dem Punkt, was wir eigentlich als Ziel vor Augen haben sollten, und zwar der gemeinsame Tisch und den, der der Tisch nicht gefällt. Raus aus diesem Land, raus aus Deutschland, dann wirklich die Grenzen zu, Kontrollen an die Grenzen und eine kontrollierte Einwanderung mit wirklichen Kontrollen. Nicht jetzt hier Larifari, ich brauche Asyl, ach ja, kommst du rein und kannst dir erstmal eine Weile rumhausen. Nee, eine wirkliche Kontrolle direkt an der Grenze. So, und wenn das nicht funktioniert, sind wir spätestens in einem Dreivierteljahr schon am Arsch. Da brauchen wir nicht mal warten, bis sie die Mehrheit haben. Weil dann sind wir so gespalten, alle so gespalten, dass man kleine Grüppchen wirklich einfach nur noch abschlachten kann. Und dann wünsche ich uns viel Spaß in diesem herrlichen, wunderbaren Deutschland. Und ich hoffe, dass ich bis dahin meine Bewerbung in die Schweiz durch habe und dann bin ich hier raus. Also ich möchte noch eine Sache sagen, also wegen den Bildern da, die da gepostet werden und was man auch darüber sagt und sowas. Das bringt halt nicht die Leute darüber nach, dass sie über ihre Religion nachdenken, sondern letztendlich bringt es die Erde dazu, dass sie sich radikalisieren. Und das ist einfach kontraproduktiv, meines Erachtens. Und deswegen sollte man sowas halt meines Erachtens auch unterlassen. Weil dadurch bringst du halt Leute dazu, wirklich auch Hass zu schüren, beziehungsweise Hass zu empfinden und sich zu radikalisieren und sich gegen einen Menschen zu wenden. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir bewirken sollten. So, ich will auch noch kurz was sagen, da bin ich raus, ihr Lieben. Meine Meinung ist, der große Unterschied ist, dass, was die Religion betrifft, wie in Deutschland, ich rede jetzt von Deutschland, eben vielleicht an die Religion glauben, aber nicht mehr nach der Religion hundertprozentig leben. Und das ist der Unterschied. Da hat man, da kam, ich habe das schon mal in den Live gesagt, ich respektiere jeden Glauben. Okay, alles gut und schön. Aber, aber der Unterschied ist, ich glaube zwar an etwas, aber ich lebe nicht nach einem Buch, was tausende von Jahre alt ist. Weil das sich mit der jetzigen Zeit überhaupt gar nicht vereinbaren lässt. Und die Leute hier leben eben in dem Jetzt und Hier und nicht mehr nach einem Buch, was tausend von Jahre alt ist. Und wenn ich glaube, glaube ich. Und wenn ich lebe, dann lebe ich. Und das wissen viele eben nicht auseinanderzuhalten. Und das ist das ganz große Problem. Deswegen fallen wir immer wieder auf diese verschiedenen Glaubensrichtungen ab. So, und das ist mein Schlusswort gewesen, ihr Lieben. Ich muss jetzt auch langsam ins Bett. Danke, Tascha, dass ich hochkommen durfte. Danke, dass du da warst. Und wir sehen uns wieder. Bis dann. Gute Nacht. Ciao, ciao, ciao. So, ich hätte da auch nur noch mal was kurz zu sagen. Also, ich hätte mir mehr gewünscht, dass die Türken zum Beispiel, die jetzt schon in dritter, vierter Generation hier sind oder auch andere Ethnien, dass die aufstehen, dass sie sich dagegenstellen und sagen, so geht das nicht. Ich hätte mir immer mehr gewünscht, dass man auch tatsächlich auch zu Deutschland mehr bekennt und dass man auch mal versucht, Deutschland zu beschützen. Ja, denn ich meine, alles hat ja irgendwo einen Sinn. Ja, und wir sind ja nicht das Volk geworden, weil uns hier vor, was weiß ich, sagen wir mal jetzt in den 30er Jahren da irgend so ein Herr dominiert hat, sondern wir haben ja danach etwas gemeinsam geschaffen. Ab den 60er Jahren waren die Türken sehr wichtig. Da waren andere Länder auch sehr wichtig für uns. Und ihr habt zu diesem Wohlstand mit beigetragen und jetzt geht das gerade alles richtig megamäßig den Berg runter. Aber anstatt da mit uns wirklich Seite an Seite zu stehen und zu sagen, halt, wir haben genauso dieses Land mit zu diesem Wohlstand verholfen. Wir haben mitgeholfen, dieses Land zu stabilisieren. Stattdessen wird sich auf einmal auf diese Religion gestürzt. Und das ist eben das, was ich unglaublich verwerflich finde. Also für mich, ganz ehrlich, wie oft hat man mich als Christin oder was auch immer diffamieren wollen, aber mich hat es nicht gejuckt. Warum? Weil ich bin Mensch. Ich muss mir keinen Schuh anziehen. Ich muss nicht unbedingt aus der Haut fahren. Ich fühle mich nicht angesprochen, weil ich möchte als Mensch gesehen werden und nicht an das, was ich glaube. Es geht um den Menschen alleine, der Mensch entscheidet. Gehe ich darauf ein, lasse ich mich provozieren. Ich kann ja auch nicht jetzt vor Gericht mich hinstellen und sagen, naja, der hat den und den beleidigt und deswegen habe ich den mal eben zack, zack, zack. Das funktioniert hier nicht. Das ist Deutschland. Das Recht sagt dir, du hast nicht das Recht dazu, egal was man dir antut, das Gleiche zu tun oder sogar was Schlimmeres. Das geht eben nicht. Hier gibt es Gesetze und es gibt gute Gesetze. Leider werden die nicht immer ganz ausgeschöpft. Ausgeschöpft die Strafmaßnahmen, aber da können wir vielleicht auch ein Teil froh sein. Dennoch, das wird noch schlimmer und ihr arbeitet alle fleißig drauf hin. Ja, und ich möchte nochmal sagen, wenn ihr euch wegen sowas triggern lasst, ja, nur wegen sowas, dann habt ihr hier auf solchen Plattformen nicht zu suchen. Denn dann müsste ich mich als Frau, ja, ich brauche nur ein Live machen, ich brauche nur einmal live gehen, ich habe nur einmal etwas freizügiger was an. Was glaubt ihr denn, was die Frau jeden Tag aushalten muss? Jeden Tag. Ja, es gibt so viele Trolle, die schmeißen irgendwas rein. Wenn wir uns wegen jedem Furz, Entschuldigung, wenn ich das so sage, angepinkelt fühlen, dann habe ich hier nicht zu suchen. Das nennt sich Medienkompetenz. Und wenn ich meine, ich muss unbedingt meinen Glauben verteidigen, das dürft ihr ja gerne tun. Aber es gibt genug Länder, wo ihr das gerne tun könnt. Denn genau darum geht es. Glaubenskriege. Aber hier in Deutschland, ja, kommen die meisten her, weil sie das nicht mehr möchten. Es gibt viele Opfer, die hier leben. Und da sollte man drüber nachdenken. Wie gesagt, arbeitet mit uns wirklich Seite an Seite und versucht, Ruhe reinzubekommen und wirklich für Frieden einzustehen. Und dass man tatsächlich dieses Land wieder in die Bahn bringt, wo es hin sollte. Und nicht andersherum. Denn das, wo jetzt die Richtung hingeht, und ich bin fest davon überzeugt, dass das so kommt, werden hier bald sehr viele Flüge fällig. Und daraufhin wird es hundertprozentig hinlaufen. Danke. Ich möchte noch mal was dazu. Gehe ich nicht konform mit der Demokratie. Wenn man meinen Propheten beleidigt, dann fühle ich mich angepisst. Ganz einfache Geschichte. Latif, das kannst du gerne alleine für dich handhaben. Aber du bist ein Mensch. Du selber musst dich nicht angegriffen fühlen. Doch, mache ich. Aber mache ich. Lass mich bitte ausreden. Okay, bitte. Ich fühle mich angepisst. Vor allem von einem Roy Wrig, der sonst gemäßig in Streams reinkommt und sagt, ja, ihr seid ja nicht gemeint. Und haut in einem Stream sowas raus. Tut mir leid. Da braucht er auch nicht Brain, das er aufgegeben hat und dies und das. Tut mir leid. Bei so welchen Leuten wie dir kann man nur aufgeben. Ja, und ich bin 36 Jahre in diesem Land. Ich liebe dieses Land. Und ich gehe Seite an Seite mit Brain, mit Tascha, mit Sacrifice, mit Sowing meinetwegen. Allen kämpfe ich. Aber ich gehe nicht mit einem Roy Wrig auf die Straße und kämpfe für ihn, damit er mir im nächsten Moment das Messer in den Rücken reinrammt. Das mache ich nicht. Mit Hetzern und Schwätzern werde ich nicht auf die Straße gehen und für dieses Land kämpfen. Ganz einfache Geschichte. Und da bin ich jetzt auch. Jeder kennt mich auf dieser Plattform. Ich bin jeden mit Menschen. Ich habe bis heute noch keinen auf dieser Plattform beleidigt. Ich habe noch keinen auf dieser Plattform, weder beleidigt, weder sonst was. Ich gehe nicht gegen Christen, ich gehe nicht gegen Juden. Weil jeder Moslem, das geht auch an meine Glaubensbrüder, die hier drin sind, wer Jesus beleidigt, wer Abraham beleidigt, das sind alles unsere Propheten. Die stehen alle im Koran. Und es steht keinem zu, irgendeinem Propheten zu beleidigen. Keinem. So, hast du fertig geheult? Ja, sehr schön. Guck mal, die erste Wortwieder. Ja genau, mal ganz ehrlich, du sprichst hier meinen Namen voll in Gänze aus. Das mache ich auch. Bringst irgendwas mit mir in die Entscheidung, was ich noch nicht mal getan habe. Ich nenne es. Ich habe nie eben auf jeden Bild von einem Schwein gezeigt oder irgendwas anderes. Und wenn ich meine Meinung vertrete, auf Grundlage dessen, weil heutzutage, weil es in den Schriften steht, in deinen Schriften steht, dass Mohammed mit einem neunjährigen Kind Geschlechtsverkehr hatte, auf Grundlage dessen es heutzutage Leute gibt, die sich daran richten, da sagen, der beste Mensch aller Zeiten hat das gemacht, dann mache ich das auch. Und die Kinderehe findet statt. Dann ist für mich, und das sage ich in klarer Deutlichkeit, für mich, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, hör genau zu, die Meinungsfreiheit, die ist da. Aber meiner Meinung nach ist Mohammed für mich ein pädophiles Arschloch gewesen. Ja, sehr schön. Und Roy, das war vor 1450 Jahren. Und es findet heute statt, weil es vor 1450 Jahren der beste Mensch aller Zeiten gemacht hat, findet es heutzutage statt. Und wenn du das wegignorierst, dass das stattfindet, dann förderst du die ganze Scheiße sogar noch. Du solltest dich von diesen Zeilen entfernen. Ja. Roy, komm bitte runter. Ne, Roy? Was ist das so? Willst du abschreiten, dass es nicht so ist? Streitest du ab, dass heutzutage auf Grundlage dieser Schriften nicht heutzutage Menschen genau das machen, Moslems nicht genau das machen, dass die die Kinderehe vollziehen, weil sie der Meinung sind, wenn Mohammed das konnte, dann können wir das auch. Ist es nicht an dem, dann sagen, Aishu war neuner, kann meine Frau auch neun sein. Ist es nicht an dem, steht nicht auch in den Schriften drinne, dass zum Beispiel auch die Beschneidung der Frau stattfinden darf. Mal ganz ehrlich, überleg mal ganz ehrlich, der Islam ist ne Ideologie, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist meine Meinung. Wenn du das nicht kapierst und das zu dir nimmst, dann solltest du mal drüber nachdenken, dass du dein Buch höher stellst wie einen Menschen. Und das ist eben der springende Punkt. Du bist ein Hetzer und Schwätzer. Wenn du die Leute hier versuchst, mit einem weichgespülten Schwulischeiß durchzuballern, dann ist das dein Problem. Fakt ist eins, es passiert heutzutage. Heutzutage passiert genau dieser Scheiß. Und es passiert auf Grundlage der Schriften. Und darüber denk mal nach. Das sind Kinderlativ. Es sind Kinder. Richtig, Roy. Dann setz dich, du hängst dich auf was auf, was für 1450 Jahre war. Es passiert heute, aber ich muss mich nochmal wiederholen. Du kaltest das gar nicht, ne? Weil das davor irgendwie tausend von Jahren da hingeschrieben wurde, sieht es an dem aus, dass heutzutage, weil der Koran eben nicht reformierbar ist und sich dann nach den Schriften gerichtet wird, gibt es mehr als genug, die genau das machen. Für die Kinderehelichen. Und mal ganz ehrlich, Kinder sterben deswegen, weil sie gar nicht in der Lage sind, ein großes Glied der Größe da überhaupt zu schlucken. Du solltest mal drüber nachdenken, was du für ein Typ bist, Alter. Wenn du das verteidigst, was bist du für ein Mensch? Das sind Kinder. Und du brauchst dich gar nicht darstellen als irgendwas Besseres, Alter. Lass mich mal riechen. Du bist genau so eine. Du bist genau so eine. Ja, ja. Du kleiner Eierkopf, Alter. Los, weg bist du, Alter. Ja, ja, du Hetzer und Schwätzer. Du blöder Faschist. Du bist der größte Faschist auf dieser Plattform. Hau bloß ab. Lass hier jetzt rein. Eine Sache nur, ich möchte noch eine Sache sagen. In der Türkei, in der Türkei wurde ein Mensch wegen Kindesmissbrauch für 508 Jahre, also 508 Jahre Gefängnis verurteilt. Die haben das quasi wie einen Terrorangriff, haben die den Typen da rausgeholt, also sind dagegen vorgegangen, extrem militärisch. Letztendlich haben die den Anfahrt knackt für 508 Jahre Gefängnis. Und wenn man in Deutschland Pädophilie begeht, ist irgendwie die Schrafen nicht mal so hoch. Also letztendlich, wenn man so die Türkei sieht, wo der Islam herrscht und die nach Kindesmissbrauch gehen, muss man einfach sagen, dass die Türkei härtere Gesetze hat und sie auch knallhart durchsetzt. Das könnt ihr gerne mal googeln. Danke, danke Sacrifice, danke. Wenn er für Kinder stehen würde, dann würde er nicht hingehen und gegen einen Hetzen, gegen unseren Propheten, der für 1450 Jahre geherrscht hat. Ich kenne hier in Deutschland keinen, der als Moslem eine Kinder-Ehe vollzogen hat. Wenn ihr einen kennt, dann sagt mir das bitte, ja. Aber ich kenne hier in Deutschland die Probleme der Pädophilie, dass Deutschland eins der Paradiese für Pädophile ist, ja, weil man Kinder missbrauchen kann und dafür eine Bewährungsstrafe oder eine Geldstrafe kriegt. Und wenn er dafür wäre, dass Kinder nicht missbraucht werden, dann würde er dafür eintreten. Ja, ja, Lügen, du Hetzer und Schwätzer, dann informier dich mal. Ja, wann warst du mal für den Kinderschutz tätig? Ja, ich habe hier in der Bubble im Kinderschutz war ich mit drinne und jeden Tag kamen drei bis vier Neue, die gesagt haben, dass sie missbraucht wurden, misshandelt wurden. Aber das ist nicht etienabhängig, Latif. Nein, aber nach der Statistik, in einer mittelgroßen deutschen Stadt, läufst du jeden Tag zwei Pädophilen über den Weg. Moment, Moment, weil man hier Statistiken führt und in anderen Ländern nicht. Nochmal. Ja, ich glaube kaum, dass in irgendwelchen arabischen Ländern jemand rumgeht, ja, und dann Statistiken führt über, ne, das, was wir gerade gesprochen haben. Bitte. Also, bleib bitte, bleib bitte mal beim Thema. Aber Demokratie, was man dazu sagen muss, es gibt so bestimmt auch im Islam ein paar Leute, die standen auf den Links berufen, auf den Islam und sagen, da steht da drinne, das ist in Ordnung, ich kann das jetzt machen. Ja, natürlich, da gibt es tatsächlich Gelehrte. Ja, ist in Ordnung, aber es steht ja auch in der Bibel, in der Bibel ist das auch genehmigt, auch im Judentum ist das genehmigt, da wird das nicht verboten, also verboten ist es in keinem der Heiligen Schriften. Und da muss man auch einfach ganz klar sagen, ob die Leute sich jetzt auf den Islam berufen oder auf irgendwas anderes, auf eine psychische Krankheit oder sonstiges, diese Pädophilie, das ist in jeder Ethnie drin, ne? Jeder, genau, danke. Wir haben da Jeffrey Epstein und sonstiges, die da, keine Ahnung, Virgin Islands haben, wo da auch hochgradige Politiker hingeflogen sind, hochgradige Politiker und dann tun wir uns hier wegen dem Islam aufregen, aber die Regierung an sich selbst, also wirklich hochgradige Menschen, die Macht haben und wirklich viel Geld haben. Zum Beispiel. Ja, ja, scheißegal, nee, nicht unbedingt, aber scheißegal, wie viele Menschen. Natürlich war der da, war der da, für uns Andrew, da könnte ich dir jetzt hier noch haufenweise einen Namen geben. Ich weiß ja, war drauf, da gibt es ganz, ganz viele, die auf dieser Virgin Islands waren, auch ganz, ganz viele von den anderen Seite Politiker letztendlich und da muss man sich einfach mal fragen, ey, jetzt mal ganz im Ernst, dieses Pädophilie-Problem ist meines Erachtens ein Problem der Macht letztendlich, also wirklich reiche Leute, die in diesen Kreisen verkehren und da muss man einfach dazu sagen, die kann man auch nicht viel machen, die werden auch nicht verfolgt oder Sonstiges, die werden anscheinend irgendwie auch Kameras ausgeschaltet, dann werden die da weggeschafft oder ermordet oder Sonstiges. Man weiß es nicht, bei Epstein zum Beispiel und da ist unser Staat nicht im Schutz, ne, also hier sitzen Leute, Bürger, die alle gegen Pädophilie kämpfen, ich persönlich ja auch, aber Regierungen wollen das einfach nicht, die vertuschen das, weil da einen Haufen Geld spielt, da werden Kinder verkauft oder Sonstiges, da verschwinden ihre Kinder in Regierungsvierteln und Sonstiges und das ist kein Problem von einem Glauben oder Sonstwas, sondern ein Problem von mächtigen, mächtigen Leuten. Von Menschen, ja, es gibt kranke Menschen, richtig, gibt es, hast du vollkommen recht und das ist weltweit ein Problem und ich glaube, da sollte man das auch nicht sagen. Also auch in der Kirche wurde es systematisch und ich sage jetzt wirklich systematisch durchgeführt, das waren nicht nur ein Priester oder zwei Priester, das war ein aktiver, systematischer Missbrauch in der katholischen Kirche und das können wir nicht leugnen und die haben sich natürlich nicht auf die Christen zugerufen, es waren einfach nur Priester, es waren Gelehrte, es waren Gelehrte, die Kinder missbraucht haben und zwar massiv und zwar extremst viele und das ist wahrscheinlich nicht mal fast gleichzusetzen mit dem Islam, deswegen finde ich es schade, dass man jemanden nur eine Religion kritisiert, man müsste eigentlich alles und zwar jegliche Religion kritisieren, Judentum, Christentum, Islam, alle gleichzeitig, Judentum, die nennen alle anderen Gois, das sind alles andere Ungläubige, nur die Juden sind die wahren, auserwählten Gottes, die resten keine Menschen und Sonstwas, genauso wie im Islam und im Christentum, alles dasselbe, alles dasselbe, da werden Morde spezialisiert, da wird Gewalt verherrlicht, in jeglichem Buch, in jeglichem Buch, in jedem heiligen Buch wird Gewalt verherrlicht. Ich glaube aber, dass die Bibel das nicht vorschreibt, also es ist nicht so, oder legitimiert, ne? Also die Bibel schreibt, altes Testament, Ezekiel schreibt das auch so vor, halten sich nur die Menschen nicht dran, die picken sich natürlich das Schönste daraus. Nein, nein, pass auf, wir haben ja auch den Unterschied, dass wir alte und neue Testament haben und ich bin, pass auf, ich bin kein Christ, der an die Kirche glaubt und es gibt immer mehr, die austreten und das hat seinen Grund, das ist ein Statement. Du glaubst ans Christentum, ja, ne? So, aber bitte? Du glaubst aber ans Christentum. Nein, tu ich nicht, hab ich doch gerade gesagt, ich glaube für mich. Ja, ich auch, genauso bin ich, aber Christentum ist genauso. Ja, das mag ja, pass auf, die Sache ist nur, der Unterschied liegt hier drin, dass der Koran zeitlos ist. So, und der ist immer noch für alle Muslime bindend. Der ist Pflicht. Das ist der Unterschied. Wir können aufhören zu glauben, uns passiert nichts. Aber wenn ein Muslim sich dazu bekennt, was passiert dann? Ja, aber die, also selbst, ob sich dazu bekennen oder nicht, ne? Nein, den zu verlassen, meine ich. Ja, 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 dazu sag ich jetzt erstmal gar nichts, ich sag gleich dazu was. Aber als erstes, auch wenn ihr den Glauben lebt, Muslime, so, ne? Jeder in Deutschland, jeder Muslim in Deutschland, der nicht, also ich sag jetzt mal, nicht eins zu eins diesen Glauben lebt, was im Koran steht. Weil sonst wären das alles Mörder, wirklich alles Mörder. Bei zwei Milliarden Menschen, also die an den Islam glauben, hätten wir zwei Milliarden Leute, die morden müssen. Und zwar Ungläubige. Machen Sie nicht. Machen Sie nicht. Weil da gibt es auch Tötungsbefehl, stehen doch drin, aber machen Sie nicht. Ja, lies aber nicht. Weil Sie sich das besser aus der Region rauspicken, wie jeder andere. Nein, 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 nein. Lies bitte erstens den Kontext und den Tassier, also die Erklärung. Kurze Anlage, kurze Ansage, wir haben zwei neue Gäste. Bitte Respekt, das ist ganz wichtig. Und bitte auch sachlich bleiben. Und bitte nicht mehr schreien. Einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte nur mal ganz kurz fragen, ich hatte gerade in die Kommentare geschrieben, dass es auf der Erde mehrere hundert Millionen Kinderehen gibt. Und daraufhin wurde ich gestummt von Latif. Wie kommt das? Was ist das für eine Zensur hier? Keine Ahnung, er ist gerade nicht hier oben. Was ist das was? Was ist das für eine Zensur hier? Du, bist du sicher, dass es Latif war? Ja, es war Latif gewesen. Mehrere Millionen, welche Millionen, wie viele? Es gibt mehrere hundert Millionen. Es gibt auf der Erde 640 Millionen Kinderbräute auf der Erde. Allein in Pakistan, in einem Land mit über 95 Prozent Muslimen, sind über 30 Prozent aller Mädchen unter dem 18. Lebensjahr verheiratet bereits. Das ist in ganz vielen islamischen Ländern so. Aber 640 Millionen ist schon hart, Zahlen. Das sind auch offizielle Zahlen der UN. Aber denkst du nicht, dass es eher an den Entwicklungsländern liegt als an der Region? Weil in Indien gibt das sowas auch überwiegend und in Thailand auch. Ja, das ist richtig. Das gibt es auch in Indien, aber in den meisten islamischen Ländern ist das so. Aber, 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 aber. Indien ist das Einzige. Erstens mal ganz kurz, bevor wir weiterreden, Latif, warum stumpfst du mich? Weil ich dich hasse. Weil ich Leute, die Faschisten sind. Ja, aber deswegen stumpf man nicht. Ich möchte dir eine Wissabung. Ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe nicht mal geguckt, was du geschrieben hast. Ich habe nur Sonnenschein gesehen und habe ihn gestumpft. Ganz ehrlich. Ich würde gerne von Tascha wissen, warum das so hier abläuft in deinem Stream. Hallo, Entschuldigung. Nein, stopp, stopp. Das war eine Frage, die an mich gerichtet war. Und ich möchte dir jetzt hier beantworten. Man fragt mich nicht vorher, yo, kann ich, ich würde den gern kicken. Die kicken einfach. Sie brauchen von mir nicht die Erlaubnis. Dass er das jetzt gemacht hat, nur weil er dich nicht mag, finde ich jetzt auch nicht richtig. Okay. Dann ist das ja geklärt, sozusagen. Nämlich hat es nur sehr gewundert. Du weißt, du kommst bei mir immer hoch. Wie gesagt, kicken, nur weil ich jemanden nicht mag, finde ich auch nicht richtig. Aber es ist halt heute sehr, sehr emotional gewesen. Dann würde ich trotzdem bitten, das zu unterlassen. Also, ich wollte noch kurz zu dem Thema sagen. Es ist in Indien auch weit, sehr, sehr weit verbreitet. Das ist richtig. Indien ist aber allerdings eines der sehr wenigen hinduistischen Länder. Das ist jetzt ein Land. Es gibt aber auf der Erde über 54 islamische Länder. Und in der Mehrheit der islamischen Ländern ist das sehr weit verbreitet. Ja, aber da würde ich sagen, das sind eher entwicklungsschwache Länder. Deswegen funktioniert das so gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das auch in Asien verheiratet wird. Islam ist es ja legitimiert. Also es ist ja im Islam nicht verboten. Es ist überall legitimiert. Es ist auch im Dings legitimiert. Auch im Christentum ist das legitimiert. Auch im Judentum ist das legitimiert. Die Kinderheirat ist im Christentum. Also ich habe die Bibel gelesen und den Koran gelesen. In der Bibel ist die Kinderheirat nicht legitimiert. Wo ist das verboten? In der Bibel ist das nicht verboten? Wo steht das in der Bibel, dass das verboten ist? Wo steht das? Nein, ich habe die Bibel selbst gelesen. Und ich kann mich nicht erinnern, daran gelesen zu haben, dass da stand, dass man minderjährige Kinder verheiraten darf. Okay, aber du hast auch wiederum... Steht das da, was man es nicht machen darf? Steht das da? Du hast auch wiederum den Koran. Moment, redet bitte nacheinander, sonst wird es quirlet. Sonnstein, steht das da? Steht das in der Bibel, dass es verboten ist? Nein, es steht nicht in der Bibel, dass es verboten ist, aber es wird auch nicht darüber gesprochen, dass es legitimiert wird. Damit ist es laut Bibel legitimiert. Es ist nicht verboten. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Genauso wie Mord in der Bibel verboten ist, ist aber Kinderehe nicht verboten. Kinderehe ist auch in der Bibel legitimiert, Punkt. Nein, das ist nicht so lange... Also es gibt so lange... Natürlich ist es dann legitimiert. Nein, es gibt einen großen Unterschied... Sonnenschein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen... Auslegen lassen, bitte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, dass etwas zum Beispiel nicht drin steht, das bedeutet nicht, dass es legitimiert ist. Legitimation bedeutet, wenn direkt im Text, also zum Beispiel im Koran steht, auch ganz genau, beziehungsweise in der Sekundärliteratur, steht auch ganz genau drin, dass wenn eine Frau ihre Blutung bekommt, also ihre Periode bekommt, dass sie Sex haben kann und dass sie auch heiraten kann. Das steht ja in den Texten so drin. In der Bibel steht jetzt gar nichts. Aber das gar nichts... Chaos reden lassen. Dass da jetzt gar nichts drin steht, heißt nicht im Umkehrschluss, dass es legitimiert ist. Das ist ein großer Unterschied. Also sag ich jetzt mal so, ich sag es mal so, vor 1400 Jahren war die durchschnittliche Lebenserwartung 30 bis 40 Jahre. Die meisten Menschen sind bis zum 18. Lebensjahr gestorben, also 40 Prozent haben nicht mal das 18. Lebensjahr erreicht. Deswegen wurden Ehen nicht nur im Islam, sondern allgemein in jeglicher gesellschaftlichen Geschichte auch schon unter dem 18. Lebensjahr durchgeführt. Soviel dazu, das ist das allererste. Das Zweite, doch, doch, Sonnenschein, dafür müsste man sich historisch mal informieren. Das ist der erste Punkt. Zweitens steht in der Bibel drin, auch im Neuen Testament und im Alten Testament steht nichts von Verbot einer Kinderehe. Das heißt, in allen religiösen Schriften, ob es Judentum ist, ob es Christentum ist, ob es Islam ist oder sonst was, wird diese Kinderehe legitimiert. Und das ist ganz normal, ganz einfach zu erklären, weil in der Gesellschaft damals, vor 1400 Jahren, wenn eine Frau geblutet hat, also ihre Blutung bekommen hat, sie als Frau galt, weil die Menschheit zu erhalten, weil die Kinder nicht 18 Jahre geworden sind und man Kinder kriegen musste, um die Menschheit zu erhalten, beziehungsweise wollte, hat man diese Kinder schon damals verehelicht. In diesem Zeitpunkt ist das natürlich was anderes. Wenn du es heute auf die heutige Zeit beziehst, ist das natürlich nicht mehr in Ordnung, weil die Menschen sich verändert haben. Die Lebenserwartung ist höher geworden. Mittlerweile ist das einfach Pädophilie. Ein Kind hat nicht die Reife dazu. Ein Kind hat die Reife erst, wenn es älter wird oder sonstiges. Aber damals ging es nicht darum, dass du deine Schulbildung hast, damit du deine Arbeit machen kannst, damit du ärztin wirst oder sonst was. Damals ging es ums nackte Überleben und zwar ums nackte Überleben. Da hast du deinen Bauernhof gehabt, da hast du Kinder gemacht, ganz viele, damit die bei dir bei der Arbeit helfen können, damit du quasi fischen gehen kannst oder sonstiges. Diese Bücher sind historisch geschrieben. Das ist aus einer historischen Zeit. Diese Zeit ist 1400 Jahre her. Wir wissen nicht, wie es bei den Ägyptern aussah. Bei den Ägyptern war es wahrscheinlich ganz gang und gäbe. Da wurden die Kinder wahrscheinlich schon mit sechs verheiratet, oder schon früher. Und das war ganz normal damals, weil es einfach von der Gesellschaft her so gemacht werden musste, um die Menschheit fortpflanzen, damit die Menschen sich fortpflanzen können. Was glaubst du, wie alt Neandertaler geworden sind oder wann die Neandertaler miteinander geschlafen haben? Was glaubst du denn? Okay, warte mal. Punkt eins. Warte mal ganz kurz. Wir haben hier noch mehr Gäste. Sonnenschein, wir haben noch mehr neue Gäste. Lassen wir bitte kurz YouTube zur Rede kommen. Danke. Ja, ich wollte es nochmal mit der Kinder erwähnen. Im Christentum, da geht es auch darum, sobald das Kind die Pubertät erreicht, sobald Brüste auch erwachsen, auch mit acht, kann die auch heiraten. Da gibt es auch keine Altes-Begrenzen und das war auch üblich, früher mit 13 oder 14 zu heiraten. Wo steht das? Wo steht das? Das steht dort. Ich kann dir einen Kunde schicken. Moment, ich muss dafür Ruhe nehmen. Okay. Also dann will ich erst mal zwei Dinge sagen. Zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte war ein zehnjähriges Kind eine erwachsene Frau. Zu keiner Zeit. Das ist völlig egal, ob die Menschen vor 1500 Jahren eine andere moralische Vorstellung hatten. Dein Gott scheint es aber vor 1500 Jahren auch nicht besser gewusst zu haben. Wenn ein Gott das weiß, dass es moralisch falsch ist und der das weiß, dass es 2023 falsch ist, warum wusste er nicht, dass es damals falsch ist? Das ist die Gegenfrage. Also es ist überhaupt gar kein Argument zu behaupten, dass Menschen das früher gemacht haben. Mit dem Unterschied, mit dem Unterschied, die Leute, 40 Prozent der Menschen sind nicht mal 18 geworden. Was erzählst du mir? Es ist völlig irrelevant. Es ist völlig irrelevant, wie alt die Menschen geworden sind. Was moralisch falsch ist, war schon immer moralisch falsch und müsste von dem universal wissenden Wesen namens Gott schon immer gewusst worden sein. Das ist gar kein Argument. Der Unterschied zwischen religiösen Menschen und nicht religiösen Menschen ist, dass wir uns weiterentwickelt haben. In Europa kam irgendwann eine geistige Strömung namens Humanismus, Renaissance-Humanismus, Reformation, Aufklärung und die Menschen haben gelernt. Dass es nicht richtig ist, moralisch nicht richtig ist. Dein Gott hat es nie gewusst, obwohl er eigentlich alles wissen müsste. Für ihn war es moralisch okay. Nur mal ganz, ganz kurz. Es stimmt übrigens, das kann man selbst im Internet nachlesen. Warum gibt es keine Bibelstelle, die Kinder ehen verbietet? Ich muss dir eben die Quelle reingucken auf den Chat, kannst du die anklicken. Da ging es sogar um acht Jahre. Ging es sogar um eine Achtjährige. Ich habe es nicht verstanden, was? Da wollte ich die Quelle dafür haben, also für meine Aussage von vorhin. Und ich habe die eben drin gepostet. Also kann er sich gerne nochmal angucken. So. Danke dir. Hast du den Bibeltext, hast du den Bibelfers gepostet? Ich habe die in die Quelle gepostet direkt. Und das ist ja, du kannst auch den Vers überprüfen. Also wenn du meinst, das stimmt nicht, die Quelle stimmt nicht, kannst du auch eben, ich sage dir eben ganz genau, dafür muss ich eben noch ein Test sagen. Danke YouTube-Spotlight, danke schön. Erstmal dafür. Also nochmal, also ich sage es gerne nochmal. Die Zeiten damals, historisch gesehen, waren einfach anders. Du wurdest, früher hast du nicht gesagt, du bist mit 18 erwachsen oder sonst was. Früher hast du gesagt, sobald die Frau eine Blutung bekommen hat, war sie eine Frau wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie es da war, ich habe nicht zu dieser Zeit gelebt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damals der Punkt war, sobald sie eine Blutung bekommen hat, war es eine Frau in dem Sinne. So, Kinder sind damals, 40% der Menschen haben nicht das 18. Lebensjahr erreicht, nicht das, also nicht volljährig geworden. Deswegen wurde damals, ganz, ganz einfach, wurde damals, um den Erhalt der Menschheit zu sichern wahrscheinlich und auch das Leben zu sichern, weil es knallharte Lebensbedingungen war, mit Farben, mit keiner anderen was, du musst halt jeden Tag aufstehen, deinen Brunnen holen oder sonstiges, halt knallhartes Arbeiten, war es damals so, dass du dann auch Kinder gemacht hast und zwar früh. Weil wenn du mit 30 stirbst, kannst du nicht mit 25 ein Kind machen, dann bist du nach 5 Jahren, wenn das Kind 5 Jahre alt ist, stirbst du einfach weg. Deswegen ist das einfach nicht gewollt gewesen. Das ist ganz normales Denken, das ist, wenn die Menschheit nicht alt geworden ist und du mit 30 Opa warst, dann fängst du einfach viel, viel früher an. Und ich weiß auch nicht, wie alt die Männer waren, das ist nämlich auch die Frage. Wie alt waren denn die Männer? Wahrscheinlich wurde dann 16-Jähriger mit einer 12-Jährigen geliefert oder Sonstiges. Das ist ein Punkt, den müsste man nachgucken und ich bin mir ziemlich sicher, dass das so damals einfach Gang und Gebe war. Okay, dann behaupte ich, dass dein Gott ein unmoralischer Gott ist, denn zu keiner Zeit, zu keiner Zeit in der Menschheit war ein neunjähriges Mädchen eine erwachsene Frau. Völlig egal, ob man es gemacht hat oder nicht, es war moralisch verwerflich und dein Gott wusste es nicht besser. Damals zur Gesellschaftsgeschichte war die Definition wahrscheinlich, nach der Blutung ist es eine Frau. Das kannst du heutzutage nicht mehr so sehen, da bin ich auch komplett dabei. Aber damals zur Menschheitsgeschichte war es wahrscheinlich sehr wohl der Fall, dass die Definition war eine Frau, sobald sie ihre Blutung bekommen hat. Und zwar ist es mein Gott, ich glaube an keine einzige Heilige Schrift, weil das alles vom Menschen meines Erachtens geschrieben wurde. Ich glaube an einen Gott, aber nicht an den Gott, der in der Bibel steht. Mein Gott spaltet mich, das ist das allererste Sonnenschein. Und deswegen sag ich dir noch, diese ganzen Sachen musst du einfach mal historisch betrachten. Es waren andere Lebensumstände damals. Punkt. Also, die Lebensumstände waren anders gewesen. Damals sind Menschen aber auch schon 80 oder 90 Jahre alt geworden. Der Grund, warum die Lebenserwartung so niedrig war, war eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Circa 40 Prozent der Kinder sind während der Geburt schon gestorben und auch Mütter sind während der Geburt gestorben. Menschen konnten aber trotzdem 80 Jahre alt werden. Also, diese Geschichte, dass alle mit 18 gestorben sind, die stimmt schon mal nicht. Und das Zweite ist, ich argumentiere hier dafür, dass die Moral, die wir heute haben, die richtige Moral ist und die Moral von damals, die falsch ist. Das Problem ist aber in Religionen, wie zum Beispiel im Islam, ist es so, dass das Buch im 7. Jahrhundert gekommen ist und die Moral des 7. Jahrhunderts zeitlos gültig gemacht für heute. Und das ist mein Problem. Das heißt, die Moral von der damaligen Zeit des Gottes, der damals existiert hat, der müsste es doch besser wissen, weiß er aber nicht. Und das ist das Problem. Die Menschen leben heute immer noch nach dem Buch aus dem 7. Jahrhundert, wo es legitimiert ist und sie führen es aus. Das ist das Problem. Wir Menschen haben uns weiterentwickelt. Jetzt würde ich gerne mal was aufklären hier. Sonnenschein, ich weiß, du weißt ja, wir kennen uns ja jetzt schon lange genug, dass du nicht an Glott glaubst, dass du ein Islamhasser bist und ein Ausländerhetzer bist, wissen wir alle sehr gut. Ich kläre dich jetzt auf mit diesem Vers, was du immer sagst, von wegen Kinder und so darf man heiraten, dies und das und so, wegen dem Monatsblutung, den ich eingesetzt habe. Das ist die Übersetzung von Ibn Tabari. Der sagt dazu, dass es geht darum, um die Scheidung. Die Scheidung, wenn eine Frau ein Alter erreicht hat, wo die Regelblutung aussetzen kann. Man sollte warten, dass diese Frau, ob sie eventuell noch eine Blutung bekommt oder nicht, es könnte sein, dass sie vielleicht schwanger ist. Nach drei Monaten Wartezeit, wenn das nicht der Fall ist, dass sie zum Beispiel Milch produziert oder dass der Bauch anschwillt durch die Schwangerschaft, dann ist klar, sie ist nicht schwanger, dann darf der Mann sie scheiden. Wenn sie schwanger sein sollte, dann erst nur nach der Geburt darf er sich scheiden. So, hier in dieser Übersetzung, die du nimmst, heißt es ja, sie hatte noch nie die Regelblutung. Das ist falsch. Es geht hier um junge Damen, die gerade frisch die Regelblutungen bekommen haben, ein bis zwei Mal. Und wenn der Körper sich scheiden möchte, soll er warten, wenn die Regelblutung nicht eingesetzt hat. Weil der Körper braucht ja einen gewissen Rhythmus, es entwickelt einen gewissen Rhythmus und es könnte zu biologischen Unstimmigkeiten in der Zeitablauf kommen, bis sich das einpendelt. Und da sollte der Mann warten. Drei Monate. Hör zu, das ist der Tefsi-Junge. Nur zur Info, nur zur Info. Kann ich mal ganz kurz stören? Warte, bitte, ruhig, 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 ruhig. Ich habe meine Sachen, nein. Ich würde ganz gerne auf diesen Tafsier eingehen. Bin ich, ich zähne nicht alle zusammen, ich verstehe euch nicht. Warte, kann ich zuerst ganz schnell. Warte, das Judentum ist ja der größte, älteste Glaube, ne? So, kann ich mal ganz kurz zwischenhaken, ich kann nur ganz kurz. Jetzt wartest du kurz. Ich habe keine Zeit hier zu warten, weil eure Moderatoren hier melden wie die Wilden. Und das ist eben das Problem. Deswegen kann ich nicht lange aufbleiben. Leute, Leute, dann geben wir ihm jetzt doch bitte einfach die zwei, drei Minuten, dann ist es aber auch fertig, sonst streiten wir uns jetzt hier zwei, drei Minuten rum. Batscha, ich war doch an der Reihe, ich war ihm doch noch gerade an der Kreml. Wieso nimmst du diesen Faschisten jetzt an der Reihe? Verbreitet euch unter, unter euch, kein Bock mehr. Ja, okay, okay. Da, guck mal, jetzt werde ich als Faschist beziehteln. Sag mal, Fascha, ohne Scheiß, Alter. Ich dachte eigentlich, dass du auf der richtigen Seite bist. Ja, ja, dein Priester stieg kleine Kinder in die Kirche, Junge. Dein Priester stieg kleine Kinder in die Kirche, Junge. Und dein Maul geht nicht auf, verstehe?